Am Anfang gleich gibt es ein Tutorial, was so erklärt, wie das Spiel funktioniert. Da werdet ihr ungefähr dann das Gefühl für das Spiel bekommen, in welche Richtung das hier gehen wird. Oh, nein, nicht Load Game. Ich habe nichts gespeichert. Ihr hört Knistern? Ich höre kein Knistern. Wieso hört ihr Knistern? Ich höre kein Knistern. Knistern? Ist weg? Okay. Nur im Titlescreen, glaube ich. Knistern? Ich will nicht laden! Cancel Load, ja! Mit Viereck bestätigen, ey. Hier knistert das jetzt wieder bei euch? Hä, ich höre kein Knistern. Hä? Wieso höre ich kein Knistern? Ich müsste genau dasselbe hören wie ihr. Tatsächlich, das knistert ein bisschen. Aber wieso? Vielleicht legt sich das gleich. Es ist halt weird, dass ich es nicht höre. No probleme mit diesem Game halt wirklich. Das legt sich bestimmt gleich, Chat. Wir werden eine Brief-Training-Session machen, wie man das Mikrofon benutzt, bevor die Hauptpartie des Spiels beginnt. Da, die hat so ein cooles Headset. Ich nicht. Was knistert immer noch? Wenn der Mikrofon gut ist, probiere es normalerweise. Use den Zirkel-Button auf dem Kontrollen, wenn man spricht. Das Song ist mega nice. Hold the Zirkel-Button down while speaking. Try pronouncing the items written in the middle of the screen. Hello. 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 Now drive the next one. Race station. Good. Now drive the next one. Right, right. Great. We have now learned the basics of operating the microphone. Next, we will explain how to give commands. Try giving an order to the character of the machine. Walk. Good. Can you see that the character is walking? Now use the same technique to get the character run. Excellent. Oh, vielleicht habe ich noch einen Filter drauf. Okay. Try something now. Dann müsste ich ihn auch hören. Mach nix. Hey, ich habe keinen Filter drauf. Wieso hört den Knacksen? Ich aber nicht. Das ist so weird. Eigentlich müsste ich das hier auch hören. Stopp. Great. Next, let's try identifying your destination. Go to the table. Good. Let's check it out. Look at the bottle. Good. Ja, Lava ist nicht voll. Let's check it out. Check the wine. Excellent. Ich habe das Knacksen manchmal von der Capture Card. Muss man dann kurz ausstecken, dann wieder einstecken. Dann passt's. Ich habe Angst. Was, wenn dann die Capture Card nicht mehr geht? Ich bin in letzter Zeit super genervt von der scheiß Capture Card. Weil es immer irgendwelche Probleme gab. Go back. Great. Ich probiere es einfach mal aus. Yummy. Dankeschön. Kommen Sie mal aus. Meinst du HDMI kurz ein und ausstecken oder generell das Stromkabel? Das Knistern da. Moritz sagt, ist weg. Ist weg. Alles gut. Okay. Okay. Dann haben wir es ja geregelt. Katti ist Capture Card-Profi. Arbeit bei Elgato. Okay, jetzt kommt ein bisschen Battle-Drehen. Shoot! Hey! Shoot! Hey! Shoot! Great! Onaku, dankeschön für zwei Monate, vielen, vielen Dank! Move left! Bad! Dodge! Okay, ich darf nicht so sagen, ne? Great! Dodge! Du musst jetzt auf korrekte englische Sprache... Aussprache... Man kann es kombinieren, Chad, pass auf! Dodge and shoot, Alter! Dodge and shoot! Good! Musik ist... Was? Ich hab kein Recht, so ein Bagger zu sein, ich find's geil! Flee and recover! Flee and recover! Shoot! Shoot! Good! Number two! Great! Number one! Excellent! In combat, orders must be the relevant portion of the enemy appears at the bottom of the screen. Head, shoot, reload! Good! The enemy has weak spots! The enemy has weak spots! Progress can be made by attacking these weak carefully time your attacks on weak spots! Stomach! Excellent! Merkst du den Unterschied in der Erkennung bisher? Es funktioniert sehr gut! Aber das hat bei dem Emulator auch die erste halbe Stunde gut funktioniert! Ja, ist alles gut! Junge, dieses Tutorial ist so lange, ey! Okay, danke! So, wir können anfangen! Chat! Popcorn raus! Filmen beginnt! Ich hab nichts zum snacken! Now beginn our tale! Ihr müsst leider englisch können, Chat! Es gibt keinen deutschen Untertitel! Das Spiel kam bei uns nie raus! In 16. Jahrhundert Europas lebte ein Physiker mit dem Namen Perichelsis Nicht nur war er einer der besten medizinischen Gedanken, er hat auch Beiträge in Alchemie, Astrologie, Astronomie und Mystikismus Ja, ich kann ein bisschen die Zusammenfassung versetzen, aber ich kann nicht on the fly dolmetschen! Ich kann nicht on the fly dolmetschen! Ich habe gesagt, dass er unglaubliche Ehre zu haben! Das hat ihn um den Namen Perichelsis zu adoptieren, Superseed in Kelsis, der fehlende Doktor von älteren Zeiten! In den letzten Jahren, er hat gesagt, dass er auf eine Reise der Heilung gegangen ist, um die Termin der Ehre zu besuchen, um die Termin der Ehre zu besuchen und um sie mit mirakulösen Kraft und um sie mit ihm zu besuchen und um sie mit ihm zu besuchen Ja, ich mach gleich Strom nach der Cutscene Bei mir war es die ganze Zeit noch da Es ist halt so weird, dass ich es nicht höre Wieso höre ich es nicht? Gibt es in einem Game mit Mitochondrien sowas ähnliches? Manchmal knistert es, wenn zwei Kabel zu nah sind Muss man gucken, ob die Capture-Kabel sich nicht zu sehr berühren Ja, sie stecken ja nebeneinander direkt Jaja, ich hab das Spiel auf Vinyl Junge Gerade knistert es gut laut, ach du Scheiße Wir können jetzt Chat, wir können es nicht spielen Vielleicht wegen Mikrofon Ja, Mikrofon wird nicht getrackt nur wenn ich eine Taste drücke тиailable Telefonklingel Wir werden unsere Nationen-Ökonomie überwinden. From this, our first Space Station developed entirely on our own. This is an achievement made possible only through the United States public and private sectors. Truth be told, it is also my 60th birthday today, so this occasion is extra meaningful for me. Today we mark the first day to the end of our long-running economic recession. Here's to the advancement of our country and of the entire world. Cheers. Ich höre es ein bisschen, ja, am Handy. 2029, Weihnachten, äh, Dinger, es war auch Weihnachten, ne? Äh, Parasite Eve. Jetzt müsste gut sein, oder? Es liegt an dem, was, was Keks gesagt hat. Separated from my beloved girlfriend. Ich hasse die Stimme. Ich hasse sie. Jan, es geht los. Also, was gerade passiert? Ähm, es ist irgendeine Wissenschafts-Gala-Gedöns-Scheiß im Weltall. Wir haben 2029 Weihnachten. Und, ähm, da sind jetzt irgendwelche komischen Monster ausgebrochen und greifen die Gäste an. Und unser Girlfriend ist heiß. Monitorroom. Komm in, please. Ich hasse sie. Ja, ich weiß. Ja, Alter, was geht ab? Ja, ich bin German. So, das muss ich jetzt, das muss ich mit Gamepad machen, ja, weil das quasi, ich muss euch vorstellen, ich sitze quasi gerade, ne, in diesem Operator-Room und muss das alles so bieb, 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 bieb machen, ne. Deshalb so Dinge, die man so fernsteuert, das macht man mit Gamepad. Knistern ist weg, ne, Chat? Vermisse es irgendwie. Äh, das Rauschen ist normal, das höre ich auch, das gehört zum Game, ja. Die sucht die Knarre, oder? Ich bin positiv, dass es hier in diesem Raum ist. Ich bin positiv, dass es hier in diesem Raum ist. Junge, was für, was labert die? Huh, es ist geöffnet. Bitte verbrechen diese Leck, einfach wie du das andere gemacht hast. Kann ich das von hier aus? Okay. Ja, leg dich halt auf den Boden. Knistern, waren die da, wir haben kollektiv getrollt, ihr Schweine. Yeah, da ist die Gun! Hier ist es. Danke für deine Hilfe. Du solltest dich aus allen Monsteren geholfen. Schau, ich bin in einer Zeit, warte, um sich zu retten. So, hat jemand die coole Liste offen, mit den ganz vielen coolen Begriffen, die man zu ihr sagen kann? Oh, es geht direkt los! Ähm, Middle Eye, Left Eye, Shoot! Ich konnte auch nicht speichern! Ähm, Middle Eye, Left Eye, Shoot! Middle Eye, Left Eye! Right Eye, Shoot! Red Eye, Shoot! Boom! Ich hab's doch drauf! Ich hab nur Right und Left ein bisschen kombiniert und hab Reft gesagt. Aber sie hat's trotzdem verstanden, er ist Left. Banane! Was für ein Saft! Sieht, wie du mich wieder schaffst. Ja, diese drei, diese vieräugigen Monster, die funktionieren so, dass, die haben drei Augen, links, rechts, Mitte, die muss man erst alle abschießen, dann klappt sie eine Klappe auf und dann ist ein rotes Auge und das ist der Finisher-Move. Du warst mit der Mädchen in der dark-blue-Dress. Die Mädchen, die du mit warst, was war ihr Name? Äh, sie heißt Naomi, ne? Naomi. Bitte, ich will wissen, was ist deine Mädchen? Sie ist eifersüchtig, Chat. Sie ist eifersüchtig, Chat. Und sie ist... Sie ist hot, ja. Sie ist hot. Sie ist hotter als du. Well, no wonder. Und all that commotion. Me, I don't even remember how I managed to get out of the restaurant. Eigentlich darf ich mit Frauen gar nicht reden. I'm worried about her. She may be in need of help somewhere. Sie sagt Naomi nichts, dass ich mit ihr rede. Listen. Can I ask for your help? Before escaping from the station hotel, there's something that I have to do. find. Can you help me out as an operator? Like the way you did before? In return, I'll find you Naomi along the way. So, it's a deal? I can count on your help? I will help. You're my buddy. You can call me Rio. Okay. Glad to meet you, operator. Are you ready? I'm ready as ready you are. You know, if you're counting on me to do everything. Well, we're screwed. Well, that's fine. I won't fail in my search. Alright, let's go save the day. Okay, let's go save the day. Okay, let's go save the day. Okay, let's go save the day. Also, unsere Aufgabe, it's Naomi to find. Let's choose a password for us. Let's choose a password for us. You don't know very much about this hotel, do you? Password? I bet there's lots of things that will confuse you while we're searching. Like, what should we be doing for instance? So, in a situation like that. Jett, kennt irgendjemand noch diesen langen Satz, den man später sagen muss? Kennt jemand noch diesen ultralangen Satz? Irgendwas mit Monopolis. If the shadow, if the sun casts a shadow, ich habe keine Ahnung mehr. Konsultation. Ja, eine Konsultation. Eine Konsultation. Wir müssen das Station Hotel nach dieser Zeit suchen. Wir müssen überall gehen. Neue Wohnung, gleichneiße Quali, kurz. Aber wenn deine Instruktionen schwer zu verstehen sind, werde ich mich verwirrt. Zum Beispiel, wenn du da sagst, geh da hin, dann würde ich sagen, welcher Weg ist da? Also, wenn du mir da hinweg gehen willst, dann will ich dir den Namen sagen. Ich kann reden. Zum Beispiel, in diesem Raum gibt es Plätze wie die Locker und die Tabelle. Weißt du, wie man die Maps in der Monitor-Runde displayen kann? Man kann die Map aufmachen und ihr dann die Begriffe sagen, wo sie hingehen soll. Verstehst du? Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Wenn es in diesem Raum gewesen wäre, wäre das der Name. Verstehst du das? Was hat sie gesagt? Ich habe nicht aufgepasst. Ich verstehe. Wenn du mir sagst, wo zu gehen willst, dann benutze den Namen auf der Map. Okay? Geh zur Seite. Genau. Wenn es in diesem Raum gewesen wäre, wäre das der Name. Verstehst du das? Ich verstehe. Wenn du mir sagst, wo zu gehen willst, benutze den Namen auf der Map. Okay? Table. Genau. Wenn es in diesem Raum gewesen wäre, wäre das der Name. Verstehst du das? Ich verstehe. Wenn du mir sagst, wo zu gehen willst, benutze den Namen auf der Map. Okay? Wie mache ich die Karte auf? Wie mache ich die Karte auf? Hallo? Ich frage die Fragen jetzt. Wie mache ich die Karte auf? Wenn du mir sagst, wo zu gehen willst, musst du die richtigen Worte benutzen. Okay? Ich habe okay gesagt. Okay. Okay. Die Map, die du gerade gesehen hast, kannst du es auf dem Monitor zu accessieren. Wenn es etwas anderes gibt, das du nicht verstehst, schaue die Keyword-Liste. Diese Liste schreibt Keywords und Phrases, die von unserem Dialog erzeugt werden. Nicht nur das. Die Liste enthält bereits Worte in dem Operator-Manual. Natürlich gibt es viele Worte auf der Liste. Es werden gerade überall Menschen umgebracht auf diesem Shuttle. Können wir bitte loslegen? Wie soll ich mir meine erste Instruktion geben? Was soll ich machen? Kill yourself. Haha. Es war eines der wenigen... Es gibt so ein paar Begriffe, die man sagen kann. Und sie reagiert wirklich auch darauf. Auf das meiste wird sie sagen... Auf das meiste wird sie sagen, ich verstehe dich nicht, kannst du das nochmal wiederholen. Aber es gibt so eine Liste von E-Stacks oder so. Ähm... Look at the magazine. Let's see. This month's feature is on chips. I collect them too. Ähm... Look at the cup. This paper cup must be from the vending machine. Sieht voll gut. Äh... Look at the board. Report? It's a report by the security guard. Oh, report hast du wahrscheinlich voll dieses Board da hinten, dieses Brett da hinten sagen. Wie nennt man das? Das ist irgendein Display. Look at the display. Look at the display. By the desks? Okay. Stopp. Yes. To the table. The table. Okay. Okay. Es geht los, ja. To the desk. Ähm... Was ist das für ein Gerät? Das sieht halt aus wie so ein iPad-Ding. Tablet, genau. Look at the tablet. What should I check? Check the tablet. What should I check? Check the map. What should I check? Check the other side of the table. This is where the security guards are stationed. Check under the table. Pardon me? Do what to what? Do what do it? Under the table. Are you talking about this? What do you see? Does this magazine interest you? You can read it by analyzing it. What do you see? Ja, keine Ahnung, wie das Ding da oben heißt. Was ist das? Ja, wie gehen wir woanders hin? Go to the desk. By the desks? By the desk. Ist bestimmt nicht so wichtig. Man muss sich nicht alles anschauen, ja? Ja, Map habe ich versucht. Look at the green one. It's just a keyboard. Check the green note. Huh? Do what with what? Look at the green blood bag. Leave the room? Okay, we leave the room. Good. Stop. Yes. Stop! Ich sag stop, sie rennt. Yes! Scheiße. Ich wollte ja noch schauen, ob ich Heilung oder so finde. Operator, schau. Schau. Emergency shutters have been activated all over the place. It doesn't look like we'll be able to go on a casual tour of the station. First there's something I'd like you to confirm. Können wir wieder reingehen? Ich hab zugehört, wie man redet. Ähm, okay. Ich muss ihr das Handy öffnen. Okay. Ich muss ihr das Handy öffnen. Okay. Ich muss das Handy öffnen. Helen, der Reporter. Und du bist Naomi. Wir arbeiten zusammen und finden sie. Okay. How about some guidance? Where should I start searching? Ähm. Wie hab ich jetzt Karte? Ähm. Karte? Karte. Äh. Wir gehen wieder rein. Go to security room. Understood. I'll go back. Danke. Ich muss schauen, ob ich da irgendwie Heilung oder so finde. Wenn wir gleich irgendwie gegen Monster kämpfen. Und speichern ist ganz wichtig. Wenn ich jetzt irgendwo sterbe, müssen wir das komplette, die komplette Cut-Team nochmal schauen. Digga, bleib doch stehen. Go to save point. The save point. Okay. Okay. So, erstmal wichtig. Speichern. Und jetzt kommt's. Die Memory Card ist voll, Chad. Oh, danke. Das hat jetzt weh getan. Kann ich mir das Mikrofon irgendwie so festbinden? Das... Wieso sitzt die da? Stand up. Okay, I got it already. Okay, I got it already. Chill, Alter. Direkt wütend. Ähm. Look at the vending machine. The vending machines. Okay. Okay. Okay, der eine leuchtet. Ähm. Look at the third one. You're too vague. I don't know what you mean. Look at the third slot. Check the right vending machine. It's a vending machine that dispenses beverages made by JSL. This one contains juice and coffee. Look at the right vending machine. Da glitzert was! Wie nennt man das? Ich hab Slot genannt. Wie nennt man die, Chad? Diese, diese Fächer. Use the vending machine. I don't have any money on me. Take the juice. Sure, if I could pay for it. Dispenser! Oh! Look at the dispenser. Which dispenser do you mean? Okay, wir sind schon mal gut auf dem Weg. Ähm. The third dispenser. Which dispenser do you mean? The right dispenser. Hm. Warte nehm! Guck schon links! Bisschen links! Guck du! Dreh deinen Kopf nach links! Bitte! Moment, kann ich das anklicken? Vielleicht wenn ich das markiere? Ne, ne? Ähm. Check the second dispenser from the right. There's something in here. So. What could it be? This piece of paper. Ah, ich glaube, das ist ein collectible. Microphone check, it says. Ne, ich glaube, das ist ein collectible. Microphone check. Can't that wait a little? Okay. Let's check here first. Okay, Chad. Ich glaube, ich habe noch einen mehr gemerkt. Ein Easter Egg. Undress. I don't have any money on me. Nein. Undress. I don't have any money on me. Da war doch irgendwas mit ausziehen. Show me your panties. It only says juice. Oh. Everything sold out except for prune juice. Irgendwas war da, ne? Do a sexy pose. Do a sexy pose. Sie macht's nicht. Irgendwas war da. Irgendwas war da. Irgendwas war da. Also, sie zieht sich nicht aus, Chad. Aber sie kommentiert irgendwie was. Go back. Okay. I understand. Stop. Stop. Yes. Do a sexy pose. Sexy pose. Show me your panties. Undress. Huh? Okay. Imagine, jetzt kommt jemand frisch in den Stream rein. Und ich spiele so ein Spiel mit einer Frau und sage die ganze Zeit, zieh dich aus. Mach was sexiges. Komm schon, zieh dich aus. Go to the locker. I am standing. Go to the lockers. Go to the lockers. The lockers. Okay. Richtig notgeiler Typ halt, wirklich. Zieh dich aus. Check the right locker. I checked that earlier. Achso, okay, dann muss ich die nicht mehr checken. Dann will ich nur den linken checken. Kann ich den Link noch öffnen? Bam. Da ist was. Eine Heilung, glaube ich. Ne, das ist eine Keycard. Das ist... ...eine Chip. Ich nehme das. Streams bestehen immer aus... Imagine, jetzt kommt jemand im neuesten Stream. Okay. Da sind so eine Note auf dem Dingens, ne? Look at the note on the left locker. Which locker do you mean? You'll have to be more specific. Check the note on the left locker. There's nothing inside anymore. Check the note on the left locker. Are you talking about this? Das war's. Gards note. December reading material purchased, electronic newspapers, magazine. All reading materials are allowed to be returned to their... Okay. Go back. Okay. I understand. Stop. Yes. Bark like a dog. Middle dog? Arf, arf! Or big dog. Woof, woof! Go to the desks. By the desks? Okay. Das wird mich so frustrieren. Nee, das macht schon Spaß. Look at the green book. The table. Okay. Go to the desks. Wir haben hier immer noch das Ding da oben. Look at the blue panel. Leave the room? Okay. Stopp. Stopp. Go to the desks. By the desks? Okay. Check the green note. 11am, testing ward patrol. 12 noon, restaurant patrol. Met a cute girl named Rio. Oh, jeez. Die Frau zum Bellen gebracht, das ging schnell. Patrol of Prime Minister's suite. 3pm, ran into that cutie Rio in the hallway. Oh. It actually says that. Das ist sie. Check the monitor. Are you talking about that? Check the PC. Can you be more specific and tell me which PC? Turn on the middle PC. Huh? What the? This is broken. Okay, ist einfach kaputt. Ähm. Ich glaube, in diesen Holding Cells, ich glaube, da sind Monster drin. Ich habe Angst, da hinzugehen. Go to the table. The table. Okay. Ja, ich kann Blueprint versuchen, aber ich glaube, das sind keine Blueprint. Ich glaube, das ist so ein Tablet, so ein Sci-Fi Ding. Check the Blueprint. Pardon me? Do what to what? Check the Sci-Fi Display. Are you talking about this? Es ist Newspaper! Check the Newspaper. Huh. This is today's Newspaper. Sci-Fi Display, Digger, so. Read the Newspaper. Today's opening party was a top story. Tomorrow it'll be front page news again. Ja, es ist halt keine typische... Es ist halt so ein Display-Zeit. Wie gesagt, so ein Tablet halt, ne? So ein Sci-Fi-Gerät. Go to the save point. The save point, okay. Boop多少... 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 So, ich speichere noch mal kurz und dann gehen wir mal kurz in die komische Zellen da rein. Ich glaube, da sind Monster drin. Aber meistens, wo optionale Kämpfe sind, da ist dann auch optionaler Loot drin. Irgendwie so Heilung oder so. Und solange wir noch am Anfang sind, nehmen wir jeden Kampf mit, weil anfangs sind die Kämpfe ja eigentlich noch, wie man Videospiele kennt, noch einfach. Okay, Jules, was geht ab? Oh, wir sind noch im Just Chatting. So. Stand up. Okay, I got it already. Get ready, Digga. Go to Holding Cell 1. Holding Cell 1, okay. Da ist eine Heilung drin. Huh? Nice. Sex gibt's hier nicht. Boah, ich weiß noch, als ich im Kampf irgendwie irgendwie Probleme hatte. Stopp. Yes. Weil, dass ich damals, als wir das schon mal gespielt hatten, irgendwie im Kampf so Probleme hatte, am Sterben war oder so und, ähm, die ganze Zeit geschrieben, geschrien habe Use the heal capsule und sie wollte es nicht machen. Die ganze Zeit irgendwas anderes verstanden, hab mich irgendwie verreckt. Checkt der Second Holding Cell. Holding Cell 2, genau. Heute ist gutes Gaming, ja. There's nothing in here. I checked from corner to corner, while I was locked up. Achso, sie war da drin. Checkt the third holding cell. Checkt the third holding cell. Holding Cell 1, okay. Third? Checkt the right holding cell. Holding Cell 1, okay. Checkt the... There doesn't appear to be anything here. Let's check somewhere else. Checkt the third holding cell. Holding Cell 1, okay. Checkt the third holding cell. Holding Cell 1. There doesn't appear to be anything here. Let's check somewhere else. Holding Cell 3. Okay, holding cell 3. Okay. Okay. Okay, dann sind wir eigentlich hier fertig. Ich speichere nochmal. Go to save point. The save point. Und dann sind wir fertig mit dem Raum. Dann können wir hier abhauen. Wir haben hier eine Heilung bekommen und eine Card Key. Key Card. Ich denke mal, alles Wichtige hier rausgeholt. Es gibt später, Chad. Wird es einen Raum geben. Boah, das wird so eine Katastrophe. So einen Lagerraum, wo alles so enge Gänge sind und du siehst nirgendwo richtig und so und überall sind so Monster. Boah, das wird so eine Katastrophe. Ich weiß, die Stelle habe ich damals so oft machen müssen. Ich habe die ständig verkackt. Junge, das war so schrecklich. So mit einer der schlimmsten, wenn nicht sogar die schlimmste Stelle im ganzen Spiel. Leave the room. Huh? Can you please stand up? Okay, I got it all right. Wieso ist die immer so frech? Leave the room. Okay, I'll leave. Ich habe das nur auf Twitch gestreamt. Ich habe das noch nie auf Hitbox gestreamt. Wo soll ich gehen? Äh, wir haben jetzt hier ein paar Räume. Shutter 10 ist wahrscheinlich zu, ne? Und der Shutter 2 ist wahrscheinlich... Also generell alle Shutter sind wahrscheinlich zu und ich muss gleich den Schlüssel für Shutter finden. Also haben wir eigentlich nur Guestroom. I guess. Was habe ich eigentlich für ein Item gefunden? Wofür finde ich meine Items? Ich habe doch... Hier, ein Chip habe ich gefunden. Ich kann mir das nicht anschauen. Halt doch dein Maul! A trendy and popular... Ach, nee, das war ein... Nee, warte. Doch, ich habe doch irgendwo... Wo ist das? Das... Das unten ist ein Collectible. Aber ich habe doch irgendein Key-Item gefunden, Chat. Oder war das auch ein Collectible? Nee, warte. Ich habe keine Ahnung. Naja, egal. Go to Guestroom. Wo soll ich checken? Go to Guestroom. Guestroom 1, okay. Das Spiel spielt mit dem Mikrofon, ja. Also ich bin quasi... Nicht quasi, ich bin ein Typ, der... Ähm... In einem... Oh, shit. Wo? Head, shoot. Head. Mouth, shoot. Mouth. Turn around. Yes. Number one. Where? Turn around. Just left. Turn around. Yes. Mouth, shoot. Mouth. Head, shoot. Head. Mouth, shoot. Mouth. Head, shoot. Hey. Head, mouth, shoot. Hey. Mouth, watch closely and die... Stomach, head. Stomach, watch closely and die... Okay. Go to Guestroom. Okay. Jetzt soll sie sich ausziehen. Undress. Yes. Okay. Sie beeilt sich, sich auszuziehen. Digga, wohin rennst du? Stopp. So nennt sie zum Shutter. Nur so undress und sie so. Yes. You'll be able to control the shutter by inserting the emergency shutter key. If we don't find the shutter key, we'll be able to progress. Deshalb wollte ich, dass sie run to the... Go to the guest room. Okay. Ich siebe... Go to guest room one. Guest room one. Okay. Run. Yes. The guest rooms are locked for security purposes. You should be able to disengage the locks on your own. Take off your clothes. Okay, das muss ich machen. Ähm. Bip boom. Okay, noch bin ich Hitlers unterwegs. Sehr gut. Noch bin ich Hitlers. Läuft bisher sehr gut. Sie reagiert auf alles auch noch sehr gut. Auf so ein paar Kleinigkeiten, ne? Ich meine mich zu erinnern, Chad, es gibt auch Cutscene-Tode. Wenn du in der Cutscene irgendwie nicht richtig reagierst oder zu langsam reagierst oder das Mikrofon dich nicht richtig versteht, dann kann sie, glaube ich, in der Cutscene sterben. Ich glaube, sowas gab es hier. Ähm. Aren't there any instructions? Check the table. Check the table. The table. Okay. Stopp. Yes. Take off your clothes. Okay. I'll leave. Stopp. Yes. Take off your clothes. Take off your clothes. Huh? Take off your clothes. Take off your clothes. Huh? Take off your clothes. Huh? Das geht nicht, kid. Go to the table. The bedroom. Okay. Digga, was für Bedroom. Okay, blauer Wurm. Head, mouth, stomach, shoot. Hey, mouth. Hey, mouth, stopp. Hey, mouth, shoot. Hey, mouth. Boah, das geht so ab, Alter. Ein Keyword soll anscheinend, will you have sex with me sein? Hahaha, du Scheiße. Yes, you've done it. Thanks to you, we're saved. Huh? What? You're just a damn waitress? Great. So what's your name, baby? Baby. It's Rio. Jesus. This thing had us trapped in the bathroom. Now my hotel is a friggin' mess. Oh, son of a... Okay. Okay. He'll take her, lookin' to hook a big sugar daddy and reel him in. Huh. Hahaha. Wait a minute. The monitors are live? Which ones? Who's the operator anyway? George? He says he's a guest to the hotel. He's stuck in the monitor room. Huh. Is that right? Well, that sucks for him, doesn't it? But what the hell's a guest doing in the monitor room? Mr. Shinaka, pardon me. Huh? But what's going on in the hotel? Hell, if I know. There was an explosion, then those monsters appeared all over. God knows what in the hell they are. Some alien swarm or other. Alien swarm. Still, they ain't Jack if you can blow them away with a handgun. Run along and rescue our guests. I'll look for the prime minister. Jackass. He came out of the transportation ministry and I'm screwed if he dies in my hotel. Sir? What? Do you kiss your mother with that mouth? You got a problem with it? Stimt dich enig om nicht. I'm trying to help and you're being a real jerk. Junge. Viel zu stark. Save it for someone who cares, Bimbo. Bimbo, was? Ugh, he's such an arrogant jerk. Yes, that was manager Tinoza. He's in charge of this hotel. Well, you don't want to go rescue your guests? Maybe he's the one who needs help. Well anyway, what should we do now? Die Zettel, die ich finden muss, ne? Ich hab ja grad so'n Zettel gefunden. Da war ja auch irgendwas. Ich hab den vergessen, was da steht. Ich weiß auch nicht, wo ich die finde. Aber ja, ich hatte so'n Zettel gefunden. Aber ich weiß nicht, wo die sind. Keine Ahnung. Warte, nego? Hier, das hatte ich gefunden. Microphone check. Die Dinge muss man finden. Und dann können wir das machen irgendwie. Microphone check. Your voice that's coming over the microphone. It's pretty clear. I can make out almost everything you said. Your voice is easy to follow. You like my voice? Do you like my voice? Do you find my voice attractive? The save point, okay. Ich denke mal, das war ein Nein. Stopp. Yes. Go to the table. The table. Okay. Einfach gekorbt, Junge. Look at the camera. It's a real antique, this camera. It's manual focus. Use the camera. I don't know how to use a camera that uses film. Junge Opfer. Take the cup. This? It's useless. There's no need to take it. Drink the coffee. Do you mean drink the coffee? I don't think this is a good time. Opfer. Check the Asian Becher. The bedroom. Okay. There's a seat in the kitchen. Stopp. Stopp. Huh? Look at the couch. Go to the couch. Go to the couch. Ich hasse sie. Go to emergency panel. The emergency panel. Okay. Okay. Geh grad einfach mal in Dur bei Valorant. This is the emergency panel. Emergency tools are stored in here. I'm pretty certain that there's a key for the hallway shutters in here. That's strange. It looks like someone's already taken it. Okay. Hier waren Schatterkirche. What else? There's nothing else that needs checking. Go to living area. Living area. Okay. Okay. Check the suitcase. Do what with what? Do what with what? Check the acting coffer. This doesn't look useful. Okay. Check the suitcase. Do what with what? Wie sagt man suitcase noch, Chad? Drink the bottle. Are you talking about that? Check the suitcase. Check the suitcase. Sofa? Check the suitcase. Do what with what? Check the briefcase. It's closed. Danke. Open the briefcase. Ticker. Muss ich hier alles sagen? JSL's business data. I guess that's what it is. Huh? There's something stuck here. Uh. What could it be? Hey, this piece of paper. Zoom in, it says. Oh, zoom in. Wir haben einen neuen Fiffel gelernt. That's weird. Zoom in. Ähm, gut. Ich denke, wir sind mit dem Raum fertig, ne? Dann... Go to the dresser. The dresser. Okay. Run. Yes. Haben nicht ewig Zeit. Check the suitcase. Are you talking about this? Trunk. Open the trunk. It's already open. There is something on the floor near the trunk. We're not going back to earth yet. We can pack our luggage later. Look at the floor near the trunk. This is... A chip. Let's take this. Das waren nicht Keycards. Das waren irgendwie Upgrades. Wenn man irgendwie vier Stück davon sammelt, dann ist man irgendwie stärker oder so. Look at the window. Äh, stopp. By the bed. Stopp. It's an ordinary bed, but with soft springs in it from low gravity use. Ja, ich hab window, ich bin dumm. I wonder what this is. Hey, a healcapsule. Okay, zwei Heilungen. There doesn't seem to be anything else. Go to the dresser. The dresser. Okay. Look at the mirror. I want to get changed out of this outfit. Break the mirror. Okay. Okay. Go to the bathroom. The bathroom. Okay. Da ist der Shutter Key. Look under the sink. Under the sink? Oh. Hier ist der Shutter Key. Den Mann in der mirror gesehen. Das wird uns den Shutter öffnen. Wir machen den old mirror run. Shoot the mirror. Is my face dirty? I'll wash it later. Break the mirror. Eh, Digga, vielleicht ist da mal was drin. Man weiß nie. Use the shower. What do you mean you want me to shower? Don't make me angry. Schwach. Okay. Go to the safe point. The safe point. Okay. Nee, Munition war, glaube ich, unendlich. Also, Pistolen-Munition war, glaube ich, unendlich. Spätere Waffen, glaube ich, nicht. Sie ist so toll. So, dann haben wir den Raum fertig und wir haben jetzt einen Shutter Key. Können jetzt weitergehen. Äh, ich weiß noch nicht, wofür der Shutter Key ist. Für welchen Shutter? Checken wir gleich mal ab. Und jetzt sitzt sie wieder? Stirbt man, wenn sie das Window shootet? Nee, Man in the Mirror bleibt am Leben. Ähm. Shutter Key. Okay, jetzt steht aber nicht, was für eine Nummer. Okay. Leave the room. Leave the room. Okay, I'll leave. Run. Yes. Kann sie auf die Kamera shooten? Oh, ich probier mal. Was the? Ich bekomme Interferenz. Hallo? Operator! Hallo, Rio? Rio, kannst du mich noch? Was? Warte, ich höre eine andere Musik. Shoot at the camera. Shoot at the camera. Shutter 1. Okay. Okay, Shutter 1. Run. Run. Yes. Dann gehen wir halt Shutter 1, I guess. This should open a shutter for us. Okay. Hurry up and analyze. Immer wenn du einen sagst, muss ich an diesen scheiß Sound denken. Run. Oder diesen Song. Run. Do, 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 do. Do what with what? Das ist das Beste, wenn sie das sagt. Das klingt immer so nice. Do what with what? We have been fighting. Left eye, middle eye, right eye, shoot. Left eye, middle eye, right eye. Red eye, shoot. Boom. Pa, 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 pa. Stop it. Now we can move on. Easy. Es gab keine anderen Räume, nee. Zwischen den zwei Shuttern gab es nur die zwei Räume. Ich kann nochmal schauen. Aber da waren nur Security Room und Guest Room. Wir waren im Security Room, haben wir angefangen. Dann sind wir zum Guest Room gegangen. Und jetzt sind wir bei Shutter 7. Und jetzt können wir zu Guest Room 2 gehen. Run to Guest Room 2. Boah, wie sie rennt. Oh. She dead. Ja, bisher funktioniert es sehr gut, ja. Oh. Run away, diggy. Wow, wo kommt der Bänger her? Ich hab gedrückt. Habe ich, äh, hab ich zu früh gedrückt? Hätt ich warten müssen? Scheiße. Ich hab heute direkt gedrückt. Aber das meinte ich mit Cutscenen, Cutscenen-Toden. Es gibt Cutscenen, fucking Cutscenen-Tode. Deshalb müssen wir ganz oft speichern. Go to Shutter 7. Jetzt steh verdammt nochmal auf, wir müssen die Welt retten. Aufstehen. Ja. Das ist kein Deutsch. Leid die Raum. Okay, ich lasse. Ich muss hier nochmal das Monster töten. Oh, das kommt jetzt jedes Mal. Ich bekomme Interferenz. Hallo? Vielleicht speichere ich nochmal, nachdem ich den einen Wurm getötet habe. Warte, ich höre eine andere Musik. Wer ist das? Hallo? Hallo? Skipp, skipp, äh, the movie. Operator, kannst du mich hören? Es gibt definitiv jemanden, die zu Hilfe kenne. Es gibt jemanden, der da drin ist. Geh zum Schutter. Geh zum Schutter 7. Schutter 7. Ruh. 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 Ja. Sie ist auch so langsam. Alles, was sie tut. Das sollte uns einen Schutter für uns öffnen. Danke. Ruh. Ruh und analysieren. Ja, ich kann direkt. 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 Ich finde, das ist super. Middle eye, right eye, left eye, shoot. Middle eye, right eye, left eye. Red eye. Red eye. Red eye. Okay, gehen wir nochmal speichern, Chad? Go to Guestroom 1. Yes. Stopp. Yes. Go to Guestroom 1. Guestroom 1. Stopp. Okay, sie geht, ich dachte, sie geht weiter zu zwei. Yes. Go to Guestroom 1. Guestroom 1. Run. Yes. Und Patty, Dankeschön für drei Monate. Vielen, vielen Dank. Und die Tür locken, bitte. Alter, ich muss das jedes Mal öffnen. Danke. So was mit heutiger Grafik so Until Dawn-mäßig und einem smarten Language-Model könnte richtig geil sein. Ja, es gab leider damals auf der PS2 leider auch nicht so viel Kram davon. Ich glaube, auf der N64 gab es das ja auch damals, mit Hey Pikachu oder sowas. Also es gab selten solche Spiele leider. Go to Savepoint. The Savepoint, okay. Sie tut ihr Bestes. Das Beste ist nicht genug. Die komischen Urzeitkrebsfischer, das weiß ich nicht. Stand up. Okay, I got it already. Warum so toxisch? Weil sie so toxisch zu mir ist. Guck. Shoot the window. This is the living room. Shoot at the window. Shoot at the window. This is the living room. Shoot yourself. Haha. Don't worry. There are plenty of ways for me to die in here. Break the window. This is the living room. Okay. Leave the room. Leave the room. Okay, I'll leave. Bonusrunde! Wo soll ich gehen? Run to Guestroom 2. Guestroom 2, okay. So, wann schließe ich jetzt? Was ist mein Cue? This way! I'm coming! Wenn wir die AfterFrall admit es eine Szymon gezogen zu numero So, wann schließe ich avis als nächstes 가격? Let's zurück. Schließe ich jetzt! Schließe ich euch. Diese Rubinn 2013 Okay, warte. Oh, dieses komische Geräusch. Das klingt geil, Mann. Okay, warte. Da ist doch jetzt der Schotter. Operator, hilf mich! Hilf mich! Hey! Wie kannst du das tun, wenn du nichts tun hast? Komm schon, hilf mich! Ach, ich hab vorhin Open gedrückt, Chat. Hey, wie dumm ist das denn? Ich hab vorhin auf Open gedrückt und dann ist das Menü weg. Du kannst das kein zweites Mal anklicken. Wenn du einmal Open gedrückt hast, ist das Menü weg. Das heißt egal, wann du drückst. Ich hab einfach nur falsch gedrückt. Puh. Sicher. Sicher. Danke. Hä? Zoom in. Geht nicht. Kannst du es hören? Hör. Ja, sie kann auch schon nett sein. Ja, okay. Somebody's coming. Woah! Die Polizei. Gino? Gino? Wie hast du davon aus dem Zell? Ich hatte einen Operator für mich. Tch, dieser Idiot. In der Zell würde kein Alien auf dich erreichen. Ich dachte, du sterb. Bumtot. 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 Ich muss die anderen über das gleiche erzählen. Hey, Zupayoshi. Hey, Operator. Schau dir nach ihr, okay? Oh, ja. Hier. Schau dir das. Das ist, glaube ich, dieser lange Code. Oh. Oh. Oh, nee Sally. Die Sonne ist süß. Ich glaube, es wird hier gemacht. Okay, was haben wir denn hier? Okay, was haben wir denn hier? Wir sind jetzt geflüchtet. Wir sind jetzt nicht da, wo ich hinwollte, ne? Zu Guestroom 2. Wir sind jetzt ganz anders. Das Rescuteam ist für das Receivingport. Aber das Receivingport ist auf der anderen Seite des Spidermonster. Nee, ich bin immer noch hier. Okay. 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 Ach, sie ist wahrscheinlich nach unten gelaufen. Ach, sie ist wahrscheinlich nach unten gelaufen. Und ich habe gerade Shutter 4 zugemacht. Dass sie gerettet ist. Äh, okay. Sunroom. Wo ist denn der Sunroom? Sunsuit ist dahinter. Hinter Shutter 3. Wir müssen erstmal Shutter 3 key finden. Go to Guestroom 2. Guestroom 2. Okay. Undo the door lock, please. Undo the door lock. Thanks. Ich check nicht, wieso habe ich diesen Zoom-In-Befehl, wenn ich den niemals benutzen darf in Cutscenes. Nur wenn sie drum herum steht. Aber dann brauche ich auch nicht zu zoomen. Oh shit. Cutscene tot. Where should I start searching? Instruct me. Go to save point. The save point. Okay. Erstmal ganz wichtig speichern. Wahrscheinlich das sexy Post und dann Zoom-In oder so. Boah. Bufo? Du kennst die Strats. Du Freak. Bufo. 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 So, was haben wir hier in dem Raum? Stand up. Stand up. Okay, ich habe es schon geschafft. Geh zur Lebensergebung. Die Lebensergebung. Okay. Mach was mit was? Es ist nichts aus der Ordnung. Glaub? Schau an die Hand-Dressen. Die Dressen? Okay. Nein. Stopp. Stopp. Klar. Hallo? 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 Head, mouth, stomach shoot. Head, mouth. Head, mouth. Head, mouth, stomach shoot. Head, mouth. Number three. Mouth. Mouth, shoot. Head, shoot. Stomach, shoot. Stomach, shoot. Mouth, shoot. Reload. Reload. Head. Head. Mouth. Head, stomach. Head, stomach. Head. Head. Run away. Head. Yes. Stopp. Turn around. Turn right. Turn right. Turn right. Head, mouth, stomach. Head, mouth. Stomach. Mouth. Mouth. Stomach. Stomach. Boom. Das ist es. Dann können wir weiterfahren. Okay. Wenn man den Würmern in den Mund schießt ... Wenn sie sich so aufstehen ... so ... machen ... und man in den Mund schießt ... dann drehen die sich um auf dem Rücken und dann muss man in den Bauch schießen, dann sind die tot. Ich weiß nicht, wieso man auf den Kopf schießen kann. Kopf, wenn du sagst, head ... dann schießt die immer auf den Boden. So. Ich will nochmal zurück, eigentlich. Go to Emergency Panel. Aber ich bin jetzt, äh, nicht mehr No-Hit unterwegs. Oh, sie kann selber Knöpfe drücken? Nein! Huh? Huh? Es ist nicht hier. Es muss jemanden haben. Jetzt was? Es wäre toll, wenn es noch in diesem Raum gewesen wäre. Was ist denn jetzt? Es ist nichts Besonderes. Lass uns in den anderen schauen. Lass uns in die Lieblingsgebung. Die Lieblingsgebung. Okay. Schau die Schäden. Schäden die Schäden für eine formelle Zeit. Es ist ein kleine Logo, die auf dem Schäden gebrodert ist. Es ist von Vontayon. Nicht mit dir zu kennen? Die Brand ist mehr populär mit rüchten Frauen. Okay. Sorry, ich bin in den Arm. Huh? Oh, neuer Coat! Low Kick, es sagt. Okay, ich könnte Low Kick machen, Chad. Low Kick. Was soll ich checken? Oder geht das nur im Kampf? Warte. Check die Dress. Eigentlich würde ich es nicht interessieren, aber... Es wäre zu schwer, in den Kampf zu kämpfen. Okay. Geh zurück. Okay, ich verstehe. Stopp. Stopp. Yes. Low Kick. Yes. Stopp. Yes. Low Kick. Die Tafel. Okay. Stopp. Yes. Low Kick. Yes. Stopp. Yes. Ich hasse sie. Hallo, Kick. Geht nur im Battle. Ah, okay. Okay. Okay, das ist wirklich für einen Kick. War zu erwarten. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich kicken konnte. Ich glaube, ich habe noch nie gekickt in dem Spiel. Um... Go to the bed. The bed. Okay. Um... Look at the bed. The safe is bugging me. Doesn't save. Open the safe. It's something that the hotel loans to the guests. It has a combination lock on it. I wonder what's been placed inside here. It's bothering me. I can't undo this lock. Can you open it on your side? I'm ready. Open it please. 1, 2, 3, 4, sagst du? It's not opening. The password must be wrong. Du hast gelogen. Ähm... Look at the dress. It's a gorgeous dress. There's a big logo in the hem. It's a 20-21 design. She really must be like this brand. 2021. Welcher Konsole ist das? PS2. I'm ready. Open it please. Äh... 20... 21... Nein! Kann ich nochmal löschen? Kann ich nochmal... Verlösche ich? Ach hier. 21. Rätselmeister. Oh... Es ist ein Schutter-Key. Von all den wunderschönen Pläten, die es finden können. Aber warum würde jemand es in einem Schiff schocken? Ja, was soll das? Look at the nightstand. Es ist ein ordentlicher nightstand. Oh, hey. Chip Nummer 3. Ich glaube, ab 4 kriegen wir ein Upgrade. So, ähm... Go to the dresser. The dresser? Okay. Ja, das Rätsel kann ich noch vom letzten Mal. Das hat sich irgendwie in mein Gehirn eingebrannt. Huh? Da ist ein Mirror, Chat. Da ist ein Mirror. All Mirror run. Break the Mirror. Was ist dieses Rote da? Ist das eine Handbag, Alter? Check the Handbag. Are you talking about this? Look inside the bag. It's already open, isn't it? Ja, dann guck doch rein! It's empty. Okay, danke. Go to the shower. That oil painting? It's just decoration. Was für oil painting? Go to bathroom. The bathroom. Okay. Take a shower. What? Take a shower? No, not in your lifetime. Hey, komm schon. Man, ey. Look at the sink. The wash stand? There's nothing inside it. What else? There's nothing else that needs checking. Check the bottle. Are you talking about this? Use the makeup. Our present situation doesn't allow that. Eat the makeup. Our present situation doesn't allow that. Drink the makeup. It's not necessary. Low kick the makeup. This is Vont Ventillon Makeup. Made in France. The name Vont Ventillon is French, so, yeah. Break the mirror. Wieso kann man den Spiegel kaputt machen, Mann? Okay, wir sind fertig mit dem Raum. Ähm, oder? Nee, der ist noch ein Table. Go to table. The bedroom. Okay. Go to the table. The table. Okay. Ähm... Look at the table. Isn't the bedroom right here? Be-de-be-dee-be-dee-be, be-de-be-dee-be? Drink the coffee. Take the magazine. Are you talking about this? Read the magazine. By the bed. By the bed. To the table. To the table. Isn't the bedroom right here? Ah! Go to the table. The table. Okay. Shoot the cops, too. Ähm... Take the magazine. Are you talking about this? Catalog. Read the catalog. What is that instruction? Catalog. I don't know what you mean. Read the catalog. Catalog. It's mostly photos. Catalog. Oh, they also seem to have the brand history and stuff. Von Von Théons' logo is the stylized representation of its year of establishments with Roman numerals, it says. Huh? Ja. Something stuck between the pages. Was is that? Is it a correction notice? Correction notice. Ah, das ist für den... Ja, das ist für den Code. Shoot the corpse. Could you really do that? Shoot a dead person? I absolutely refuse. Eat the corpse. Could you really do that? Shoot a dead person? I absolutely refuse. Du sollst nicht schießen, essen. Kiss the dead corpse. The corpse? Sorry, I don't quite understand, what you mean. Okay. Run to the save point. The save point. Okay. Recycle also. Korps recyceln. Von Von... Äh, U heißt einfach 200, 2021. Ach, ist das so? Welche Sprache? Heißt nicht 2, 3 auf Französisch? 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach, 20 ist wen. Ah, okay. Adieu, genau. Stand up, please. Okay, I got it already. Okay, go, go. Leave the room, Digga. Huh? Digga, leave the room. Okay, I'll leave. Run. Yes. Digga, was für Weng? Ja, sie hat das auch so gesagt, irgendwie. Weng, Weng, äh, 3 oder so. Du bist mit Hyatt, oder? I don't know, I can't see anything. Ist das... Naomi? Hm. Please help me. Naomi! 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 Operator, that voice, it had to be Naomi. She's calling for help somewhere. Hurry, wir können find her. Wir retten sie, wir retten sie. Alles gut. Go to guest room 3. Guest room 3, okay. Run. Run, Digga. Yes. Wie lange geht das Game? Ähm, weiß ich nicht genau. Wir sind aber den ganzen Tag heute in einem Game drin. Bis spät in die Nacht. Danke. Turn around. Let's forget it. Stomach. Run. Where is my aim? Number three. Mouth. Mouth. Where is my aim? Mouth. Run left. Right. Left. Right. 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 Mouth. Okay. Let's move on. War das nicht? Drei Würmer? Ah, da gibt's zu fressen. Go to the table. The bedroom. Okay. Stopp. Oh mein Gott. Wieso versteht ihr immer table? Wääähähäh. Äähähäh. Äähäh. Mouth. Where is my aim? Mouth. werde ich Head Stomach 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 Back Stomach Number 2 Number 2 Mouth Mouth Head Stomach Mouth Head 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 Shoot, shoot, shoot Run Boah, der Dodge Stomach Stomach Head Stomach Stomach Run Stomach Stomach We can finally move on Irgendwie hat's geklappt, Junge Yo, Low Kick, ich hätte Low Kick probieren sollen Mann, der Low Kick Diese Person ist tot Ja, ich war kurz verwirrt Ich glaube, als sie hinter der Tür war War, glaube ich, eher so an ihr dran Hat sie an ihr so ran gesaugt oder so Und ich wusste nicht, was sie sagen soll, damit sie sich von ihm löst oder so Ich war komplett überfordert Ähm, go to bed Das Bett Okay Es ist nichts hier Let's check elsewhere Ne, unten steht nur Äh, worauf du es schießen kannst Aber nicht, was du machen kannst Go to the dresser The dresser Okay Under the dresser Under the dresser Check mal It's a heal capsule Also du kannst halt im Kampf mehr machen, als nur was da unten steht Das sind nur die Ziele, die der Gegner hat Und ich glaube, wenn du zu oft auf ein Ziel schießt Dann wird das irgendwie so durchgekreuzt Ähm, und dann musst du auf die anderen Sachen schießen Oder so Ähm Aber ja, du kannst nur sowas sagen wie Dodge, Run Äh, Backflip, Digga Oder so, keine Ahnung Ähm Break the mirror Das ist das Wichtigste Check the cigarette case Smoking is forbidden on the station Ach so And no fire of any sort is allowed Ähm Smoke a cigar Smoke a cigar Do what with what? Do what with what? Open the cigarette case Hey A chip Jetzt müsste ich, glaube ich, irgendwie ein Upgrade bekommen Okay Danke für alles, Moment mal Hab Chat und Stream lieb Ich bin passiv, aber versuche mich zu bessern Alles gut, Mann Kurz an dich Und hey, Nessie Ähm Low kick the corpse Dieser Mann hier Ich bin sicher, er ist der Sonne von JSLs Chairman Ich will nicht diese Nachrichten an den Manager Geh in den Bathroom Das ist eine standarde Feature des Hotels Dippe, Dippe, Dippe Es gibt nichts wunderschönes Geh in den Bathroom Die Bathroom, okay Der liegt da, aber echt gemütlich, man Es gibt nichts hier Der mirror, der mirror Der mirror Oh nein, wir können einen Camera roll schießen, Chat Äh 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 Nee, go to bathroom Ja Die geht da direkt raus, man kann nichts machen Go to bathroom Okay go to the bathroom the bathroom okay smooth entertainer earlier there's nothing much anycenيع RAW let's go somehow shoot the mirror in the bathroom man break down eiro in the bathroom break there are break the mirror in the baths room break the mirror Okay, go to a safe point. A safe point, okay. Nein, ist ein bisschen schwierig, ne? Sagt, dass sie sitzen soll, okay. Sit down. Please, could you stand up? Okay, I got it. Hey, kann man das, kann man irgendwie das netter sagen, dass sie halt nicht so pisst ist? Sit down. Lay down. Lay down. Forget it, there's no point in sitting down. Lay on the floor. What is it? Lay on the floor. Kiss the floor. Huh? Lick the floor. Backflip. The bedroom, okay. Stop. Yes. Do a backflip. The bed, okay. Stop. Yes. Look at the table. The bedroom, okay. Yes. Go to the table. The table, okay. Ich hab please gesagt, ich hab could you please stand up? Da ist ein Gegner, verdammt. Leave the room. I go out into the hallway. Da ist nichts wichtiges. Nur ein Gegner. Wenn ich den Table checke, dann greift mich wahrscheinlich der Wurm an. Wir brauchen keine Extrakämpfe hier. Ein Bett ist schon attraktiv, ja. Fucking bedroom. Okay, to the bedroom. To the bedroom, okay. Okay, I go to the bedroom. So, wir gehen zum nächsten Shutter, I guess, ne? Shutter 3. Go to Shutter 3. Shutter 3. Okay. Ich soll fuck you sagen. Fuck you. The feeling's mutual, dude. Sorry. Huh? Go to Shutter 3. Shutter 3. Okay. Ich tu nur das, was Shutter sagt, okay? Hör auf und analysiere. Gegner? Gegner. Okay. Ich liebe diese Riesenwürmer. Die sind so nah, jetzt zu töten. Das funktioniert ja so gut, man. Dieses... So, das ist die Sonnefläche. Jetzt kommt der Code. Wäre er escapt, hier escapt, wie du den Code can. Willkommen zurück. Diese Runde ist jetzt in Honeymoon-Mode. Honeymoon-Mode? Bitte leid, dein Lied. Passwort. So, jetzt. Die Bride kann jetzt die erste Portion lesen. Bride? In diesem Fall glaube ich, es ist mir. Okay, lass mich sehen. Auch das sehr Schatten, das du in der Sonne schaffst. Authentication erfolgreich. Das ist ihr Part und dann muss ich was anderes dazu sagen. Die Bride kann jetzt die zweite Portion lesen. Jetzt. Die Bride? Das muss ich sein. Ähm... Was steht da? Wieso steht da Volume? Ich kann nichts machen. Achso, ich muss reden. Ähm... Nein, ich kann sie nicht antressen. Lass mich doch erst mal gucken. Da. Ähm... Ähm... Even the very shadow that you cast in Sunlight. Oh mein Gott. Lass mich doch gucken. Wo soll ich starten? Okay. Ach, ich brauche noch die zweite Hälfte. Ah, okay. Das ist ihr Part. Even the very shadow that you cast in Sunlight. Und dann kommt irgendwas mit Monopolis oder so. So, äh... Dann gehen wir Guestroom 4, I guess, ne? Go to Guestroom 4. Guestroom 4. Okay. Ich weiß nicht, ob man das theoretisch jetzt schon, wenn man den Code hätte, hätte man wahrscheinlich jetzt schon die Tür aufmachen können. Wenn man das irgendwie vom Playthrough vorher sich gemerkt hat oder so. Run. Yes. Keine Gegner, okay. Undo die Tür locken, bitte. Undo die Tür locken. Danke. Wieso ist die so gefühlslos auf einmal? Danke. Ich dachte, wir sind Freunde oder so. Ich dachte, das ist zwischen uns was Besonderes. Oh, neue Gegner. Frontlimb. Tongue. Turn around. Number two. Mouth. Stomach. Number three. Number three. Tongue. Mouth. 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 Number three. Number three. Mouth. Mouth. Tongue. 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 Auge. Mouth. 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 Frontlimb. Frontlimb. What did I do? Use your capsule. Use your capsule. Mouth. Use your capsule. Auge. Ah! Ah! Äh, tongue. Mouth. Mouth. Tongue. 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 Ei! Oh! Tongue! 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 Habt ihr den Low Kick gesehen? Oh, man. Ja, die sind anstrengend. Also deren Schwäche ist auf jeden Fall die Zunge. Und wie ich das mache? Ich store das quasi. Man muss ja Kreis halten und sprechen. Und ich drücke Kreis, sage das Wort, aber lasse die Taste erst dann los, wenn er seine Zunge rausholt. Das versuche ich die ganze Zeit zu machen. Go to emergency panel. The emergency panel. Okay. The shutter key is broken. We can't use this anymore. Oh nein, scheiße. Let's check somewhere else. Go to living area. Go to living area. Go to living area. The living area. Okay. Ist das ein Katana? Das ist das Katana der Zeit. Da hinten liegt was. Ähm. Check the bottle. Are you talking about that? Ne, das ist keine Bottle. Check the bottle. Are you talking about that? Nein, das ist kein Bottle. Check the bottle. Korps. Ne, check. There's nothing like that in here. Check the bottle. Are you talking about that? Nein, Bottle. Die Flasche. Ähm. Check the Karton. Do what with what? Check. Check the box. Check the box. Korps. There's nothing like that in here. Look at the box. Korps. There's nothing like that in here. At the right of you is a box. How am I supposed to understand that? Look at the flask. I walk. Stop. Stop. The table. Stop. Okay. Ähm. Turn on the... Diophagma. Oder wie heißt das Ding? Hello. Turn on the... So I should run. Okay. Go to living area. The living area. Okay. Ich hatte diese Frau. Go to living area. The living area. Oh mein Gott. Was macht sie für ein Wendekreis? Halber LKW. Look behind the couch. Something? So where? Behind the sofa. Look behind the sofa. Look behind the chair. What is that instruction? Look behind the chair. Behind the chair? Oh! Oh. Oh Jay. Dankeschön. Vielen Dank. Jetzt wird dein Tag nicht mehr doof. In hopes of finding protection. Mega Kirby einfach. Der Weltenzerstörer. Dankeschön. Good rate. Okay. Let's go. Ne, ne, wir gehen noch nicht. Okay, jetzt wie... Check the card box. I've checked it earlier. That was enough. Check the card box on your right. But why is there a steel pipe in a guest room? Ah! So, wie sage ich ihr, dass sie da auf diesen Scheiß... diesen Scheiß Karton da schaut, der umgekippt ist? Look at your right. How am I supposed to understand that? Check the bottle. Are you talking about that? Turn right. Look at the package. By the bed. By the bed. Go to living area. The living area. Okay. Run. Yes. The living area. The living area. Okay. Look at the cardboard box. I've checked it earlier. That was enough. Check the cardboard. Are you talking about that? Check the alcohol. Are you talking about that? Put on the helmet. This? It's a helmet that the engineering staff use. It's odd to find this here. Okay. Use the steel pipe. I have a handgun. I won't be needing this. Cremaro. Dankeschön. For elf Monate. Look at your right. Ah! Danke! They're stored in the equipment room. Oh hey, there's a heal capsule by the rations. Ach, that's not a bottle shed. That's a drink bag. 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 Go to the bed. By the bed. By the bed. Okay. Run. Yes. Oh hey. What's a chip doing here? Another chip? There doesn't seem to be anything else. Let's check somewhere else. Break the window. Go to the dresser. The dresser. Okay. Break the window. Do what with what? Break the window. Man. Für irgendwas muss das doch gut sein. Check the letter. Are you talking about this? Read the letter. Read the invitation. The invitation? I don't know what you mean. Read the invitation. It's an invitation to that party. What a bitter souvenir. Go to the bathroom. The bathroom. Okay. There's nothing here. Oh, there is a mirror. Let's look elsewhere. Go to the table. Go to the table. Go to the table. Ich wollte nicht zoomen. Ich hab nicht gezoomt. Go to the table. The table. Okay. Wie nennt man dieses Diagramm, die Projektor? Check den Projektor. Check den Projektor. Ah, okay. Nice. Wenn du die Kraft anstörst, kann es etwas zeigen. Ich muss das selber anstörnen? Von hier aus? Okay, cool. Sogar von hier aus kann ich den Projektor anstörnen. Okay, nice. Ah, da bin ich. Ja. Sie läuft quasi im Kreis. Obwohl es auf der Map wie so ein Quadrat aufgezeichnet ist, läuft sie eigentlich im Kreis. Man sieht das ja auch, wenn sie so diesen Gang entlangläuft, dass das sich so wölbt. Ähm, check the green note. Paper? Paper? There are papers all over. Which one do you mean? The green one. Are you talking about that? Ah! Look at the green paper. It looks like a tornado hit this place. There is a green paper on the table. Tear it. I don't want to add to the mess. Look at the green paper. I'll go out into the hallway. To the table. The table. Okay. Das ist keine Box. Da liegt doch ein grüner Zettel. Auf dem Tisch. Liegt ein grüner Zettel. Den will ich sehen. Search papers. It looks like a tornado hit this place. Was hat Kegi eigentlich letztes Mal beim ersten Stream in der neuen Wohnung gestreamt? Äh, war unser Mittwoch, unser Trash-Tree-Mittwoch. Da haben wir das Finale von Temptation Island gestreamt. Der Zettel ist blau. Nee, der ist ziemlich grün. Versuch mal auf Deutsch. Ähm, Gott schütze den Kaiser. Versteht sie nicht. Check the flyer. Are you talking about that? Look at the flyer. It's an ordinary chair. Read the instruction. I'll go out into the hallway. Stop. Ah, scheiß auf den Settel. Yes. Okay. Ähm. Go to the save point. The save point, okay. Stopp. 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 Use your capsule. Yes. Das wir heilen. Pfff. Pfff. Go to the save point. The save point, okay. Ja, scheiß auf den Zettel. Da ist nichts wichtiges. Hat nicht geglänzt. Wenn es nicht glänzt, ist da nichts wichtiges drin. Können wir weitergehen. Aber ich dachte, vielleicht sagt sie uns irgendwas interessantes dazu. Aber wenn sie darüber nicht reden will, dann ist es okay. Dann gehe ich. Okay. Ähm. Wir haben jetzt den Code für die Sunsuit. Ich gucke mal kurz, was ich gleich sagen muss. Ähm. Ich muss sagen, da. I want to monopolize. Das muss ich sagen. Sie sagt, Even the very shadow that you cast in sunlight, I want to monopolize. Okay. Okay. Chat. Wie, was soll ich eurer Meinung nach sagen, dass sie es nett auffasst, dass sie aufstehen soll? Was soll ich ihr sagen? Ich habe gesagt, please stand up. Ich habe gesagt, could you please stand up? Sie antwortet immer frech. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen, damit sie nicht toxic ist? Can you please stand up? Sexy pose. Hello. Continue. Ich möchte monopolisieren. Move your ass. Move your ass. The bed. Okay. I think we're done with checking this place. Don't you? The bed. Leave the room. Okay. The bed. Junge! Run out of the room. Yes. Go to sun suit. Did you say something? Verlasse diesen scheiß Raum! Leave the room. Yes. Leave the room. Could you please leave the room? I am walking. Leave the room. Yes. Go to the hallway. I am walking. Go to hallway. Okay. I'll leave. You must out of the room. Nein, I said the whole time. Seit 2h leave the room. And she leave the scheißverdammten room. Fick deine Präposition. Where should I go? Go to sun suit. The sun suite. Okay. Ah, suite. Run. Lugi, thank you for 19 months. Run. Yes. I want to monopolize, na? This room is currently operating in Honeymoon mode. I want to monopolize. Please read your voice key. The bride may now read the first portion. I want to monopolize. Even the very shadow that you cast in sunlight. Authentication successful. The groom may now read the second portion. It's talking about you. I want to monopolize. Authentication successful. So far so good. First try. You may both enter. Läuft das schon die ganze Zeit so? Nee. Even the very shadow that you cast in sunlight. I want to monopolize. Ach, wir müssen das zusammen sagen. The situation unsuccessful. Will the groom please face the bride while reading? In case you forgot. We also have to say both lines of the poem at the same time. Oh my god. Den ganzen. Okay. One more time. The bride may now read the first portion. Even the very shadow that you cast in sunlight. Even the very shadow that you cast in sunlight. Authentication successful. Was? Ich hab's vergessen. The groom may now read the second portion. It's talking about you. Can I watch the same thing? I want to monopolize. 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 The bride may now read the first portion. It's talking about you. Oh, is that schrecklich. I want to monopolize. Authentication unsuccessful. Even the very shadow that you cast in sunlight. I want to monopolize. I want to monopolize. Authentication unsuccessful. Will the groom please speak clearly? I want to monopolize. I want to monopolize. I want to monopolize. Authentication unsuccessful. Authentication unsuccessful. Ah! Will the groom please face the bride while reading? Ah, no. You blew it again. We'll get it right this time. The bride may now read the first portion. Even the very shadow that you cast in sunlight. Authentication successful. Dankeschön, Herr Kira, für 3 Euro. Vielen Dank. It's talking about you. I want to monopolize. Authentication successful. You may both enter. Okay, jetzt kommt. Ready? Even the very shadow that you cast in sunlight. I want to monopolize. Authentication successful. Ah! We have it! Rio! High five or so. We finally made it in here. I can't say I understand manager Tanaka's bitterness. Low kick. Low kick's automat. Oh, wow. Amazing. I've heard it was beautiful. But I've never been in this suite before. It's way more extravagant than a regular guest room. It's perfect for a honeymoon. There should be a researcher hiding somewhere in this room. Where should I begin looking? Ähm. Stopp. The enemy has been fighting. Wo sind sie? Wo sind sie? Oh. Left eye, middle eye, right eye, shoot. Left eye, middle eye, right eye, shoot. Middle eye, right eye, shoot. Left eye, middle eye, right eye, shoot. Left eye, middle eye, right eye, shoot. Red eye, shoot. Red eye. Shoot, shoot, shoot. Shoot, shoot, shoot. Mouth shoot Mouth shoot Mouth shoot Dodge Wow Mouth shoot 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 Mouth shoot Body Body Tail Tail Dodge Tail 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 Shoot Junge Okay, die Würmer Von denen gibt es jetzt auch eine stärkere Version Ach du Scheiße Ja, irgendwie auf Body macht man gar keinen Schaden Ich denke mal, wenn man alles niedergemetzelt hat Dann muss man wohl auf den Schwanz gehen Is he actually watching me? Ähm Go to save point The save point, okay Run Yes Erstmal speichern, das wichtigste Junge, diese fucking Flips, die sie gemacht hatte Wenn er sie angreift Holy shit ey Ich habe sie noch nicht ausgezogen Wir sind noch nicht so weit Bark like a dog Bark like a dog Middle dog Arf Arf Or big dog Woof, woof Sie gehen die Beziehung langsam an Ja, wir wollen das nicht alles auf einmal machen Ich bin auch niemand, der direkt Der direkt erste Date Schwanz zeigt Wir gehen es langsam an Und Murphy's Long, dankeschön Für sechs Monate Ja, zweite Date schon eher, aber nicht erste So, äh, was haben wir hier Ähm Go to bathroom The bathroom Okay Bidibabu 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 Bidibibuba Bidibububa What? Oh mein Gott Sie müssen die Gastfamilie sein Okay Sieht, wie sie versucht, hier zuhören Selbst gelogen Nein, ich bin nicht billig Okay Ich kann nicht mehr schauen Lass uns woanders Okay, man kann ja nichts machen Kein Mirror brechen Ich glaube, das Mirror ist schon gebrochen Gebrochen, Digga Ähm, gibt es hier unten irgendwas? Coffee Table Check die Coffee Table The Coffee Table, okay The boob, the boob The boob, the boob, the bab, the boob Drink den Coffee Now isn't the time to break Man, irgendwann muss sie doch trinken Hydration und so Check the papers Are you talking about this? Read the message card Let's see, it says Congratulations on your recent marriage We have a complimentary gift for you in the lounge Shoot the coffee cup Oops, I missed Shoot the table The second floor Okay Stopp Obwohl wir kein Rohr jetzt hochgehen, ne? Ja Ne, warte Lounge The lounge Okay Ein neuer Feind Die scheiß Kaffeetasse Da ist was auf dem Dingens Check die Pflaume Are you talking about this? Genau, die Pflaume Check the fruits I don't have it in me to take gifts from the wedding couple There is a chip under the fruits I don't have it in me to take gifts from the wedding couple Eat the fruits I don't have it in me to take gifts from the wedding couple Shoot the fruits I'd rather not Schade There is a chip in the fruits I'd rather not Check the plum Are you talking about this? There is a chip on the table I'd rather not Wieso willst du auf einmal alles anschießen? Ähm Check the photo It's a photo of the guests from their wedding Everyone looks so happy Check the bottle Are you talking about this? Drink the bottle Do what with what? Do what with what? Drink the bottle Are you talking about this? Check fruits Yeah, there's all kinds of fruit Okay That's why I have no check fruits Of all places to find a chip Bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum Okay, um Check the couch Are you talking about this? There is nothing, right? Look at the flowers I didn't understand that Check the sofa There's more than enough room on this sofa For just a couple of people Okay, cool Go to second floor The second floor Okay Run, bitte The bed Okay Okay Okay, dann gehen wir halt zum Bett That thing It can't be Was ist hier Neue Waffe Liegt da, glaube ich Wir waren zu late Wer ist das? Operator? I don't think we're going to get any information from this researcher What couldn't you ask me? Oh What? Stop, stop, wait a second I'm human Don't shoot Der hat so getan, als wäre er tot Hey, I'm sorry I thought that an alien had come in here I don't have any useful weapons So the only thing I could do was play dead I'm Alan Honda A researcher Can you, uh, maybe lower that gun? I'm, I'm human Idiot Hey, I'll admit to being a little weird, but Shoot Did you just say alien? Shoot the freak You really think those were aliens? Huh? What do you mean by that? Oh, I get it I, I see the significance of that question Are you maybe thinking that we screwed up our experiments and made the aliens? That's the problem with lay people Okay Oh, for Pete's sake Now get this Do you have any idea what this floor is made of? It's JSL's hypercarbon alloy Under these gravity free conditions It's possible to make alloys that are far stronger than anything possible on Earth If this station's wall were to be made of steel It would have to be a hundred meters thick But with hypercarbon alloy it only needs to be a meter The research lab here is for undertaking studies to develop even tougher alloys Nothing to do with aliens And anyway, it's scientifically irrational The test animals grow to such extreme sizes If you're so interested in our research, I'll give you some reference material Oh Birch You ran into that spider, right? Dankeschön For 10 minutes Aha How did you get away from it? Please, tell me Hmm With that But it's out of fuel now Oh That thing is huge But it seemed to share similarities with Earth's arthropod A spider So I scared it off with fire So it's vulnerable against fire Aha Until help arrives, I'm holding up in here Earlier research supervisor Powers sent a rescue signal Powers told me to spread the words So I came to tell the others But Because of that monster spider You can't make it to the receiving port Bingo It's a nasty obstacle Bingo So, uh, how about it? Wanna play dead with me? I'm going I have a partner backing me up Er legt sich jetzt wieder hin Right? Na gut Dann bleib ich alleine Woah, hang on Take this with you Oh Noch was? Shutter key Ah, okay Do you really intend to just play dead? Er legt sich wirklich wieder hin Okay, whatever The research supervisor really sent for help Stop I guess the rescue team is already on the way Stop Stop That means everyone will gather in the receiving port Go back Gino said that he'd tell the others Both Helen and Naomi may be at the receiving port I think we should be making our way to the receiving port too We have to get rid of that monster spider If I'm going to get to the receiving port That flamethrower Alan had It came from the equipment room There should be more of the same Yep I think we better check out the equipment room Okay Stop Yes Go to save point The save point Okay Okay She's just muted She's just muted, yeah She's just muted 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 Boah, Junge There's was drin, was gelbes Close the toilet There's no need to flush it Nobody used it Look behind the toilet Beside the toilet Beside, okay Hey A heel capsule Take a shit I can't believe you'd say that to a woman You're incorrigible Chat was Rio, to be like chat was Shoot the toilet Close the toilet The toilet paper? The holders bolted to the wall Close the toilet lid The toilet lid? Huh There's something on the toilet Spinn the gun, it says Spinn the gun Spinn the gun Would you please stop swearing like that? Ich hab nicht gesweart Spinn the gun Do what with what? Okay, wann darf man das Wort benutzen? Spinn the gun? In battle, okay Ich muss im battle die gun spinnen, okay Leave the room Ich gehe raus in die Halle Nee, 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 warte, warte Go to bed Go to bed Go to bed Okay Shoot the bed Not when someone's around It's not safe Look at the book It's an ordinary pillow Look at the book Look at the book Is there a book Unten auf dem Boden? Check the flamethrower Do what with what? Be, be, be Aber hier gibt es hier nichts zu holen Ähm Zoom in Das ist ein Laptop Check the laptop It's an ordinary laptop Why on earth are you clinging to that as if your life depended on it? Check the dress Are you talking about that? Check the gun He's still playing dead Isn't he a piece of work? Marco Dankeschön Will er prime es ab Check the gun He doesn't appear to be sleeping Look at the gun He doesn't appear to be sleeping Look at the flamethrower Yeah, this is the same as the one stored in the equipment room The fuel gauge is at zero Ja, das Ding müssen wir jetzt holen Und damit können wir diese große Spinne bekämpfen Go to save point The save point Okay Ja, er hat ein paar Tabs offen Sie darf nicht gucken Er muss erst die Tabs schließen Bevor er die Laptop benutzen darf Das Spiel ist phänomenal Ich sag ja nicht umsonst Das ist das beste PS2 Spiel GTA San Andreas Fuck it Final Fantasy 10 Fuck it Kingdom Hearts Fuck it Lifeline Run Yes So Wir haben einen Shutter Key Wir können jetzt weitergehen Zum nächsten Shutter Und dann in dem Equipment Raum Und dann eine dicke, schöne Gun holen Und dann werden wir gleich das Monster verbrennen Stand up Okay, ich habe es bereits Leave the room Yes Go out of the room The second floor Okay Go to hallway Okay, I'll leave Okay, go to hallway soll ich lieber sagen immer Das versteht sie am besten, glaube ich Man müsste da eine Online-Komponente draufklatschen Und dann 100 Operator plus Rio-Kombos Im PvP gegeneinander Boah, so ein Gameplay im PvP Katastrophe Aber wäre schon irgendwie lustig, ne? Sie kann nicht rennen und barken, ne? Wo soll ich gehen? Äh... Equipment Go to shutter 2 Shutter 10 Okay Was? Go to Go to shutter 2 Shutter 2 Okay Run Yes Bark like a dog Little dog? Okay, kann sie nicht Run to shutter 2 Yes Das wird die Komponente öffnen Das wird die Komponente öffnen Gleich kommen Gegner, oder? Hurry up and analyze There's a flamethrower in the equipment room Ist der einzige Raum hier? Infimary Da ist unser Befehl drin In der Infimary Oh, das ist der Raum Nein Oh, das ist dieser Scheißraum A flamethrower wird in der Mechanischen Befehl Great Hopefully There's some fuel left Huh? No fuel? Oh man It's completely empty This won't do Listen Operator I think we have to give up on that flamethrower Okay There's no fuel The tank is empty There's nothing we can do Ich glaube, man muss jetzt selber mischen Get to the other side of that shutter We have to kill that spider The flamethrower that Alan had been using is worthless now That giant spider is vulnerable to fire Let's look for a weapon that involves fire Oh, nee Ich glaube, man macht Molotovs Ich glaube, wir werden Molotovs craften Stopp Yes Äh, die Leute in dem Game Wir sind in einem riesigen fliegenden Space Hotel was über der Erde schwebt Und da war gerade Irgendwie so eine Gala die gefeiert wurde wegen irgendwelchem Experiment und dann sind plötzlich irgendwelche Aliens Mutanten, Monster aufgetaucht oder so Und töten die Menschen Und wir spielen einen Typen der mit seiner Freundin da war auf dieser Feier Und er ist jetzt getrennt von seiner Freundin und sitzt in so einem Operator Room Und er kontrolliert sie und sagt, was sie zu tun hat und wollen zusammen seine Freundin retten und hier entkommen Ja Klasi Dankeschön für 63 Monate Ähm Supply Unit Das wird jetzt schrecklich Chat Check the elevator Check the left shelf Genau so haben sich deine Eltern kennengelernt Check the middle shelf Check the right shelf Check the right shelf Step on the elevator Hast du vergessen dass ich hier arbeite? Du sollst mich schießen die Hotelverbrauchung Ähm Lift heißt das Okay Step on the lift Panel Kontrollen sind deine Verantwortung Operator Wow Okay Warte einen Moment Okay Let's check what's up top Check the shelf Check the shelf Check the middle shelf Oh Check the shelf There's nothing that we need here Check the shelf There's nothing that we need here Es kann ein bisschen dauern Okay Wir haben drei von diesen Regalen Check the shelf Check the shelf Okay Then lower the left Nein Check the shelf There's nothing that we need here Jump down Okay Jump down Gut sie nicht Und Miss Wonderland Dankeschön Für zwölf Monate mittlerweile Vielen, vielen Dank Dankeschön Ich will auch auf die Mittelschelf Aber wie fahre ich da hin Oh mein Gott Okay Ich kann die nicht runterfahren Ich weine Wie fahre ich da hin Ja ich weiß es doch Ich weiß nicht wie ich da hinfahre Check the shelf Check the shelf Und Mario Schneider Dankeschön für 15 Monate Ja ich höre dich Laut und deutlich Hä Hä Wow You did it again Take it easy Untertitelung des ZDF, 2020 Wait, there's something suspicious about that shelf I just passed. I said the middle shelf is suspicious. Wait, there's something suspicious about that shelf I just passed. This lift is scary, so don't say anything weird, please. I can't go anymore to the right. I can't check a shelf properly unless I'm squarely in front of it. I said the middle shelf is suspicious. I said the middle shelf is suspicious. Wow! That was too close. Control! You did it again. Wow! Oh, das war zu nah, kontrolliere es besser. Lief der Lift. Dieser Lift ist schrecklich, also nicht irgendwas weirder, bitte. Du bist okay, richtig? Warte, da ist etwas wunderschönes über die Schraube, die ich gerade kam. Ich sagte, die dritte Schraube ist wunderschön. Lief der Lift. Ja, vielleicht sollten wir irgendwo anders gehen. Ja, wir kriegen ein bisschen neuen Grundhipp. Mechanische Unit. Mechanische Unit, okay. So, man sieht ja schon direkt irgendwo. Step on the Lift. Es ist nicht gut. Die Hauptkraftwerke ist verraten. Okay, der geht gar nicht. Tatsächlich. Ähm. Nein, raus. Ähm. Go to Utility Unit. Utility Unit. Ich habe dich. Ja, ich finde gleich irgendwo eine Holzleiter einfach. Run. Run. Yes. Okay, der ist an. Oh. Nee. Bubububu. Ist das auch ein Rätsel? Wow. Wow. Warte einen Moment. Okay. Let's check what's up top. Es geht direkt los. Es ist in der Mitte was. In der mittleren Fälle ist irgendwas. Was ein scheiß Rätsel. Ich kann gar nicht mehr hoch. Oh. Consultation. 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 This lift is scary. So don't say anything weird. Please. Consultation. This lift is scary. So don't say anything weird. Please. Bitte. Du bist okay, richtig? Bist du okay? Ja, vielleicht sollten wir irgendwo anders gehen. Okay. Ja. Die Utilitätsunit, okay. Die Utilitätsunit, okay. Diese Utilitätsunit hat nur besorgt Essen. Es gibt keine Möglichkeit, das zu checken. Lass uns eine weitere Utilitätsunit checken. Ja. Das ist eine Datilitätsunit. Geh zur Datilitätsunit. Die Datilitätsunit, okay. Da kriegen wir jetzt bestimmt irgendwie einen Tipp. Check. Check the note. Aha! Es ist nicht etwas, das ich mitnehmen möchte. Take the... Äh... 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 Is it just some doodling by the staff? Ja. Er wischt. Man kann diagonal fahren? Okay, ich starte unten. Check the left. Was auch immer das ist. Check the left control panel. Lass die Runde? Ah! Okay. Stopp! 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 Ja. Go to data unit. Die Datilitätsunit, okay. Was ist das für ein Ding? Was soll ich da machen? Äh... Äh... Scheißegal. Wir gehen, ähm, wieder zu... Supply Unit. Go to Supply Unit. The Supply Unit, okay. Run. Run. Yes. Go on the lift. Go on the lift. Yes, maybe we should go somewhere else. Go... Go to Supply Unit. Okay. I'll leave. Stopp! Yes. Where should I go? Go to equipment room. Go to equipment room. Go to the equipment room. Go to the verdammten equipment room. Equipment room. The equipment room, okay. A weapon that uses fire. Where should we look first? Go to the supply unit. The supply unit, okay. Ganz simpel jetzt. Einfach nur... Go on lift. Step on lift. Jeez. You're expecting me to pick up everything, aren't you? Okay. The data unit it is. Du bist so ne dumme Sau. Stopp. Yes. Go to supply unit. The supply unit, okay. Das Ding ist doch schon an. Achso. Woah. Warte einen Sekunden. Okay. Let's check what's up top. Also. Ich... Fahre so. 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 Moment. Das ist ein anderes Regal jetzt. Hier war ich gar nicht, oder? Aber jetzt kann ich nirgendwo mehr hochfahren. Hä? Nein auf diehation... Und verdieneish. Is das Weg man? Dass du okay? Dikente investigate. Dikente列 tutzig. Warte mal auf dich. Riks это weg. Dikente darüber specifics. Ja, schieß los, Craymaro. Und smash the core. Dankeschön, für sechs Monate. Konzert? Ja, dann viel Spaß, Mann. Viel, viel Spaß. Hinlegen, Totspielen. Du bist okay, richtig? Weil ich den anderen Lift eingeschaltet habe. Leave the Lift. Verlasse diesen scheißverdammten Lift, du dumme Sau. Step off the Lift. Ja, vielleicht sollten wir irgendwo anders gehen. Go to mechanical unit. The mechanical unit, okay. Go to unity unit. The utility unit, okay. Run. Yes. The power supply is unstable. Please raise the voltage to... Okay. Go to food unit. Food unit. Okay, die Rückseite. Run. Run. Ja, es gab nur zwei, ne? Glaube ich. Nee, doch. Nein. Doch, es gab nur zwei. Stopp. Ja. Go to supply unit. The supply unit, okay. Geht es zu einer Prozent? Minnow mechanical failure detected in Drive-System. Whoa. Warte einen Sekunden. Okay. Let's check what's up top. Are you okay? I said the middle shelf is suspicious. We have it. Check the shelf. This magnesium chip. Ah, das brauchen wir gleich für die Bombe. Okay, what does it say? Warnings for magnesium chip usage. One. Keep out of reach of children. Two. Avoid direct sunlight and temperature over 50 degrees Celsius. Do not incinerate. Three. Hold away from face while igniting and confirm that it is extinguished. Digga, lies doch jetzt nicht. Steig aus. Das ist genug, huh? In other words, it's like a lighter. It won't make a weapon, but I can use it for lighting a fire. Okay. Legg's im Magnesium, alter. Step off the lift. Yes, maybe we should go somewhere else. Go to supply unit. The supply unit, okay. Wir müssen das Ding erstmal ausmachen. Check the mechanical unit. Mechanical unit? Okay, the back side. So, das Ding ging ja gar nicht an, ne? Das heißt, wir gehen jetzt zu Food Unit. Das war die einzige, die noch funktionierte. Go to Food Unit. Bist du dumm? Das Lift. Es ist hoffentlich. Es ist komplett verraten. Ich will nichts gemein sein oder respektlos drüber kommen, aber bist du vielleicht dumm? Go to Food Unit. Ja, vielleicht sollten wir irgendwo anders gehen. Nein, stopp! Stopp! Go to Food Unit. Suicide. Don't be stupid. Es gibt Leute, die uns anrufen. Go to Food Unit. The Food Unit, okay. Stopp! Stopp! Es droppt auf einmal. Suicide! Ja, es gibt nur die Hotel-Preserve-Food hier. Let's move on. Go to Util... Go to Utility Unit. Utility Unit, okay. Okay. Immerhin mal ein Vorschlag von dir. So, 100%. Whoa! Warte einen Moment. Okay. Let's check what's up top. Junge, wie lange ich in diesem dummen Raum hier verbracht habe. Check the shelf. Das. Er hat es geschafft! Oh mein Gott! Es ist scheiß Raum gelöst. Step off the lift. Ja, vielleicht sollten wir irgendwo anders gehen. Run to the safe point. Run to the safe point. The safe point, okay. Boah, das muss ich speichern. Das war eine Katastrophe. Ich weiß, wieso ich diesen Raum irgendwie negativ in Erinnerung hatte. Ich weiß es wieder. Neuer Command kommt in der Infirmary, hast du ja gesagt. Da gibt's einen. Ähm. Please don't sit anymore. Okay, I'll leave. Danke. Ja, das hier der Utility Room, der Mechanical Room oder so. Ähm. Where should I go? Go to Infirmary. Left, okay. Go to Infirmary. Go to Infirmary? Go to Infirmary? The Infirmary. Infermary, okay, sorry. Kann kein Englisch. Run. Yes. Infirmary. 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 Okay. Englisch gelernt. Oh, ich erinnere mich an den Raum. Hm. Diese ganzen... Dinger... Diese ganzen Dinger... Diese ganzen Dinger konnte man, glaube ich, öffnen. Lass ein Operator. Anything else? Dead Bodies. Dead? Well, of course. Are there any others? Ähm. Äh. Hot Nurses. Oh, so you like Nurses. Well, okay. Come on, more guesses. Äh. Doctor Games. You can find that anywhere. Is there something... Alter, es gibt. Es gibt. Es gibt. Du hast den wichtigsten Moment verpasst. Even if the sun cuts the shadow, you will monopolize. Stuff you'd find in an infirmary. Ich hab's wieder vergessen. Ähm. Alcohol. Yeah, disinfectant always stings on cuts or scrapes. Are there any more? Hm. Inflammable substance. Blatt. Tell me some things you'd find in an infirmary. Ähm. Bandages. Bandages. There'll be some for certain. Can you manage one more guess? Scalpel. Scalpel. Das ist ja wirklich Englisch. Das ist ja wirklich Englisch. Das ist ja wirklich Englisch. Ähm. Ja, let's see. Being a medical remote should be chemical. Englisch kann so einfach sein. Einfach deutsche Wörter wie Englisch klingen lassen. Oh. Listen Operator. There's got to be a weapon we can use to kill that spider. It's, uh, that weapon's name. What was it now? Um. What was its name now? Uh, what was it called, that thing? I can't remember. Hey, Operator. Can you name some weapons that you know? Hans, get the Flammenwerfer. Operator, can you tell me the names of weapons that you know? Ähm. BFG. Big fucking gun. Hm. Nothing like an explosive. Ähm. Would you say the names of other weapons? Zwille. Handguns and stuff. Zwille is stark. Ähm. You know that, ähm. Ähm. Mycenary Swords auf Sharp geskillt. Ein guter Zweihänder plus 15. Uchikatana. Ähm. Rakatenwürfer. Operator, can you tell me the names of weapons that you know? RPG. Something like a landmine. Ähm. What was it called now? Siehst du, so ein wierer Daxos-Zweimensch. Okay, wenn sie ein Daxos-Zweimensch ist, dann, dann, äh, warte, pass auf. Degen. Ähm. Ne, mag sie nicht. Rapier. I've never used my body as a weapon. That's not what I meant. Tell me the names of some weapons. Your body? I've never used my body as a weapon. That's not what I meant. Tell me the names of some weapons. Ja, hier, Rapier. Heißt doch im Englischen Rapier. Ähm. Ak-47. Machine guns and stuff. Ähm. Rapier, genau. Grenade. A grenade or something? Ähm. Molotov cocktail. Molotov cocktail. Oh, ich dachte, wir finden Alkohol, machen eine Gaudi. Ähm. So. Wir gehen mal zum Operating Table. Go to Operating Table. The Operating Table. Okay. Warum ist die so excited darüber? Ja, weil wir gerade ein Rätsel gelöst haben. Operating Table. Hä? Okay, kommt jetzt ein Flashback. Sorry. It's nothing. It really is nothing. Okay. Listen. Strong memories. Do you know what I mean? Okay. And. Do you want to talk about it? Do you want to talk about it? Hä? Well, I just asked you if you had any really strong memories. Ach so. Ähm. Strong memories. Ich hab alles vergessen. Mein Gehirn ist jeden Tag ein Freeset. Ähm. One day in my childhood. I had a game. Now is not the time to be talking about that. There doesn't appear to be anything here. Come on. Let's check somewhere else. Wow. Eiskalt einfach. Stop. Yes. Wow. Die miese Sau, ey. Ähm. Go to desk. The desk. Okay. Ja, dann reden wir halt nicht über unsere Erfahrungen. Okay. Ähm. Check the drawer. Drawer. This one, right? Das glänzt so schön. Aha. Was ist das? Trinkpäckchen? Oh. It's a doctor's ID card. Oh, ID card. Okay. Für die Schränke wahrscheinlich. It looks useful. Ah, die Fresse Schneeflocke. Ähm. Check the shrink. It's from an employee checkup. But to have someone look inside your body. Not for me. Check the... Check the... Check the... Check the freezer. Do what with what? Ist das ein Freezer? Check the freezer. Do what with what? Check the shelf. Are you talking about this? Mhm. Was heißt das? Kabinett. Open the Kabinett. It's already open. Äh. Check the cabinet. Hm. There's only anti-nausea medication. Okay. Check the monitor. Are you talking about that? Turn on PC. There's nothing wrong. It's just not turned on. Turn on the PC. There's nothing wrong. It's just not turned on. Dann geh' ich halt so. äh, Roy, dankeschön für 36 Monate ähm, bed go to the bed the bed, okay gibt's Konami-Code per Strafsteuerung I mean, es war doch ein Konami-Game, ne gib mal schreib mal Konami-Code in den Chat also ich kenn ihn ich will nur kurz testen, ob du ihn kennst es ist ein Bed für Resting es scheint nicht, dass es überhaupt nicht benutzt wurde es ist nichts hier wir schauen uns weiter ok, dann gehen wir go to Case 1 Case 1, ok ich mein mich zu erinnern, dass da Monster drin waren in den falschen Cases ab, ab up, down, down, left, right, left, right, b, a, start up, up, down, down, left, right, left, right oh nein, nein, ich drück hier gar nichts, Alter ich geh jetzt nicht, zurück zu Titel nein, 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 nein ähm ähm check, äh, check, check, check check the input input table die save point, ok stop ok, run Dann speichern wir kurz. Naja, schon schwache Cheater eigentlich, ne? Ich hab ja gerade den Code für Strachsteuerung gemacht. Ging nicht. Und Best of Game. Dankeschön für 13 Monate. Vielen, vielen Dank. Weil ich krank war, nicht lange dabei. Wie war dein Umzug? Du kommst genau perfekt. Mein Umzug ist jetzt langsam aber sicher zu Ende. Das ist der zweite Stream aus der neuen Wohnung. Also ja, lief alles gut. Hat nur etwas länger gedauert als gedacht und geplant. Go to Case 1. Case 1. Run. Okay, yes. Check the card reader. If there's an attached card reader, will I be able to use it with a card key? Wir haben card key. ID, card... Oh mein Gott! Meine Lampe ist runtergefallen. Habe ich mich erschreckt. Habe ich mich erschreckt. Habe ich mich erschreckt. Junge, das ist nur so eine... ...schön warmes Licht. Und ich habe das nur so mit doppelseitigem Klebeband geklebt. Habe ich mich erschreckt. Habe ich mich erschreckt, Junge. Habe mich auch erschrocken. Okay. Use the security card. Use the ID card. Okay, got it. I'll try that. Now all that's left is to toggle the switch. It's all yours, operator. Okay. Da sind sowas von Monster drin, oder? Boop, boop! Okay. Hm. Ähm... What looks good? Huh? What's this? Oh! Heel capsule. It's a Heel capsule. Yeah! Okay. What else? Just pills and creams. There's nothing we can use. Let's go. Go to... Go to case two. Case two. Run. Okay. Yes. Okay. I'll use the ID card. Nicht wirklich, ne? Jedenfalls nicht so gut. Okay. Now you can disengage the locks. Oh. Switch. Da sind Monster drin. Ich wusste es. Head shoot. Go back. Spin the gun. Low kick. Head. Stomach. Run. Number two. Mouth. Head. Stomach. Stomach. Number one. Number one. Mouth. Mouth. It won't hit. Head. 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 Shoot. Shoot. Spin the gun. Reload. Reload. Number three. Number three. Mouth. Where should I aim? What should I do? Mouth. Number one. Number one. Mouth. Mouth. Head. Back. 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 Stomach. Stomach. Number... Mouth. Stomach. Stomach. Oh Baby, war das ein geiler Kampf oder was war das hier? Es war ja viel zu clean. Okay. Go to case three. Case three. Okay. Okay. Rotzlott wäre stolz, ja. Okay. Ich habe irgendwie gehofft, dass Spin the Gun bedeutet, dass die jetzt irgendwie so einen Sprühschuss macht. Okay. So, sie das Ding dreht und dann so einmal den Clip entleert und dabei macht. Aber es wäre ja gar nichts. Es war einfach nur Style. Und der Lowkick bringt auch gar nichts. Irgendwie. Hm. Der Schiff scheint es um zu Ointments und Motionen zu sein. Haltkohol? Oh, Hammes. Ist das? Hier ist es. Alkohol. Ich habe so Ointments. Ja, die bringen mich immer zum Ointen. Ich habe es gesehen. Alkohol und Magnesium. Owen sagte, dass der Spieger ist vulnerable zu Feuer. Aber er hat einen Flamethrower benutzt. Ich frage mich, ob ein Molotow-Kacktail wirklich den Job machen würde. Aber es gibt keine Wahl. Das wird es tun. Hey, Operator. Ich finde es ein bisschen schwer zu glauben, dass diese Monster eigentlich Aliens sind. Verrückt, oder? Ja. Ist ja verrückt. Nein, es ist okay. Es ist okay. Insofern. Wir müssen uns erst etwas über den Spieger machen. Okay, das ist kein Movie. Okay. Jetzt können wir diesen Monster-Spider exterminieren. Wir haben auch diesen Magnesium-Chip in der Erwerbung gefunden. Wir sind bereit, um diesen Spider zu kämpfen, oder? Ja. Aber hier muss ich noch ein Ding jetzt finden. Einen Zettel. Mit einem neuen Befehl. Gehe nach Case 4. Case 4. Okay. Run. Ja. Okay. Ich werde das ID-Karte benutzen. Weiß ich nicht. Jetzt kannst du die Locken nicht verletzen. Gehe nach Case 5. Gehe den Schnapp. Nein. Das sollte das öffnen. Ja, dann mache ich halt auf. Mein Gott. Da sind Monster drin, ja. Die Enemies haben sie verletzen. Run. Ja. Mouth. Was soll ich jetzt tun? Nummer 2. Nummer 2. Tongue. Where should I aim? Count. Tongue. Run. Ja. Run. Ja. Run. Number 3. Number 3. Mouth. 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 Yes. Number 2. Number 2. Tongue. Hey, what should I do? Äh, werde ich. Why don't you do something? What? Heel Capsules. Run. Yes. Use Heel Capsules. Heel. Run. Run. Yes. Back. I can't do anymore. Number 2. Watch closely and guide me. Mouth. Mouth. Number 3. Mouth. Number 3. Where? Ah, werde ich. Dodge. Back. Back. Stomach. Number 2. Eye. Number 2. Eye. Number 1. Mouth. 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 Tongue. 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 Dodge. 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 Flee recover. Recover. Dodge. Puff. Yeah. Dodge. Eye. Eye. Dodge. Watch closely and guide me. Dodge. Run away. Yes. Number one, stomach, mouth, dodge, run away, mouth, stomach, mouth, stomach, run away, number one, mouth, mouth, stomach, run away, stomach, run away, run away, I can't do anymore, back, turn right, right, mouth, stomach, mouth, mouth, head, shoot, 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 run, recover, mouth, head, reload, mouth, head, 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 kick dich, low kick, low kick, kick dich, head, shoot, shoot, run away, stomach, head, head, stomach, shoot, 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 run away, reload, shoot, 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 stomach. We can finally move on. Ist es nicht irgendwelche Instruktionen? Ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn die auf mich drauf springen, was ich dann sagen soll. Boah, dieser Handgegner, während aber noch ganz viele andere daneben sind, ist echt schwierig. Hä, Keks, meintest du nicht, hier ist ein Befehl in der Infirmary? Oh, ich habe hier keinen gefunden. Go to save point. Stopp. Ja, hier ist einer, aber wo? Ich habe alles abgecheckt. Operating table? Run. Oh, ja. Let's check the box. Let's check some where else. Go to bed. The bed, okay. There's nothing here that we need. Let's check somewhere else. Go to desk. The desk is the desk? Ja, sag man bitte. Run. Yeah. Check the box. check the book are you talking about that read the medical book under zero g conditions the blood system aber ich habe doch hier alles schon angeschaut und hat keine bilder ich habe gesagt turn on the pc die sagt ja pc ist aus turn on the pc turn on monitor are you talking about that turn on computer the pc i don't know what you're saying turn on the pc there's nothing wrong it's just not turned on turn on the computer there's nothing wrong it's just not turned on switch on pc switch on pc there's nothing wrong it's just not turned on ich kann selber anklicken so you turn on the terminal it's frozen we can't get data from this what is this this word sexy pose it says go back okay stop stop yes sexy pose what like this zoom in jetzt geht live land ist richtig los sexy pose what like this sexy pose what like this seid ihr fertig jungs kann ich weitermachen ja ne go to save point the save point run yes zweimal noch ich mach mal halt einen anderen speicherpunkt okay weil kann sein dass wir den gleich nochmal neu laden müssen ich hab da jetzt irgendwie drei heilungen verschwendet früher so drei gegner stand up okay okay i got it already got it already go to hallway okay i'll leave abad mit shatter key bekommen bin mir gar nicht sicher i'm fully prepared to defeat that spider it's on the other side of shutter 4 4 run to shutter 4 shutter 4 okay ich bin tot chat und sonst ach ja naja ich kann jetzt mit sexy pose sterben voll gut sie ist komplett ready okay okay here we are on the other side of the shutter that spider things waiting all right it's do or die time are you ready i'm ready let's do this yep operator operator listen carefully i'm gonna throw the molotov cocktail right into that spider creature's mouth listen the bottles too heavy to throw very far and i need to time my throw with the opening of its mouth i need you to watch the spiders movements on your monitor and give me the signal to throw when you give the signal i'll throw the molotov cocktail if i wave this around the spider won't be too eager to get close there's only one molotov cocktail if we blow it i'm as good as dead okay it's time to waste that spider what's the signal signal is sexy pose shutter watch closely and guide me sexy pose now wieso fällt die bam hasta la vista baby wir waren schon in diesem schrecklichen lagerraum ja wieso ach ne du meinst was anderes ne das kommt noch das kommt noch das kommt noch ne ne das ist hier you're going to hide the pain harrod don't patronize me don't patronize me how delightfully forthright of you to say and what is your name it's on my name tag who are you oh my so very brusque well it can't be helped after facing such a fearsome creature unfortunately i am partly to blame my name is joe powers i am the research supervisor of the testing ward what happened here isn't a total surprise much of this was top secret much of this was top secret you see my assistant alan became aware of an approaching ufo last year nobody believed him but me i had opposed the opening of this hotel but jsl refused to heed my warnings in preparation for possible disaster i kept a rescue team on standby they are on their way here now you should make your way to the receiving port i will catch up after i find alan i found your assistant unconscious in the sun suite good news is alan safe i wouldn't know there's even a good chance he's dead you need to hurry what oh heavens but that's terrible das war der freak ne der sich tot stellt und man sein laptop nicht anfassen darf der kick scheiße was ist los was diese ich hab nur bla 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 ich schließe komplett am stück ja das dauert noch ein bisschen da kommen noch crazy plot twists dann geht es richtig ab okay wir sind jetzt ach so zwischen vier und fünf ne ja go to restrooms the restrooms okay oh ich weiß was jetzt kommt run ich weiß was jetzt kommt ich weiß was jetzt kommt die restrooms es werden gleich alle spiegel abgeknallt das ist so random jetzt die stelle ja ja Wenn du die in der Welt sterben, dein Leben überwindenst, dein Leben überwindenst. Der Rest Room und der Gaststätten? Da sind diese Spooky Rumors. In der Nacht, obwohl es nicht mehr zu sein, du kannst den Sound der Musikbox hören. Als sie an den Outer Wallen gebaut wurden, Einfach so random Gruselgeschichte. Ich habe Angst vor Ghost Stories. Ja, ich bin sehr gut. Ich habe einige Gruselklub-Bücher gelesen. Das ist sehr gefährlich. Ja, ich bin sehr gut. Ja, ich bin sehr gut. Schwach. Und jetzt. Was? Was? Was war das Geräusch? Ich habe es nicht gedacht. 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 Ich habe sicher, dass ich es gehört habe. Die Ruhmungen? Die Wahrheit? Die Wahrheit? Nein. Ich kann nicht, Operator. Hier. Nein. Ich kann nicht mehr hier weiter gehen. Bitte. Können wir hier hier zuhören? Ich werde deine Leidung sein. Okay, ich gehe zurück. Hallo? Ich dachte, das soll sie motivieren? Sie... Sie so, okay, dann gehe ich halt zurück. Ähm... Go to Men's Restroom. Die Men's Wash Stands. Okay. Okay, dann halt Wash Stands. Okay, sie taht sie auf beide Seiten. Ich kann nicht, Operator. Ich kann nicht, Operator. Ich kann nicht, Operator. Nein. Ich kann nicht mehr weiter gehen. Ich kann nicht mehr weiter gehen. Wir können uns hier aufhören? Wir können uns hier aufhören? Dein Herz ist deinem Geist, deinem Geist sein. Es ist nichts. Du mich nicht. Du mich nicht. Nein. Je näher du am Licht stehst, desto größer ist dein Schatten. Really? Mhm. Do you think it would be okay? Mhm. Es ist wichtiger, welche Freunde wir auf dem Weg getroffen haben. So what? Gib niemals auf. Well, I know, but... Glaub an dich selbst. So what? Go in the men's restroom. So what? Sag mal Boo. Boo! Okay, I'll go back. Go to the men's restroom. Yes. No. No. I can't, Operator. I can't go any further here. Please. Can we stop looking here? Okay, I know, I don't... I don't... You know, I don't kling wie Herr. Wie... Wie him. But imagine, my voice is like the voice from Optimus Prime in Transformers. Okay? But it's scary. I don't like it. Okay, da jetzt rein. I'm listening. Please, can I get out of here soon? No. But it's scary. I don't like it. I'm with you. That's easy for you to say. Would it really be okay? Yes, we will do this together. Yeah, you're right. It's scary, because we don't know what it is. Okay, I'll go. I'm really afraid of that. Toilette. Die sind ein bisschen gruselig mit diesen komischen hängenden Toiletten, aber das ist nicht schlimm. Go to man's washstand. The man's washstand. Run. No. I'm scared. Okay, dann run halt nicht. Go to man's washstand. The man's washstand. Okay. Break the mirror. I don't know what you mean by that. Shoot the mirror. The mirror? Which one? Shoot the middle mirror. Damn, 029. Something's written on the wall. 029. I wonder what this number is. Look in the bin. Huh? Do what with that? Look inside the bin. It's only biodegradable trash. Ach so, biodegradable trash, Alter. Shoot the left mirror. It shattered beautifully. And that's it. Shoot the right mirror. It shattered beautifully. And that's it. It shattered beautifully. And that's it. Go to man's stall. The man's stalls. Okay. Check the left stall. Um. There isn't. Yeah, I know. There isn't anything. Open the left stall. Okay, I'll open it. There... There's... There's... Nothing here. Yeah, it's good. No, nothing. We're done with this one. No problem. Check... Open the second stall. Which stall was that? Open the second stall. Which stall was that? Open the second stall from left. Gleich kommt die Maulen im Württel. Hey, I'll open it. Fast. Please. I don't have time very much. Aha! Upgrade! Wait! That... That... That was scary. Phew! Oh, look! The chip! Phew! Check the right stall. Okay, I'll open it. I'll open it. I'll open it. I'll open it. There... There's... Nothing here. Boah! Junge, bitte! Oh nein! The enemy has been fighting. Run away. Yes! Mouth. Mouth. Number three. Number three. Mouth. Mouth. Head, head, head. Head, head, head. Mouth. 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 Yes! 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 Go! Yeah! Go! Stand! Go! Yes! Go! Go! Head, 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 reload, run, flee, recover, flee, recover, flee and recover, flee and recover, flee and recover, heal capsule. The End An dem Kampf scheitern viele, ach so. Ja, ich habe jetzt einen Speicherpunkt vorher genommen. Check the card reader. Are you talking about this? Use the card. What should I use? Habe ich die noch gar nicht hier? Go to desk. The desk, okay. Run. Run. Yes. Ne, habe ich hier schon. Oh, so you turned on the card, war doch auf dem Klo. It's frozen. We can't get data from this. Huh? What is this? Aha. This word. Sexy pose, it says. Was zu Klo. Go to case one. Case one, okay. Run. Yes. Use the card reader. A card reader is something that you use, isn't it? Ach, ich muss erst anmachen. Oder? Ne. Hä? Hä? Der hat doch schon in die Card, da. Use the ID card. Okay, got it. Ich muss die ID card sagen. Bei der leichten. Du bist schon zu weit, Draghi. Wieso noch nicht so weit? Ich muss gleich die Monster wieder Molotow in den Mund werfen. Ich muss erst mal Molotow craften und dann die Monster wieder Molotow ins Maul werfen. Wir haben jetzt ein bisschen Progress verloren. Okay. Ähm. In Case zwei war ein Monster drin, ne? Was sieht gut? Huh? Was ist das? Es ist eine Healcapsule. Ich glaube, drei war das Key Item. Ich glaube, auch zwei und vier. Let's go. Go to Case three. Case three. Okay. Run. Yes. Okay. I'll use the ID card. Danke. Okay. Äh, Toilette war in die Monster ganz rechts, ja. Aber so weit sind wir noch nicht. Was geht's eigentlich in dem Spiel? Mutanten. Böse Monster Mutanten aus dem Weltall. Der Schiff scheint für Ointments und Motionen zu sein. Ointments? Oink, oink, oink. Huh? Ist das? Hier ist es. Alkohol. Skipp den Cutscene, bitte. Wir können das nutzen, um sie alle mit Hilfe zu machen. Konami, bitte, skipp den Cutscene. Let me see. Es kann ein Run sagen, ja. Alan hat gesagt, dass der Spide ist vulnerable zu Feuer. Aber er hat einen Flamethrower. Ich frage mich, ob ein Molotow-Kocktail wirklich würde das jobben. Aber es gibt keine Wahl. Das wird es tun. Hey, Operator. Ich finde es ein bisschen schwer zu glauben, dass diese Monster eigentlich sind Aliens. Ich meine, ich meine, ich meine, ich meine, Aliens attacken Menschen. Das ist nicht ein Film. Und... Nein, es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Insofern, wir müssen uns etwas über den Spide zu machen. Es ist fertig. Okay. Jetzt können wir diesen Monster-Spider exterminieren. Wir haben auch den Magnesium-Chip in der Erwerbung gefunden. Wir sind bereit, diesen Spider zu kämpfen, oder? Dann gehen wir. Run zu Case 5. Case 5, okay. Okay. I'll use the ID card. I'm just glad of the creepy story. Okay. Now you can disengage the locks. Hello? Hello? Whoa! What is that smell? Wieso ist dieses Spiel nur so langsam? So, jetzt haben wir einen guten Safe, mit allen Heilungen noch. Jetzt erzählt die mir wieder, was ich machen soll. Ich bin voll vorbereitet, um diesen Spindern zu töten. Es ist auf der anderen Seite von Shutter 4. Riechen zu Shutter 4. Shutter 4, okay. Okay. So. Spätestens wenn du ausrastest und sie durchbeleidigst, weil sie nicht das tut, was sie tut, dann wachen deine Eltern auf. So. Jetzt erklärt sie nochmal, was wir machen müssen. Okay, here we are. On the other side of the Shutter, that spider thing is waiting. Sexy Bob's. Alright, it's do or die time. Are you ready? I'm ready. Yep. Okay. 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 Okay, let's go. Okay. Okay. Operator, listen carefully. Ich werde den Molotow-Kocktail direkt in die Spider-Kreatur geben. Hör, die Bautel ist zu schwer, um sehr weit zu spüren. Und ich brauche meine Spiegel mit der Öffnung ihrer Mischung. Frau, bitte! Ich brauche Sie, um die Spiders' Bewegungen auf Ihren Monitor zu sehen, und mir das Signal zu spüren geben. Wenn Sie das Signal geben, werde ich den Molotow-Kocktail geben. Wenn ich das umgehebte, wird der Spiegel nicht zu glücklich sein. Es gibt nur einen Molotow-Kocktail. Wenn wir es umgeheben, wird es gut sein. Okay, es ist Zeit für die Spiegel. Danke für die 32 Monate. Vielen Dank. Let's go, Operator. Huh? Hey, watch closely. It's a threat of the fire. We're supposed to be closer. Now. Ich gehe pinkeln. Der Gerne² Der Gerne. Dann limpier mich nicht. Ich mache tirescht. Ja. Oh, der Euch ist noch ein Hund. Wie ist das? Das war's für heute. Ha 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 ha, how delightfully forthright of you to say. And what is your name? It's on my name tag. Who are you? Oh my, so very brusque. Well, it can't be helped after facing such a fearsome creature. Unfortunately, I am partly to blame. My name is Joe Powers. I'm the research supervisor of the testing ward. What happened here isn't a total surprise. Much of this was top secret. You see, my assistant, Alan, became aware of an approaching UFO last year. Nobody believed him but me. I had opposed the opening of this hotel, but JSL refused to heed my warnings. In preparation for possible disaster, I kept a rescue team on standby. They're on their way here now. You should make your way to the receiving port. I will catch up after I find Alan. I found your assistant unconscious in the sun suite. Goodens. Is Alan safe? I wouldn't know. There's even a good chance he's dead. You need to hurry. What? Oh heavens, but that's terrible. What? Oh heavens, but that's terrible. A major wobble was detected in the space station's rotation. The station was placed on emergency status. Although the wobble will not interfere with its orbit. The gap section, however, had to be completely sealed off. This completely blocks the way again. But good thing this section wasn't sealed off. Not much else we can do besides obtaining a shutter key. Is the woman ready? Aren't there any instructions? Do you want to go to the restrooms? The restrooms? Right. Okay, yes. Hoffentlich kommt jetzt keine Gruselgeschichte, man. Ich hab voll Angst vor Gruselgeschichten. Ich bin keine Leiche auf der Toilette. Mir geht's gut, ich lebe. The lights seem to be out in the back. Badabada-boo-boo-boo-boo Listen, do you know the story? No, I do. That if you die in space, your soul wanders through space forever? What? In space forever? The restroom in the guest section? Well, there are these spooky rumors. Also, sprich, Gott hat nur Zugriff auf die Erde. Wenn du die Erde verlässt, dann bist du nicht mehr in Gottes Territorium. You can listen to the sound of a music box. Dann kannst du nicht mehr Himmel-Hölle oder so kommen. So, dann bleib vielmehr im Space. Es gab ein Erkrankung, das mit einigen Arbeitern betrifft und die drei verloren waren. Die zwei wurden mirakulose geschlossert, aber der letzte Arbeiter wurde nie zurückgekehrt. Dieser Arbeiter, sagte er, er hat einen Pendant mit einer Familie-Photo und einer Musikbox. Zeig mal den Atem in die Kamera. Wie alt ist das Game? Äh, PS2. Keine Ahnung, 2004 oder so. Ich glaube in Ghost. Bist du überhaupt nicht zu hören? Ich glaube in Ghost. Bist du überhaupt nicht zu hören? Oh. Hm. Ich glaube auch nicht in Sachen wie das. Ich glaube, ich mag das so. Was? Was? Ich habe auch gar nicht gesehen, dass das ein Safe-Safe-Safe-Safe-Point ist. Was war das Sound? Was? Ich habe auch gar nicht gesehen. Ich habe auch gar nicht gesehen. Ich habe auch gar nicht gesehen, dass die Ruhmere, die wirklich wahr sind. Ich habe auch gar nicht gesehen. Ich habe auch gar nicht gesehen. Ich habe auch gar nicht gesehen. Ich kann nicht mehr hier weiter gehen. Bitte. Ich habe auch gar nicht gesehen. Ich habe auch gar nicht gesehen. Aber es ist schrecklich. Ich habe nicht gesehen. Wir müssen doch gesehen. Okay, ich gehe zurück. Nein! Go to Safe Point. The Safe Point, okay. Okay, zum Safe Point geht es hier, ohne Angst zu haben. Okay, nice. Sehr gut. Dann haben wir das schon mal durch. Dann müssen wir das nicht noch ein drittes Mal machen. So, die ganz rechte Toilette bei den Männern war besetzt. Da wollen wir nicht rein. Wir wollen niemanden stören beim Kaken. Aber was mit der Frauentoilette? Go to Girls Restroom. Go to Girls Restroom. Okay, I'll leave. Oh mein Gott! Where should I go? Go to the Restrooms. The Moonsuite. Okay. Go... Go to the Restroom. The Restrooms. Okay. Was für Moonsuite, Alter. Go up. Go to Men's Restrooms. The Men's Restrooms. Genau. Genau das meint ich. Run. No. Okay, dann rennen wir nicht. Dann gehen wir ganz langsam. Go to Men's Stalls. The Men's Stalls. Okay. Was genau will sie jetzt von mir hier hören? No. Vorhin habe ich einfach irgendeine Scheiße auf Deutsch geredet. Und sie hat... Sie hat... Sie hat... Sie ist da war damit okay. Nein. Ich bin mit dir. Das ist leicht für dich zu sagen. Ist es wirklich okay? Ja. Ja, du bist richtig. Es ist schade, weil wir nicht wissen, was es ist. Okay, ich gehe. Es ist schade, weil wir nicht wissen, was es ist. Ich bin wirklich erschrocken, du weißt. Geh zu den Männern. Die Männern. Okay. Boah, wie lange sie steht. Okay, das zweite. Check the second stall from the left. Da war ein Chip drin. Ach, open muss ich so nicht checken. Open the second stall from the left. Okay, ich öffne es. So. Sollen wir noch den dritten checken? Also im vierten sind ja Monster drin. Wollen wir noch den dritten checken? Das war schade. Das war schade. Puh. Puh. Da könnte ein Wort drin sein, ne? Oh, schau. Eine Chip. So was wie ein Backflip oder so. Check the second stall from the right. Okay. Okay, ich öffne es. Bitte keine Monster. Bitte keine Monster. Bitte keine Monster. Bitte nicht. Run away. Bitte. Nein. Es ist nichts hier. Oh, okay. Nein. Nichts. Wir sind mit diesem. Kein Problem. Nur der vierte ist schlimm. Okay. Check the man's washstands. The man's washstands. Okay. Ich sehe es schon kaum. Gleich sage ich irgendwas, was sie falsch versteht und dann die vierte Tür öffnet und dann kommt Monster. Break the mirror. Break the middle mirror. Mülleimer heißt. Something's written on the wall. Trashcan. Zero, two, nine. I wonder what this number is. Look inside Trashcan. It's only biodegradable trash. Aber wieso wird das nicht akzeptiert als Check Trashcan? It's an ordinary trashcan. Okay. Jetzt wird's akzeptiert. Okay. Okay. Go to girls washstand. The washstand's over here. Run to girls washstand. The washstand's over here. Go to girls washstand. The washstand's over here. Go to girls restroom. The washstand's over here. Go to girls restroom. The washstand's over here. Go to girls restroom. The washstand's over here. Yes. Yes. Go to girls restroom. Yes. Stop. Yes. Go to girls restroom. Yes. Where should I go? Go to the restrooms. Guestroom five. Okay. Go to the restrooms. The restrooms. Okay. Okay. Ich glaube, das ist nicht women. Ich glaube, auf der Karte standen girls. Girls restrooms. Ladies. Ladies restrooms. Go to ladies stalls. It's the ladies stalls. Ladies. Ah. Nicht girls. Moin Meister. Moin. Hier können ja überall Monster drin sein, ne? Go to ladies washstands. The ladies washstands. Okay. Hier ist, glaube ich, ein bisschen mehr Platz zum Kämpfen, oder? Als bei den Männern. Boah, wie lange. Check the trashcan. Da ist was drin. It's an ordinary trashcan. Look inside the trashcan. There's only trash in it. Ne. Ha. So. What's this? Autofire, it says. Autofire. Ooh. 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 Shoot the middle mirror. It shattered beautifully. And that's it. Shoot the right mirror. There's nothing wrong. on the trashcan. Shoot the right mirror. It shattered beautifully. And that's it. Shoot the left mirror. It shattered beautifully. Okay. It shattered beautifully. And that's it. There's nothing wrong. Go to ladies stalls. die dennis 2 dankeschön für fünf monate vielen dank ja use heal capsule use heal capsule use heal capsule heal capsule recover use heals capsule use heal capsule back go back okay let's go somewhere brighter stop stop yes make a p go up okay stop yes use heal capsule yes go to save point the save point okay die toilette ist so langsam wenn ich jetzt wieder irgendwie sterben sollte junge go to ladies restroom the ladies washstands okay go to ladies stall it's the ladies stalls doch wie lange check the right door okay i'll open it okay there's nothing here ja bei männern habe ich eine tür nicht geöffnet weil da monster drin sind ich bin vorher an denen gestorben deshalb weiß dass monster drin sind open the left stall okay open it okay oh oh okay i don't want to check this place anymore war es richtig also du meinst diese code türen ja die hat ja nicht also ich denke mal diese braun der braun mit kurs auto fire mouth head auto fire run reload stomach stomach mouth head run 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 mouth mouth run mouth stomach okay let's move on okay open the second stall from the left aber auch in den kopf nicht ja ich denke mir das ist also wir brauchen einen zweiten part für den kunden ist weil wieso gibt es hier männer toilette und frauen toilette aber der einen seite ist ein code auf der anderen nicht okay scheint auch wirklich nur auf einer seite kursen also ich habe so mein gamer sense aktiviert und mein gamer sense sagt mir wir brauchen also der code ist nicht vollständig so check the key door okay you know i really am scared don't say anything stupid you jerk okay check the closed door are you maybe talking about that close it open close it door which stop was that open close it door which stop was that go to close it okay the closet 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 ja drei zahlen sind irgendwie für den code jetzt darf ich code machen probieren wir mal 0 und der code war ja bei den männern also gestern wird hier nicht funktionieren oder oh ok okay okay listen operator it the sound is coming from this closet isn't it shoot the door shoot the spiel there's no mistake that sound is coming from in here i i'll open it danke and we get you from the line on look oh oh hey what should i do shoot shoot the closet i have to check inside before i close it check inside take the letter i don't want to touch it look at the pendant there's there's some writing on it i think check the note there's there's some writing on it i think shoot the note i'll pass thanks read the note danke oh there's a shutter key wait a second rio gotcha he he was it scary i made that story up huh i thought that rio'd fall for it and come snooping please bring back my pendant from meg a prank meg was just pulling my leg what's a story but i can't give this back to her the monster got her in the restaurant it's a shutter key now we can advance we are in space we are in space in a hotel where monsters run and the developers are not a cool story than a prank on the toilet go to men's stalls the men's stalls the men's stalls ok open the closet which stall are you talking about open the closet which stall are you talking about open the closet i'll open it nein oh ich hab kurz angst gab dass sie die verboten Tür öffnet oh da sind gegner drin fuck man we have been fighting run yes auto fire auto fire auto fire stomach 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 run yes number two number two mouth stomach stomach mouth 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 okay pooh pooh ra ra ok go to save point the save point ok ja des dinges wenn die halt nicht doof steht was du ja nicht kontrollieren kannst wo sie steht du kannst nur sagen yo run away flee oder so go left go right du kannst nie hundertprozentig sagen wo die dann am ende steht wenn die halt mal gut steht dann kann man das schön und vernünftig mit geduld machen und die alle runter kloppen aber wenn die halt so rum rennt wie so eine dumme und die ganze zeit in die gegner rein rennt dann willst du wieder weg von den gegnern sie rennt dann von diesen gegnern zu den anderen gegnern rein und dann bist du die ganze zeit nur von gegner zu gegnern und bist gar nicht am schießen und die springen alle auf dich drauf go to hallway leave the room ok na ich mach die letzte tür zu dich auf so wofür haben wir jetzt den shutter key where should i go ich denk mal shutter 5 ne go to shutter 5 shutter 5 shutter 5 shutter 5 shutter 5 oi wie eine angst blau ist kratze ist geschmack ich weiß nicht mal nach was schmeckt lau ist kratze ist das ist blaubeere Was haben wir hier? Wir haben jetzt hier Guestroom 5. Mehr haben wir hier gar nicht. Go to Guestroom 5. Guestroom 5. Ja. Gar nicht mal okay erlaubt zu sein. Boah, eigentlich wäre es smart, wenn ich so ein Mikrofon hier an das andere Mikrofon dranmache oder so, ne? Dann muss ich nicht die ganze Zeit das Mikrofon halten. So. Left eye, middle eye, right eye, shoot. Ich hab dir nicht gedacht, ob du sonst einen Backclip machen soll. Left eye, right eye, middle eye, shoot. Left eye, middle eye, right eye, shoot. Left eye, middle eye, right eye, shoot. Left eye, middle eye. Red eye, autofire. Mouth. 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 Das war ein Pushover. Boah. Crazy Gamer. So, wo soll ich zu checken? Sag mir bitte. Ich hab' einen Backflip gemacht, den ich nicht haben wollte, aber hey. Na komm, ich halt die Scheiße fest. Ähm, was haben wir hier drin? Go to emergency panel. The emergency panel. Okay. Okay. Stark. Kennt es nach mehreren Stunden. Der emergency panel ist in Schambles. Kein shutter key. Wer hat's auch gedacht? Shoot! Der shutter key ist auch nicht hier. Es hat Shoot gesagt. Let's search for it. Shoot the emergency panel. The emergency panel. Shoot the emergency panel. There's nothing here that we need. Ähm. Go to living area. Go to living area. The living area. Okay. Oh, die Sonnenbrille. Die brauchen wir. Ähm. Take on the sunglasses. These don't look useful. I won't take them. Take on. Sagt man take on? Put on the sunglasses. Sunglasses? Huh. There's no direct sunlight in the station. So these are only for show. Put on the wig. Put on the wig? This isn't the right time for dress-up. Schade. Was ist das andere? Was soll das sein? Zoom in. Das ist ein riesiger N64-Cartridge. Take the gigantic N46-Cartridge. The save point. Okay. Nein. Stop. Stop. Yes. Go to living room. This is the living room. Go to living area. The living area. Okay. Ähm. Check the book. Are you talking about this? Oh, das soll ein Buch sein? Newsboard. Check the newsboard. There's text to news scrolling on it. Read the newsboard. The station hotels party just ended a great success. That news is strange. Especially after sending a rescue team. Or is it just because our situation hasn't been released to the media yet? Echt? Wer kennt? Du, Kind. So. Go to bed. By the bed. Okay. Go to bed. So, wir gehen jetzt schlafen. Gute Nacht. Run. Yes. Oi, Flammen. There's a fire here. I can't get inside like this. Huh? There's a shutter key on the dresser. Uh. Listen, is there some way of putting out a fire? There's a fire here. Wow. Did you see how far it flew? Huh? What is that? A fire extinguisher. If only I could. But I can't get the fire extinguisher from here. I can't get the fire extinguisher. The fire extinguisher? I... I'll try it. I'll do it. That wasn't pleasant. Das ist Schlange. Pass auf, Rio. Nehmen die grüne Schlange. The fire's gone out. This will let us open that shutter. Okay. Let's go. By the bed. Go to bathroom. Yep. Go to bathroom. Go to bathroom. Yep. Go to bathroom. Okay. Please go to the bathroom. Okay. Go to the bathroom. Oh, Dunker. Das ist ja Trump. This person must have tried to take refuge here from the flames, but... Äh. Ähm. Shoot the American President. Check the wig. The save point. Nein, stop. Go to the bathroom. Go to the bathroom. I am walking. Go to the bathroom. I am walking. Go to the bathroom. Und dann werden wir jetzt gezwungen, zu speichern. Make lifeline great again. Junge. Go to the bathroom. Okay. Go to the bathroom. The bathroom. Okay. Vielleicht muss ich blehf sagen. Dann passt das besser. Run. Yes. Der hat halt... Ich glaube, ich muss eine Perücke absetzen, oder? Die glänzt. Da. Check the corpse. Er sieht alt. Ich sehe keine Wände. Check the hair. Hair? Whose? This person? Yeah, I'd say the color is blonde. Take off the wig. The living room. Oh, my God. Stop. Go to the bathroom. The bathroom. Okay. Was soll ich dir sagen, Chad, dass ihr das macht? Look at the head of the corpse. There appears to be nothing that's out of the ordinary. Lift the wig. Do what with what? Do what with what? Lift the wig. Do what with what? Lift the wig. Do what with what? Is this real hair? Is this real hair? 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 Whose? This person's? Yeah, I'd say the color is blonde. Pull the hair. I would guess that he's around 70. Take the hair. The mirror is already broken. Do you wear a wig? Do what with what? Do he wear a wig? Do what with what? Sexy pose? Can't that wait a little? Let's check here first. Is this real hair? Hair? Whose? This person's? Yeah, I'd say the color is blonde. I'd say the color is blonde. Search the hair. The mirror is already broken. Corpse hat. I'll walk. Stop. Go to bathroom. The bathroom. Okay. Look at his hat. What should I check? Look at his hat. Are you talking about this? Check mobile phone. It's an ordinary mobile phone. It's too bad, but you can't use it in space. Besides, it's totally wrecked. Call 911. Call 911. I would guess that he's around 70. Look behind Corpse. There appears to be nothing that's out of the ordinary. Turn on the shower. The shower's been wrecked. Toupee. Check Toupee. Do what with what? Look at his Toupee. I don't see anything strange. Low kick the corpse. There appears to be nothing that's out of the ordinary. Look into his hair. The shower's been wrecked. Check Wick. Do what with what? Set him on fire. I'll go out into the hallway. Go to living area. Go to living area. The living area. Okay. Ich will mal kurz gucken, wie das hier genannt wird. Weil hier hängt ja auch eine Perücke. Heißt die auch Wick? Ja, die wird auch Wick genannt. Also wird es wahrscheinlich dort auch Wick genannt. Go to the bathroom. The bathroom. Okay. Run. Run. Yes. Shoot the corpse. There appears to be nothing that's out of the ordinary. Shoot the corpse. Shoot this person? That's a perfectly awful thing to say. Vielleicht funktioniert's, wenn du Iblali sagst. Iblali. Check the corpse. There appears to be nothing that's out of the ordinary. Move the corpse. It's too heavy. I can't. Go to bed. By the bed. Okay. Huh? No. No pulse. Jocho escaped. This person's gone. Check the dress. The dresser. Okay. Nein. Go to bed. Go to bed. The bed. Okay. Check the bath mantle. Check the bath mantle. Are you talking about this? Check the bathrobe. Are you talking about this? Look at the bathrobe. There's no table in this room. There's no table in this room. Shoot the bathrobe. Shooting something like this won't accomplish a thing. Mach's trotzdem. Look inside the bathrobe. Huh? Of what? Take the bathrobe. Huh? Of what? Look inside the bathrobe. Huh? Of what? Check the bathrobe. It's the hotels. They only loan it out to guests who ask for it. Hol doch die Karte raus. Look inside the bathrobe. It's the hotels. There's nothing strange about it. Jonas Gamer. Dankeschön für 10 Monate. Wie heißt da so Tasche, Hosentasche, Brusttasche? Pocket. Das stimmt. Check the pocket of bathrobe. The bathrobe? I don't need that. Look under the bathrobe. And put on the bathrobe? I'm not gonna do that. What are you thinking? Check the pocket. Huh? Of what? Check the pocket of the bathrobe. Huh. There's something inside. Oh my god. It's a chip. So Chat, wir müssen noch das Badezimmer irgendwie klären. Go to bathroom. The bathroom. Okay. Run. Run. Yes. So, wie machen wir das jetzt? Badezimmer ist Endboss. Look behind the corpse. The corpse? Sorry, I don't quite understand what you mean. Lit up the corpse. Shoot this person? That's a perfectly awful thing to say. Take wig. Huh? Wig? What? What do you mean? Please forgive me. Oh. You're right. Huh? What's this? Yes. She sells. What do you think she sells, Operator? Seashells? It tastes like... Meer. She sells Seashells by the Seashore. Okay, und was mach ich damit jetzt? Mit dem Begriff? She sells. She sells. Kann ich so machen, beim normalen. She sells. Can't that wait a little? Back. Let's buy the bed. Nein. Stopp. Stopp. Yes. She sells. So you want to play tongue twister with me? Yes. Let's start with an easy one. Pick up six pick up sticks quickly. Okay, your turn. Pick up six pick ups quickly. Good. Repeat after me. A noise annoys an oyster. But a noisy noise annoys an oyster more. Okay, your turn. A noise annoys an oyster. A noiser, noiser, noister. Awesome. Repeat after me. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? A woodchuck would chuck as much as he could chuck if a woodchuck could. Okay, your turn. game over. You got to go faster than that. Ja, ich bin raus. Was redet die da? Go to save point. The save point, okay. Ich hab schon den zweiten nicht gecheckt, Alter. Dann kommt sie. Chub, 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 chub. Fischers Fritz isn't even final form. Und Luli-Duli, dankeschön für den Prime-Sub. Im achten Monat, dankeschön. Scheinbar heilt sie ein bisschen, wenn du alle drei schaffst. Echt? Leave the room. Go to the hallway. Ja, let's go. Ja, ich weiß nicht, ob wir das jetzt machen müssen. Ich hab genug Heilungen dabei. Run. Yes. So, wie gehen? Shut up six, I guess. It has to be Naomi. Naomi? Naomi? Hello, is this Naomi? Hello? I'm sure somebody on the radio can hear me. Naomi! It's not good, she's not picking us up. Naomi? It's Naomi. It's Naomi. I knew it. It's Naomi. If you see my boyfriend, please let him know. Naomi is fine and safe. Okay, sie is fine. Okay, sie is fine. You can hear me. Find safe here. Naomi is fine and safe. Alles gut. Hätten Sie nicht einfach sagen, wo sie ist, dass wir da hingehen können. Operator, du hast das gehört, oder? Das ist fantastisch. Naomi ist safe. Hörst du, wir finden sie. Geht zu Schuss. 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 Ja. 5, 4, 5 Wo ich nichts sehe? Meine Augen sehen nichts. Right eye, middle eye, left eye, shoot! Left eye, right eye, middle eye, shoot! Left eye, right eye, middle eye, shoot! Let's go! Left eye, right eye, middle eye, shoot! Red Eye Shoot 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 Tail 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 Reload Tail Where should I aim? Tail Tail Mouth 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 That was pretty tough Let's go No hit digger No hit Run to Shutter 6 I am stopped Run to Shutter 6 Yes One lifeline no hit Ne lass mal wieder Lass lifeline speedrun Imagine du bist so gerade PB Pace Ja World Record Pace bist du gerade Und sie die ganze Zeit nur so To the table To the table Leave the room Okay To the table To the bed By the bed Das wäre der maximale Til Junge We have finally made it to here The receiving port is just ahead To the table Nach der Frühschicht schreist immer Left Eye, Middle Eye, Right Eye Shoot I'll check Ich glaube ja Is there anyone here? Chat, wie sagt man auf englisch? Pass auf I'll check in the back If you see anything, tell me Don't screw up Ehm 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 Watch out! Stimmt Watch out! Hey, what's going on? Is it okay to see you? Shoot! Hold up Hold up Hold up I'm so sorry about that Now both of you, please compose yourselves Apparently some of the aliens are humanoid in appearance I lost a good man to one Oh Sorry to hear that You work here, don't you? Okay What is the situation in the hotel? Know anything? I'm not sure what's happening either But I've been told that a rescue team will be arriving in the receiving port Excellent Rescue Team A rescue Team Oh dear, that's wonderful Gibt's hier Autos auf dem Shuttle? Good news, yes Oh, that's wonderful How time But sir, which unit could it be? Perhaps Army Special Forces? If so, that makes this a military incident There was talk that the police department had a task force capable of this type of rescue and extraction If that's the case, and it is the police, we should be able to cover up some of the legal issues that will stem from this incident Still, it's a problem I wasn't informed Oh, yes, of course What's the point of discussing politics at this very moment? Yes, good point By the way, there's a big problem The receiving port shutter is locked and it won't open What's that? What's that? No problem I have an operator backing me up He'll open it for us You can do it, right? Hey, are you paying it? Why can't you? It's just a shutter Am I talking exact? Don't worry, I know you can do it He says he can He says he can He Good news Good, but we aren't the only ones in need of rescuing Get word to the team leader that I won't board the shuttle Yes sir, understood Fine, let's be on our way I never expected to be attacked by Prime Minister Takeyama's bodyguard We both better be prepared for more surprises Sonst gibt's hier gar nix, muss wieder raus Kommt jetzt schon die Caballerie? Schade The door panel appears to have been broken We can't get into the Moonsuite anymore Schade aber auch Ähm The Prime Minister's party is headed for the receiving port Okay We need to hurry Run to the receiving point The receiving port, okay? Oh, port Sie sind an den Gegner vorbeigelaufen und ich nicht? Fl嘴 read G conform Mouth Moth Mouth 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 Stomach tongue Bitch Das ist schwer. Lass uns gehen. Ja. Geh zum Receiving-Port. Das Receiving-Port. Okay. Ich wünsch dir, es würde mehr solche Games geben. Super funny. Generell, dass so wenig Spiele irgendwas mit Mikrofonen machen. Finde ich voll schade. Es muss ja nicht das ganze Spiel mit Mikrofonen sein, aber generell. So, ähm, ja. Geh zum Receiving-Port. Das Receiving-Port. Okay. Oh! Hallo! Tung! 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 Wieso hat sie sich geschossen? Tung! 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 RunOi! 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 Tung! Tung! Zunge! 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 Was soll ich tun? Zunge! 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 Zunge ist halt ein One-Hit, aber bei Zunge muss man halt im richtigen Moment reagieren. Zunge ist halt Insta-Kill bei den Scheißdingern. Ähm... Use Heel Capsule. Ja. Phew. Die meisten Leute nervt sowas leider. Zelda Phantom Hourglass hat ja auch sowas. Ja, aber ich glaube bei Zelda Phantom Hourglass haben die Leute nicht gehasst, weil es den Gimmicks hatte. Ich glaube viele Leute hat dieser Dungeon genervt, den man immer und immer wieder besuchen muss. Und dass man generell das Game mit einem Stylus spielt. Und nicht unbedingt diese kleinen Gimmicks wie, dass du bei manchen Rätseln das Ding zuklappen musst oder pusten musst oder irgendwie was anderes machen musst. Ich glaube das war nicht das, was gestört hat er. Ja. Go to the Receiving Port. The Receiving Port. Okay. Oh mein Gott! What was the hold-up? You had us worried. I'm sorry it took so long. I'll get the Operator to open the main gate now. It's up to you. What's the problem? What's the problem? Check the... Can't you open the shutter? Dear? Check the panels? Panel? What panel do you mean? Check... What should I check? Yeah, okay. Okay. Jetzt geht's ab, chat. Jetzt geht's ab. Okay, let's open the main gate. Deere? Hey, there's no one here! Where is the rescue team? Perhaps they haven't arrived yet, sir. This isn't a good place to be. If we were attacked by aliens in the open... What? Red Eye, Middle Eye, Left Eye, shoot! Middle Eye! All Eye, shoot! We're surrounded. Spin the gun! Who told you about the rescue team? No kick! It was the Supervisor Mr. Powers! I knew something was wrong. But... All of you listen! I'll draw their attention! Huh? When I do that, run! Is he here? So I can't let you go. He's here. He's here. He's here. Take the wing! Take the wing! Listen, how many can you take? Maybe two or three max. Chill, don't touch me. I figured... In that case... More for me. Haha, so is the cool man! So, stirbt der? Open fire! He's here! Ahhhhhhh! Oh no! Ahhhhhhh! Ahhhhhhh! Ahhhhhhhhhh! Er durfte nicht mal was machen, der Arme! Oh... Wir können die helft. Passiert halt, ne? Dumpfgelaufen! Oh yeah! Das ist die Signature aus für Chad. Nicht diese komische Servicekraftanzug. Das ist jetzt ihr Signature-Auto. Yeah! Junge, wie unnötig diese Szene gerade ist. Wie unnötig diese Szene gerade ist. Ja! Operator, hör auf das. Naomi ist definitiv nicht hier. Sie muss warten, um Hilfe zu kommen. Schau, das Rescuteam wird hier schnell genug sein. In der Zwischenzeit, gehen wir Helen Johnson, die Reporterin. Ich kann das ohne deine Hilfe tun. Willst du mir einfach ein bisschen länger vertrauen? Willst du mir einfach ein bisschen länger vertrauen? Hier ist es. Well, danke. Ich stehe meinen Vertrauen in dich auch. Ich weiß, dass das funktionieren wird. Und ich habe es geschafft, einen zu bekommen. Die PM-Gruppe sollte jetzt sicher sein. Besonders mit Waffen wie diese, um sie zu schützen. Okay, lass uns hier raus. Der Mega Blaser! Das Game fängt jetzt erst an. Ich muss nur, du gehst etwas kurz. Du gehst nicht irgendwo. Niemand geht irgendwo. Period. Die Schäden! Die Schäden sind nicht hilfreich! Wir sind unter Attacken von einigen Invincible-Halien. Sieht es wie eine große Spiegel? Use einen Flamethrower! Nein, Herr! Es ist ein... Soldier, was ist falsch? Antwort auf! Hey! Was ist da passiert? Ich glaube, die Stelle kommt gleich direkt schon. Pfff! Sie sind sicherlich weg. Dank an das Wettbewerbssystem. Es sollte ein Monster sein, das sogar die Rescuteam nicht zu halten. Wir müssen Helen und Naomi so schnell wie wir können. Es ist nicht sicher. Wenn wir alle Räume eins von eins zu checken, würden wir sie sicher finden. Hier ist die Schäden. Wo sollen wir erst zu checken? Da, der Warehouse. Ganz unten. Das ist die Bruchstelle. Das wird schrecklich. Das wird richtig schlimm. Geht ins Kontrollstaffquartier. Die Kontrollstaffquartier. Okay. Okay. Kommt jetzt der Parcours-Raum? Nee, Parcours ist da jetzt nicht unbedingt. Ich wünsch, dass wir Parcours... Unde die Tür locken, bitte. Danke. Danke. Bitte direkt Speicherpunkt. Gut. Okay, sie ist bereit. Sie ist komplett bereit. Ach, das ist ja... Sie sieht keinen Raum. Wie soll ich hier sein? Wo soll ich anfangen? Go to the save point. The save point. Okay. Run. Schnell speichern. Bevor irgendwas passiert. Und wir gleich die ganzen Cutscenes nochmal gucken müssen oder so. Schnell speichern. Ganz wichtig. Fast vier Stunden schon im Game. Mit dir versetzt, man. Stand up. Okay. Geil. Go to the table. Go to the table. The table. So, ein paar leckere Jellybeans. Ich glaub, die waren sogar irgendwie... Hatten was mit dem Rätsel zu tun oder so. Look at the beans. What should I check? Check the beans. What should I check? Check the sweets. Gustavs room. Okay. Okay, Gustavs room also. Stop. Stop. Yes. Sexy pose. What, like this? Genau. Bark like a dog. Little dog? Arf, arf. Or big dog. Go to the table. Go. Go to the table. The table. Okay. Run. Oh mein Gott, das Gegner. Mouth. 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 Number two. Number two. Right. Right. Go right. Go right. Right. Right eye, middle eye. Right eye, middle eye. Right eye, middle. Number three. Number three. Head. Head. Mouth. 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 Reload. Reload. Mouth. 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 Stomach. Stomach. Also kann die Kamera bitte näher? Ich sehe zu viel gerade. Run away. Here. Achso. Run away. Run away. Yes. Number two. Number two. Left eye, right eye, middle eye. Left eye. Left eye. Left. Number one. Yes. Where. Number one. Where. Turn around. Right. Run away. Run away. Yes. Number. Number three. Mouth. 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 Reload. Mouth. Number three. Mouth. Stomach. Mouth. Mouth. Stomach. Mouth. Mouth. Reload. Reload. Number one. Number one. Mouth. 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 Stomach Stomach Head Mouth Stomach 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 Okay, ja, es steckt ein bisschen da fest dahinten Was soll ich tun? Reload Ich glaub, von hier aus treff ich den nicht, oder? Geh rechts Rechts Ja Geh rechts Rechts Was soll ich tun? Mittel, left, right Right Ja Mittel, right eye, left eye Mittel, right, left eye Red eye Boah, Junge, was für eine Geburt Was für eine Geburt? Was ne Geburt Wie sie auch zwischendurch grad einfach random geheilt hat Heal Capsule, okay Rein da Digga, ich hab nix von healen gesagt Go to the table The table, okay Go to the table Der letzte Der letzte ging jetzt aber schnell Ja, es gibt irgendwie zwei von diesen Würmern Einen, die halt direkt one hit sind beim roten Auge Und welche, die halten die halt länger aus Deshalb bei diesen Würmern, bei den easy Würmern Sobald du schaffst das Ding da abzuschießen sind die halt super easy eigentlich Check the table Look at the table About the only thing I catching Is that candy jar Ah, candy Look at the candy They're in different colors They must be in different flavors too Eat the candy Come to think of it I am hungry Oh, die isst die wirklich Okay Robert I'll have this one It's orange Hmm Tasty Okay Eat the purple candy The candy? I don't know what you mean Eat the candy Come to think of it I am hungry Okay Okay I'll have this one Zitrone It's banana flavor Banana Ah, dumm Natürlich Banane Natürlich Es gibt doch nicht Zitrone und Orange Das ist ja dumm Eat the candy Come to think of it I am hungry Okay Gurke I'll have this one It's watermelon Watermelon Oh my god Mmm, delicious My favorite Eat the candy Come to think of it I am hungry Yeah, this eggplant Aubergine Aubergine Tastes like grape Grape, ah Not too bad Grape 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 Go to the galley The galley Okay Oh, there's a heal capsule Look at the top shelf Leave the room Okay Go to the galley Go to the galley The galley Okay The room Check the top shelf The top shelf? Danke There appear to be only plates And things like that Look between the dinnerware It's dinnerware for staff use The plastic kind There's a heal capsule Oh Check the middle shelf The middle shelf has juice, coffee beans and so on There's some kitchen utensils too Check the tissue Tissue paper? There isn't any here Check the left of the middle shelf The middle shelf has juice, coffee beans and so on There's some kitchen utensils too Zoom in Was is das? Coffee bean? Juice? Was ist das ganz links? Continent Blätter Check the continent plates Huh? Do what with what? Check the origami Huh? Do what with what? Check the coffee machine Are you talking about this? Look at the back paper It's just wax paper Wachspapier Was is Wachspapier? There's something written in the corner Strafe it says Strafe Uh We have a new word Strafe Geil Okay, nice Check the bottom shelf On the bottom shelf there are things like ham and donuts The stuff here is ready to eat out of them Ja, I don't know Auf englisch is wax paper Äh Eat the food on the bottom shelf Leave the room? Okay, leave the room Dann gehen wir halt Stopp! Stopp! Yes Ich hasse diese Frau manchmal so sehr, ne? Go to the lockers The lockers Okay Aber wie sie, wie sie das auch immer so trocken sagt Leave the room? Okay Richtig überzeugt Junge Check the right locker Gustav M. It's Gustavs locker Go to the storage area The storage area Gustav Gustav Aber die Codes waren, glaube ich, oben aufs 2nd floor Ach, komm schon Mouth 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 Strafe Woah, strafe 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 Nix getroffen Mouth Turn around Turn around Strafe Back Yes Yes Air Yes 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 Wieso rennt ihr zum Gegner? Dumm! Nummer 3 Nummer 3 Mouth Strafe Das ist scheiße, run Nummer 2 Mouth Mouth Nummer 1 Left Go left Go left Mouth 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 Left Go left Mouth Mouth Digga, ich bin hier hinten Ähm Spin the gun Spin the gun Sexy pose Sexy pose Low kick Low kick Mouth Mouth Okay, let's move on Also wenn ich sexy pose sage, rennt sie auf den Gegner zu oder so, keine Ahnung Für mich klingt das immer wie, wenn sie gar keinen Bock auf das hat, was du ihr gesagt hast und deshalb einfach aus dem Raum raus will Go to storage area The storage area Okay Check the dust cleaner This says fruit flavored candy on it This didn't come from the hotel, yet there's so much of it Oder wie heißen staubsauger auf englisch chat Check The note on the cardboard Are you talking about this Vacuum cleaner Stimmt Read the invoice It's an invoice addressed to jonathan Wow He ordered an amazing amount of fruit candies Check the vacuum cleaner It's the hotels vacuum cleaner It's really useful for cleaning Am Ende nimmst du Befehle ja sie immer und sie blitzig Okay Go to shower room The shower room Ich hab Shower gesagt Shower, go to the shower room Run Yes Shower Oh, da ist ein Cleaner Wieso ist ein Telefon in dem Shower Check the telephone Huh Do what with what? Check the telephone It's a hotel towel Is das Is das Is das Soll das Soll das ein Duschkopf sein? Das Das ist Das ist kein Duschkopf Das ist ein Telefon Das ist ein Münsttelefon Check the shower There you go Saying that sort of thing again Bist du lost Wieso ist das so tief? Steve Take shower There you go Saying that sort of thing again I just changed a while back I'm fine You stink Take shower There you go Saying that sort of thing again I just changed a while back I'm fine Look at the soap You're capsule You know Why would there be one here? There is a heal capsule behind the soap The second floor Okay Stop Was? Shower Go to the shower Hello? Go to the shower What was that? The shower room Okay Look at the shelf This is the same as the showers in the guest rooms It's a bit more stingy with hot water though Look at the right shelf It's an ordinary shower There's nothing weird about it Look at the shampoo This is the generic hotel shampoo Huh And a drinkbäckchen That's the limit Hey A heal capsule Hey Hey Jetzt darfst du second floor Go to the second stage The second floor Okay Check the soap Heal capsule Why would there be one Yo okay Was das denn Für'n Fahrstuhl Einfach so'n Fahrstuhl Für Meccas eigentlich Die wird jetzt in so ne Rakete geschoben Puuuuh Und dann wird die losgeschossen Piu so ne Railbahn Ähm Go to Balcony The Balcony Run Okay Yes Look under bench Under the bench? Badababum Huh What could it be? That thing Fackst du aber beim Duschen pinkelt There's a formula written on this Weißt du es ist eine die Wasser spart? It might be useful for something I'll take it Was ist das jetzt? Bist du das? Ne? Alan's reference kit on the case Only fire can stop Arthropods Ist das das hier gewesen? Which one should I check? War das hier? Oh Oh Keine Ahnung Digga was ich da gerade eingesammelt habe Ich hab nicht aufgepasst Check the plant It's an ordinary house plant Yo John Gute Nacht Ciao ciao Look at the trash can It's just a trash can Okay There's nothing strange about it Go to Jonathan's room Jonathan's room Okay Genau Duschpinkler sind Klimaschützer und bessere Menschen Genau Mach auf da jetzt den Laden There's a voice lock in place Voice lock Disengage the lock This is a message for Jonathan Turner Hi I'm Jonathan and this is my room I don't know who you are But if you want to enter my room You have to answer this question You see There's something that I've been secretly collecting Okay are you ready? Speak your answer into the mic Something that he's collecting Ich weiß es What's he talking about? I'll defer to you Fruit candy Maybe it was a bit too tough A hint, huh? Candy Fruit Fruit candy I don't have the slightest idea Maybe there are hints to be found in this room Hä? 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 Fruit candy Habe ich das falsch ausgesprochen? War doch voll gut This is a message for Jonathan Turner Can you identify what I collect? Are you ready? Say your answer into the mic Chat He said he was collecting something you ate Ich glaube ich erinnere mich Think about it Pink candy Maybe it was a bit too tough A hint, huh? Food I'm not going to tell you anymore Uhm I don't have the slightest idea Ich glaube er sammelt Eine bestimmte Sorte von den Candys Go first floor You mean open the door? Ne It won't open unless you disengage the lock Klingt ein bisschen anders Go to first floor The first floor, okay Run, run, run Yes Ähm Ich glaube man musste sagen welche Farbe candy Go to the table The table, okay Check the jar of candy It's a jar of fruit flavored candies It's a big jar But it's almost empty already There's some candy spilled on the table too Erdbeer fehlt, oder? Is da Erdbeer drauf? Zoom in Da ist auf der Verpackung ganz groß Erdbeeren, ne? Zoom in Also auf der Verpackung sind auch ganz andere Dinge drauf Das ist irgendwie Zoom in Der ist pink, blau, orange, grün, gelb. Da gibt es nicht mal... Okay, die blauen sind wahrscheinlich die... Da sollen wahrscheinlich die lilanen sein. Go to storage area. The storage area. Okay. Run. Yes, I am running. Check the invoice. It's an invoice address to Jonathan. Read the invoice. It'll just put a hole through it and make it hard to read. Was? Here. Please, remit payment for the 20 cases of fruit candy that you had ordered. Vielleicht habe ich ja wirklich nur Fruit Candy falsch ausgesprochen. Er sammelt Cardboxes. Go to second floor. The second floor. Okay. Run. Run. Yes. Er sammelt doch nicht Cardboxes, oder? Go to Jonathan's room. Jonathan's room. Okay. I'd like to get into this room. Er sammelt ja NFTs. This is a message for Jonathan Turner. Can you identify what I collect? Are you ready? Say your answer into the mic. Oh. Weren't there some sweets on the table? Those must be what he's talking about. Candy. Candy. Maybe it was a bit too tough. A hint, huh? Food. I'm not going to tell you anymore. That's not it. Sweets. Ich meine, auf der Verpackung steht ganz groß Fruit Candy. Aber ich habe auch gesagt, das geht auch nicht. Da steht Fruits Candy. Can you identify what I collect? Are you ready? Say your answer into the mic. Remember? You saw it earlier. Fruit Candy. Maybe it was a bit too tough. A hint, huh? Food. I'm not going to tell you anymore. That's not it. Was I just no sweets. This is a message for Jonathan Turner. Can you identify what I collect? Are you ready? Say your answer into the mic. Remember? You saw it earlier. Sweets. Maybe it was a bit too tough. A hint, huh? Food. I'm not going to tell you anymore. That's not it. Go to Gustavs room. Gustavs room. Okay. Der sagt Food. Also wahrscheinlich, er wird damit einen Hint geben. Er sammelt was Essbares, I guess. This is Gustavs private room. There's a voice lock in place. Disengage the lock. Er stimmt, ich hab Pink Candy gesagt. Vielleicht will er wirklich einfach wirklich die Frucht haben. Strawberry candy oder so. This is a message for Gustav Myers. Read this. Oh. Wait a second. This paper. It must be a hint. Ich erinnere mich, Chad. We can answer the question by referring to this. Ich erinnere mich. Wer ist hier Chemiker und kennt die Verbindung, wie man sie ausspricht? Also wie, was ist das für eine chemische Verbindung? Ne, ich glaube, man muss denn das nicht aussprechen. Ich glaube, das hat ein Begriff. Oder? Oh mein Gott, wo ist meine Maus hin? Und dann 2-chloro-3-methylbutane 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 Schau dir das oben genauer an Was? Check ich nicht Komm schon Ich hab keine Ahnung Junge Hier hatte ich Chemie vor 100 Jahren 2-chloro-3-methylbutane So 2-chloro-3-methylbutane 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 Correct Das ist es! Ich wusste, du könntest Dumbasscheiße Dumbasscheiße Das Employee ID Ist Gustavs 3-chloro-3-methylbutane 4-porn-f Crash 1-chloro-3-methylbutane 4-porn-f extranf 2-chloro-3-methylbutane Go to Jonathan's room 3-chloro-3-methylbutane Ich bin schon wieder viel zu lange in diesem Raum. Chat war es. Ich habe es nicht gemacht. Diesen Raum hat Chat gekleert. Er hat wirklich, guck mal, ganz viele Strawberries gesammelt. Er hat die Dose leer gemacht. Die anderen liegen gelassen und die Strawberries alle gesammelt. Check Table. Oh mein Gott, sie geht runter. Go to Jonathan's room. Jonathan's room. Okay. Ja, ist schon echt ein Freak. Ähm. Take ID Card. The Galley. Okay. Go to Jonathan's room. Jonathan's room. Okay. Take the Employee Card. If we run into Jonathan, then I'd give this back to him. Look at the Monitor. The Galley. Okay. Go to Jonathan's room. Jonathan's room. Okay. Look at the Monitor. The Table. Okay. Go to Jonathan's room. Jonathan's room. Okay. Check the PC. Huh? Do what with what? Check the PC. It's a terminal for control staff only. The Registry's top page is displayed. Hotel regulations. Waiting room usage restrictions. Monitor camera expansion program. Adds night vision mode to standard monitor cameras. Hmm. Das ist wichtig. The following upgrade can be downloaded. Security camera upgrade feature. The upgrade will provide and chance visibility under low light condition. Wie lad ich das jetzt runter? Ah, hier. Das ist wichtig. Oh, I have to download this. Let's see. Weil wir müssen gleich in einen dunklen Raum. In einen dunklen Raum. Und wir können das nur mit diesem Update das sehen. Upgrade. Wow, cool. Infrared ray sensitivity upgrade. Doch, ich verzauber. Ich verzauber meine Kamera jetzt. Der ganze Raum ist voll mit Bookshelves. Ich verzauber die jetzt. Download successfully. This should get video feed to you even where it's dark, Operator. Eat candy. Well, all right. One. Hmm. 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 Okay. Yeah, this is pretty tasty. Hat schon Grund, wie soll ich gesammelt, ne? Run to the safe point. The safe point. Okay. Ah, Pupira! Pupupupupupupu! Junge, wie lange ich in diesem Raum saß. Hier gab's aber auch zwei große Kämpfe, ne? Und dann diese zwei dummen Rätsel noch. Wir haben jetzt zwei Employee Cards. Und haben auf jeden Fall Night Vision runtergeladen, was wichtig ist. Ich weiß nicht, wofür die Employees Cards sind, aber die Night Vision, die ist wichtig. Die brauchen wir auf jeden Fall. Ja, gemischte Tüte gab's hier auch drin. Schön sich ne gemischte Tüte gegönnt hat sie sich. Stand up. Okay, I got it already. Ähm, sonst gar je gar nix mehr, ne? So, äh, ja, ja, wir sind durch. Äh, geh in die Halle. Lieb die Runde? Lieb die Runde! Okay. Ich merk die Müdigkeit, Schatt, ich bin dir das gar nicht gewöhnt. Ich bin jetzt die letzten irgendwie drei Wochen, äh, hatte ich einen anderen Schlafrhythmus. Normalerweise, wenn ich ja, wo ich in meiner alten Wohnung gewohnt habe, da bin ich immer um drei Uhr nachts schlafen gegangen. Das war immer so mein regulärer Schlafrhythmus, drei Uhr ins Bett und dann so gegen zehn, elf aufstehen. Aber momentan geh ich so um null Uhr schlafen. Und deshalb bin ich schon so ein bisschen langsam in Schlaf-G-Modus. Obwohl ich normalerweise in meinen Streams um 20 Uhr noch voll wach bin. Operator, was soll ich tun? Äh, Service-Storf-Quarters, geh da hin. Geh in die Service-Storf-Quarters, geh in die Service-Storf-Quarters. Geh in die Service-Storf-Quarters. Geh in die Service-Storf-Quarters. Die Service-Storf-Quarters? Danke. Okay. Run! Ja. Mensch, du. Ja. Hä? Oh? Gegner? Jetzt bin ich schwach geworden. Ich habe nur einen anderen Rhythmus. Ich muss wieder meinen alten Rhythmus mir angewöhnen. Hör. Hörst du es? Ich bin ein sehr... ...rhythmus-orientierter Mensch. Ich denke, es ist aus dem Werkzeug. Wir sollten es ausprobieren. Das sollen Schüsse sein. Heilung. Das ist ein schwarzes Ende. Heilung. Geh zurück. Zu der Heilung. Wenn etwas passiert, muss ich dir sagen, was zu tun. Eine große Wobble wurde entdeckt. Eine große Wobble? Eine große Wobble? Scheiße, es wurde richtig mies gewobbelt. Die Wobble und Wobble nicht interferieren mit diesem Orbit. Phew. Das klingt wie eine Kriegszone. Ich glaube, es war eine Wobble ist. Ich glaube, es war eine Wobble ist in meinem Rhythmus. Lass uns ihn holen. Es ist in der Service-Staff-Quarters. Ja, da wollte ich tatsächlich hin. Aber wir holen die Heilung von Area A ab. Geh zur Area A. Area A, okay. Ja. Da lag eine Heilung, ne? Hey, Nuss Gamer. Ja, du sollst auch nicht weitergehen. Nein. Danke. Run to Service-Staff-Quarters. Die Service-Staff-Quarters. Okay. Gegner? Als ob. Right eye, middle eye, left eye, shoot. Red eye. Boah, gelöscht den Algen. Das ist es. Jetzt können wir weitergehen. Geh zur Service-Staff-Quarters. Ich bin stoppt. Ja, und du sollst Service-Staff-Quarters gehen. Okay, dann gib es ein Warehouse. Okay, dann gib es ein Warehouse. Geh zur Service-Staff-Quarters. Geh zur Service-Staff-Quarters. Die Service-Staff-Quarters. Okay. Oh, sie hat eine eigene Key-Card. Boah, Boah, Boah. Boah, Boah. Boah, Boah. Oh, ich erinnere mich grad an etwas. What about my room? Ach du scheiße, was war das denn? Back. Back. Number three. Mouth. Mouth. Number two. Mouth. Mouth. Dodge. Root. Eye. Left eye. Right eye. Middle eye. Dodge. Body. Right eye. Body, Red Eye. Body, Right Eye. Body, Left Eye. Body, Left Eye. Body, Middle Eye. Body, Middle Eye. Okay. It's tough going. Der hat bei mir gut Damage gemacht, Mann. ich war überall auch nicolodianschleim dieser gegner der liegt ich erinnere mich an den gegner nein nicht die bilder nein was ein scheiß tag reiß dich zusammen ich habe gesagt reiß dich verdammt noch mal zusammen stopp gamer du wolltest irgendwas gegen schlüssel oder so abholen die kie oh yes i came to get the warehouse card key it was around here zum glück ist die nicht aber die ganzen fotos an der wand sind filthy ich wollte eigentlich noch heilen bevor sie runter fährt und jetzt gehen wir gleich noch mal kurz speichern weil jetzt kommt schwieriger schwierige stelle use heal capsule hier kann ich auch noch was unterscheiden anschauen hier ist ein save point nice go to the galley die galley ok da ist eine heal capsule hey hey eine heal capsule go to the save point the save point ok aber ich denke mal der der warehouse shit sollte jetzt mit diesem mikrofon ganz gut funktionieren weil generell funktioniert das spiel mit dem mikrofon viel viel besser damals hatte ich wirklich einen bruch gehabt auf der emulator version obwohl ich dort save staten konnte jederzeit hatte ich trotzdem einen bruch gehabt Junge das war so anstrengend go to the hallway und ich habe echt viele heilungen mittlerweile ich bin mit dem run ziemlich gut durchgekommen kaum schaden bekommen was heißt kaum aber nicht so viel die schaden gehen doch herr die schaden das Haus Einfach Metal Gear. Ich seh alles. Ich seh alles. I can see you. Oh nein, jetzt kommt das. Left Hand. Right Hand. Yep, yep. Yep, yep. Ready? Go. No Hand. Okay, I guess you can see me clearly. My eyes are getting accustomed to the darkness too. I guess we can move on. Let's go. So, Abfahrt-Chats. Mouth. Strafe. Run forward. Das ist nicht vorwärts. Tang. Wow, voll gut. Tang. Mouth. Reload. Reload. Tang. Hey. Tang. Mouth. Tang. Ich seh halt nichts. Tang. Hey, was soll ich tun? Wo soll ich aimen? Ah, das wurde zu spät gedrückt. Tang. Wo soll ich aimen? Tang. 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 Boah, ist das gut. Ich bin so ein Gott-Gamer. Jetzt können wir weitergehen. Ich möchte dir eine Anruktion geben. A2. Okay. Kampfmann. Ich habe ein Hit nur bekommen. Mouth. Mouth. Turn around. Mouth. Stomach. Stomach. Dodge. Stomach. Head. Straphe. Run. Yes. Number three. Number three. Mouth. Mouth. Stomach. Stomach. Number two. Number two. Mouth. 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 Where should I aim? Mouth. Reload. Reload. Spin the gun. No way. Sexy pose. No way. Sexy pose. No way. Mouth. 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 Sie können endlich weitergehen. Die will keinen sexy pose machen und Spin the gun geht auch nicht mehr, seitdem wir die neue Gun haben. Voll scheiße. Go area B1. Area A1. B1. Area C1. B1. Area A1. B1. Area B1. Danke. Okay. Okay. Turn around. Number one. Turn around. Turn around. Behind you. Behind you. Behind you. Turn right. Number one. Where? Number one. Turn right. Number one. Turn right. Turn right. I can't do anymore. Turn left. Turn left. Number one. Number one. Danke. Tung. Watch closely and guys get... Tung. 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 What should I do? What should I do? I see nothing! Where should I aim? Turn left. What should I do now? Turn left. Watch closely and guide me. Reload. Reload. Turn left. Yeah, mouth. Sexy pose. I'll attack. Okay, sexy pose is this. Tung. Hey, what should I do? Tung. Run away. Run away. Yes. Number two. Where? Mouth. Mouth. Hey, I'm standing on the container. Number two. Mouth, where? Number two. Where? Number two. Number two. Mouth. Mouth. Stomach. Watch closely and guide me. Mouth. 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 Ich hab mich erinnert, Chad. Ich kann diese Sicht machen. Mouth. Dodge. Shake it off. Head. Reload. Reload. Head. Strafe. Stomach. Shake it off. Stomach. 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 Reload. 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 Stomach. 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 Heelkapsule. Watch closely and guide me. Number two. Number two. Tongue. What should I do? Go. Boah, that's how good. Der wär wichtig. Use heelkapsule. Heelkapsule. Go left. Left. Go left. Go left. Go left. Left. Go left. Tongue. 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 Ai. Tongue. Tongue. To our left. Shark left. Tongue. Where should I aim? Ai. Tongue. Tongue. Watch it carefully. Tongue. 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 Reload. Tongue. Tongue. What should I do? Ai. Watch closely and guide me. Das für Ai. Tongue. What should I do? Help. Holy shit, danke. Das Junge war's ne Scheiße. Richtige nackte Kanonenszene, Mann. Dass die Frau aber auch nichts alleine kann. Nein, wirklich. Ich meine, hier kann man sagen, okay, hier ist es ja eigentlich dunkel. Dass wir gerade alles hier so gut sehen, ist ja, weil wir ein Update haben. Aber für sie ist es ja immer noch alles sehr, sehr dunkel. Und auch wenn sie gesagt hat, sie hat sich ein bisschen an die Dunkelheit gewöhnt, ist es für sie ja immer noch sehr, sehr dunkel. Aber, Dicker. Ich will, dass du mir Instruktionen geben kannst. Go B1. Area B1. Okay. Mouth. Mouth. Run. Run. Mouth. Number two. Mouth. Mouth. Number one. Number one. Mouth. What should I do? Mouth. 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 Number three. Number three. Mouth. 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 Stomach. Mouth. Mouth. Okay. That was a pushover. Ja, der Gegner-Sperm ist hier krass. Und deshalb, das ist so eines mit der schwierigsten Stellen. Vor allem, wenn du halt, ne, auf Emulator spielst mit einem Plugin, was nicht richtig funktioniert. Das war eine Katastrophe. Aber hier läuft es echt gut. Hier musste ich wirklich nach jedem Kampf immer einen Safe-State setzen, weil ich Gefahr lief, halt Game-Over zu gehen und alle Kämpfe von neu machen zu müssen. Go B1. Area A1. Nein, B1. Area B1. Genau. Okay. Man muss B1 sagen, damit sie es versteht. Gibt es hier noch mehr Gegner? Es scheint nicht zu sehen, dass es hier nichts gibt. Komm, wir schauen uns mal woanders an. Ja, geh einfach da lang ein, gell. Okay, Gegner, komm. Ja, 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 ich sehe keine Gegner. Mouth. 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 Stomach. Stomach. Bada. Run away. Stomach. Stomach. Head. Strait. Runaway. Run away. Number three. Shake it off. Number three. Number three. Head. Number two. Shake it off. Number three, Leibnach. Stomach. Stomach. Run away. Der Deutsch-Alter. Number one. Number one. Tongue. Tongue. What should I do? Eye. 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 Reload. Reload. Tongue. Tongue. Wurm. Wurm ist kein Befehl. Run away. Run away. Heel Capsule. Heel Capsule. Heel Capsule. Use Heel Capsule. Use Heel Capsule. Use Heel Capsule. Use Heel Capsule. Ah! ARD Text im Auftrag von Funk Sexy pose Das waren schon jetzt irgendwie so 4-5 Kämpfe, ne? Die ich jetzt neu machen muss Aber sie hat auch die Heel Capsule nicht benutzt Habe ich undeutlich gesprochen? Habe ich irgendwie undeutlich gesprochen, Chat? Ich habe doch eigentlich recht deutlich gesagt Use Heel Capsule Use Heel Capsule Ich habe doch recht deutlich das gesagt, oder? Was für Knall Die Spieler kennt deine Stimme unironisch besser, wenn du Englisch mit einem japanischen Akzent sprichst Ja, ich weiß das, aber wie soll ich Use Heel Capsule auf japanischen Akzent sagen? Ich kenne keinen japanischen Akzent Weil ich kein Japaner bin Use Heel Capsule Use Heel Capsule Stand up Okay, ich habe es bereits Lass die fucking room Und es ist nicht viel, was ich über das tun kann Lass die fucking hall Lass die fucking hall Lass die hall Okay, ich habe es bereits Lass die hall Lass die hall Lass die room Lass die Oh, ja Also, ich habe es jetzt besser verstanden Wo soll ich gehen? Geh in die Warehouse Die Warehouse, okay Run 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 Ja Ach, die kennen ging sogar aus Der typische Wackelkontakt, wenn ich auf den Tisch schaue Ist auch noch in der neuen Wohnung dabei Halt doch deinen Neuen jetzt Boah, alle Kämpfe noch mal Ich könnte dann nach jedem Kampf rausgehen Und den mal speichern gehen, theoretisch, ne? Boah, jetzt muss ich den Test wieder neu machen Ich glaube, mich zu erinnern, dass man entweder hier nicht raus darf Yes Nicht raus darf Oder wenn man jedes Mal raus geht, alle wieder neu spawnen Irgendwas war hier, glaube ich Boah, jedes Mal anders Kann sich einfach immer Speedrun-mäßig Boah Jedes Mal anders Kann sich einfach Speedrun im Feuer reinschreien, was die macht Let's go Let's go Huh Tongue Turn around Number 2 Eye Tongue Turn around Tongue 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 Tan Turn around Tan 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 What should I do Tan 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 Now we can move on Go to B1 Yes And we can move on Wo 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 Turn around Turn Number 2 Mouth 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 Number 3 Mouth 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 Number 1 Number 1 Mouth 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 That's it Now we can move on Die Stelle mit Links-Rechts Schwäche Das stimmt, das ist schwierig B1 Area B1 Ok Tue 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 Turn around, turn around, number one, turn around, number one, tongue, 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 roll kick, tongue, reload, was ist das hier, buddy, strafe, starker Schuss, fang, reload, er macht auch nichts, irgendwie habe ich ihn kaputt gemacht, back, tongue, tongue, okay, dann gehen wir um die Ecke, turn left, turn left, number two, mouth, shake it off, mouth, stomach, mouth, stomach, 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 reload, stomach, stomach, number two, tongue, number one, tongue, pfff, wir können endlich weitergehen. Ja. Go B2, area B2, okay. Aber wenigstens ist der Sound geil. Maut. Turn left, run, mouth, mouth, number one, shake it off, number one, mouth, mouth, dummesau, mouth, mouth, run away, number one, mouth, number one, mouth, mouth, number one, mouth, mouth, number three, number three, mouth, mouth, that's it, now we can move on. Go to B2. Area B2, okay. Das ist wirklich die maximale Geduldsprobe, ne? Back. We have been fighting. We have been fighting. Back. Back. No. Mouth. Mouth. What's your mouth? Mouth. 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 Run forward. Okay, dann halt miche forward. Run away. Run away. Run right. Run left. Run left. Run left. Yeah. Number two. Mouth. Number one. Mouth. Mouth. Und dann halt micheinslimmeln raus. Yes. Pouth. Where? Number two. Mouth. 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 Number three. Where? Number two. Stomach. Run right. Run away. Yeah. Number two. Stomach. 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 Run away 3 3 Mouth 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 Stomach 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 Head Reload Shake it off Stomach Shake it off Use your capsule Stomach 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 Reload Stomach 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 Tongue 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 Eye Left Tongue 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 Shoot Eitel Und selbe Liste 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 Hint Liste Mouth aber ich ist auch eine sackkasse keine ahnung auch kann sie klettern sie kann klettern sie ist ja verrückt okay da war sie ganz vorsichtig die frau kann alles ja boah ist die scheiße oh hier ist ein chip okay dann gehen wir halt zurück gut wieso schleicht sie so ok jetzt bieg die von alleine ab nach c1 turn right turn around turn around turn around turn around turn around number three tang okay dann schießen wir nicht auf die zunge check it off run 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 away run forward run forward use your capsule use your capsule use your capsule shake it off run away sexy pose number two mouth 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 stomach 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 number dry turn right turn right number three number three number three number three look right right number three number three number three number three Go left. Go left. Go left. Go left. Go left. Number one. Number one. Tongue. 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 I. I can finally move on. Was ein katastrophales Spiel. Wie oft ich Left sage und sie die ganze Zeit. Right. Ich sag go left. Right. Ich sag go left. Right. Ich sag go left. Right. Use Heal Capsule. Huh? Use Heal Capsule. Yes. Mach leben voll. Ich bin unterwegs. It's a dead end this way. Huh? What is that? I see something glowing. Is this graffiti? Ha, graffiti yoga. It's a key word. Okay. Let's go over to the opposite side. Break time. Yes. Use Heal Capsule. Huh? Benutze eine dumme Heilung. Yes. Use Heal. What is it? Use Heal Capsule. Yes. Ich hab das Mikrofon gar nicht in der Hand. Ich hab das Mikrofon weggelegt auf den Tisch und rede mit dir. Use Heal Capsule. Yes. Ich bin komplett durch, Chad. Ich bin durch. Go Area C2. Area C2. Okay. Sie hat mich einfach gebrochen. Oh. What's that light? Ich will bitte Zeit point. Keine Kämpfe mehr, bitte. It's a little too dark to see properly, though. Ui, was nie passiert. The rescue team. It's horrible. Tja, das war die Hilfe. It couldn't be okay. I can't believe something like that exists. It never touched us. We're all twisted. One by one. Twisted? It. Okay. Wow. Irgendwie Splatter-Geräusche. What? 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 What the hell happened? You've got to be kidding. How in the world was I supposed to have done this? Damn it all. Everything's ruined here too. You're talking about the ruin? Look at this mess. It's gonna cost a fortune to fix all this. Damn it. Just keeps getting worse. Hey, I'm thinking once we reopen the hotel, we can't have the first place, humans bought off an alien invasion. Reopen? Are you sure about that? Are you sure about that? Hell yeah, I am. And why don't you guys cool it with the heavy artillery from now on? Yeah, you know, the cost of the season, hotel. Call the freaking squad leader. Squad leader is on his way. Hey, what the? Hey, you. Aren't you a waitress? Crazy bimbo. What the hell are you doing in that get up? Squad leader? What the hell is that thing? That's Super Alien. What is it? That process the root war is so clean enough time. Oh! 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 You! You deal with it! I have to get to the manager's office! What the? Our guns are useless against it! Get out of here! What should we do? Run away! Okay! We'll do it! I'm out of here! He just ran away! Autofire sexy pose, quickly! Break time! I guess it's not chasing me! Hey! I need you to pay attention! I can't beat that monster! If I run into it again, I have to run from it! Don't forget that! Oh! I am stopped! Go! Area A! Area A! Okay! It's a dead end! I have to go back! It's a heal capsule! It's a heal capsule! Go to save point! The save point! Okay! Okay! Boah, Junge, ey! Dass ich diese Stelle wieder in meinem Leben gemacht habe, ne? Nie wieder! Kein drittes Mal, das war's! Äh, kein zweites Mal! Niemals! Niemals wieder! Warum hat Ihre Hose einen Ausschnitt für eine weitere Hose, aber nur im Po-Bereich? Ey, das ist cool! Das ist Kingdom Hearts Style! Kingdom Hearts Charaktere tragen auch so Klamotten! Stand up! Okay! I got it already! Go! Area C! Area C! Okay! Yes! Schauen wir mal, ob da in der Sackgasse noch irgendwie eine Heilung liegt oder so! Aber ich glaube, ich müsste recht viel Heilung haben! Drei! Ach du Scheiße! Vielleicht hab ich doch nicht so viel! Ach du Scheiße! Ähm... Er hat eine Bombe geschluckt! Ah! Ach du Scheiße! Ähm... Back? Back! Back! Take it off! Tail! Okay! Nr. 1! Nr. 1! Ähm... Body? Front leg Right stomach Hind leg Mouth Mouth Shake it off Turn around Run away Number one Mouth Stomach Left stomach, right stomach Mouth Reload Hind leg Body Right stomach Red stomach Tail Tail Red stomach Run away Turn around Number one Mouth Red stomach Red stomach Okay Mouth Mouth Habe ich nicht ganz gecheckt, wie der geht Mouth 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 Stomach 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 Der hat irgendwie so pinke, pinke Bälle auf dem Bauch und dann muss man erst den linken und dann den rechten oder so und dann ploppt in der Mitte ein rotes Ding auf und dann muss man auf das rote Ding schießen und dann stirbt der. Aber wie ich ihn dazu bringe, wie ich ihn dazu bringe, dass er sich auf dem Rücken legt, habe ich nicht ganz gerallt. How many wood chuck wood, wood chuck wood, chop chop wood oder so, genau. Wird Zeit, die Zungenbrecher zu lernen für die Heilung. Ich heilte das wirklich so viel? Go to Area C. Area C, okay. Okay, da ist gar nichts, ne? There's nothing else here. Okay, dann. It's a dead end. I have to go back. Go to safe point. Go to safe point. Go to safe point. Hey, well give me proper instructions. Go to safe point ist ne proper instruction, du dumme Sau. The safe point, okay. Run. Yes. Ein Drittel kriegt man geheilt mit den scheiß Zungenbrechern? Ach du Scheiße. Das ist viel. Hey Chef, was geht ab? So, und der hat jetzt so ne Granate gegeben, so ne Säuregranate, war in seinem Maul. Und die waren, glaube ich, begrenzt. Stand up. Okay, I got it already. Die waren begrenzt, aber die konnte man für manche Gegner irgendwie ziemlich geil benutzen. Go Area B. Area B. Run. Okay, yes. Da. Launcher Grenade ist das, okay. Wow. Wow. We've reached a dead end. Scheiße. Wohin jetzt? Können sie da klettern? Oh. Warte einen Moment. Ja, jetzt kommt die Stelle, wo ich mich vorhin dran erinnert hatte. Die wird jetzt auch schrecklich. If this wall weren't here, I could keep going through the ducts. Ah, ich muss jetzt da mit dem Granatenwerfer reinschießen. I wonder if the launcher will wreck it. I'll try. Yeah. Willst du nicht vielleicht ein paar Meter weg gehen? Okay, na. Dann nicht. Wow. Und ich glaube, jedes Mal, wenn man runterfällt, spawnen Gegner. Es gibt Spiele, wo die Dutzen wibbeln sind. Und, nachher schauen, sehe ich, dass es hier und da broken sind. Hör. Können Sie mich sicherlich überprüfen, indem Sie auf Ihren Monitor schauen können? Okay. Red. Blut. Green. Ist das alles klar? Komm, erst mal. Erst mal. Okay. Okay. Ich wusste, dass ich dich auf dich betrachten kann. Ich wusste, dass ich dich auf dich betrachten kann. Ich wusste, dass ich dich auf dich betrachten kann. Ist das alles klar? Ich bin bereit, um zu gehen. Okay. Huh? Du? 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 Was? Du? Ah! 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 Ich habe Blue gesagt. Go Area A. Area A. Okay. Vielleicht sind doch nicht Gegner gespawnt, zum Glück. Ich denke, ich kann hier abkommen. Vielleicht habe ich hier mit Safestates damals gearbeitet, weil ich keinen Bock hatte, immer das hier zu sehen. Das ist der Bestreie der Welt. Geist mich diese Zeit, bitte. Blue. 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 Red. Yes. Blue. Red. Yes. Blue. 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 Red. Yes. Blue. Yes. Blue. Yes. Red. Red. Ah! Ah! Blue. Ah! 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 Green. Blue. Green. Red. He. Äh. Area A. Area A, okay. Yes. Äh. Äh. Guide me properly this time, please. Blue. Red. Yes. Blue. Green. Green. Red. Red. Es geht nicht, also weiter komme ich ja nicht mehr. Ich dachte, vielleicht muss ich ein bisschen weiter vorne sein. Ja, ich muss später kommen, wenn ich wieder, wenn ich den Doppelsprung habe, ne? Go Area A. Area A, okay. Okay. Also es geht definitiv nicht auf Rot. Ich muss auf Grün gehen, aber dann? Habe ich vielleicht, als sie gerade auf Grün war, hat sie es vielleicht nicht richtig verstanden oder so? Um. Um. zuerst mal zu lassen, bitte. Stopp. Ja. Ich kann Stopp sagen. Go. So was? Red. Red. I can't go anymore to the right. Go. So what? Forward. Forward. Start. I've stopped. Go. So what? Walk. Yep. Red. Yes. Blue. Green. Blue. Green. Green. Stopp. 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 Yep. Und jetzt? Blue. So what? Blue. Yep. Green. Walk. 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 Yep. Stopp. Yep. Walk. Yep. Jump. What? Jump. Huh? Jump. Ah. Ah. Area A. Area A. Okay. Run. Ich hab noch ein paar Heidungen dabei. Ich hab noch ein paar Heidungen dabei. Warte, ich versuch mal kurz jetzt am Anfang was. Geist. Geist. Green. Red. Yep. Red. Ja. Oh, Chat. Ich verstehe, was das Problem ist. Blue. Red. Ja. Ich verstehe, was das Problem war. Red. Äh, Blue. Green. Blue. Green. Red. Ah. Das Ding ist, du kannst nicht nur Red, Blue und Green sagen so, sondern du kannst auch Left und und, oh mein Gott, da kommen noch mehr. Du kannst auch Left und, äh, Right und Middle sagen. Und sie dachte wohl bei Red, dass ich Right gesagt habe. Das hat aber jetzt nicht geklappt zweimal. Green. Blue. Yep. Stop. Yep. Maybe Story, Alter. SideQuest. Walk. Yep. Stop. Yep. Red. Yes. Walk. Yep. Stop. Red. Ah. Area B. Area D. Okay. Area B. Area D. Area B. Huh? Area B. Yes. Area B. Ah, da ist ne Heilung, Chat. Das ist so ne dumme Scheiße. Glücklich. Ich werde das nehmen. Das ist so ne dumme Scheiße. Ich werde zurück. Ich werde zurück. Use your Capsule. Ja. Was ist das C? Area C. Area C. Okay. Ja. B. Boa, imagine, imagine jedesmal von vorne anfangen, ey. Junge. Green. Green Blue Stop Walk Stop Red Walk Yep Area C Area C, okay Run Okay, also bei dem Roten muss ich Laufen, wenn der Vordere spritzt Geht mich genau diese Zeit, bitte Green Und Yaref, Dankeschön Für sieben Monate, vielen Dank Green Stop Blue Yep Walk Yep Stop Yep Red Yes Walk Yep Blue Oder nach Grün Oder nach Grün, vielleicht muss ich komplett nach Grün springen An dem ersten Roten vorbei und dann auf Grün springen Area C Area C, okay Maybe Ich lerne gerade auf Englisch Farben Ich glaube das dauert noch zwei Stunden, ne, ne, wir haben es gleich Green Stop Yep Blue Yep Walk Yep Stop Stop Yep Red Yes Walk Yep Stop Stop Yep Green Walk Yep Stop Yep Green Walk Yep Walk Did you say something? I'm on the center dock, right? Walk Yep Stop Stop Yep Stop Yep Stop Yep Stop Yep Stop Yep Spread Yep Red Green Yep Green Yep Green Yeah Yep Red Yep Area C Area C Gehen! Ja. Gehen mir in Ordnung, bitte. Blue Yep Red Yes Blue Stop Yep Red Yes Walk Yep Green Red Blue Green Green Stop Yep Red Walk Walk Yep Stop Yep Stop Green Walk Yep Stop Yep Red Walk Yep Oh 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 Diese Schweine Oh Deine Instruktionen sind löser Ich habe alles überrascht, ouch Halt Halt Deine dummen Augen auf Es ist ein Launcher Schall, ich nehme das, danke Ja Jetzt kommt eins noch mit Elektro-Kabeln Nein eins, wo du nicht ducken musst Zwischendurch Duck Und jetzt kommt da unten direkt irgendwie so ein super schwerer Kampf und ich sterbe und muss alles wieder von neu machen Wieso springt sie auf den Arsch Wieso springt sie auf den Arsch? I can't go back now I can't go back now Safe point Waiting room Go to waiting room The waiting room Run Okay, yes Zwei minus, dankeschön, vielen Dank Wie lange geht es geben noch? Unendlich, es ist ein Endlosspiel Das hat kein Ende Das ist so AI generatet Du kriegst immer wieder neuen Content Ich kann sie fragen Kannst du einen Sekunden warten? Ich versuche etwas zu finden Was soll ich dir da helfen, Junge? Guck halt genauer hin Ja da Ähm Red Hülle mit blauen Sternen Huh? Red Cover with blue star Red star pattern Arschloch This isn't it either Red Cover with blue star Oh, the red disc? Nein But there are so many Which one? Blue star Blue dots This isn't from August 8th Blue star A disc with a star pattern? What color are the stars? Blue star A disc with a star pattern? A disc with a star pattern? What color are the stars? Red disc blue star? Blue star pattern? Blue star pattern? But the date is wrong Red cover blue star? Red star pattern? This isn't it either Red cover blue star? Red star pattern? This isn't it either More Red Blue star Temperature? Blue star sang? Blue star on the right? 2009, August 8th Vorgehen Nicht mehr. Also, nicht mehr. Also, nicht mehr? Also, nicht mehr? Also, nicht mehr? Wieso eine Wunderschöne würde sich alleine auf einer Spassstation bewegen? Alter, PS1, diese Portable PS1. Aber was ich für suche, ist, was mich zu kämpfen... ... ist... ... ist hier. Schau. Nun, wir wissen genau, wie viel der Welt auf dem Hotel fokussiert ist. Hier kommt der Hotelmanager. Los geht's. Mr. Tanaka, wann ist der Hotel-Grant opening? Well, wir starten mit dem Christmassen. Ich war halb-halschend das News-Report in meinem Apartment. Dann sah ich etwas, was mich schockiert. Siehst du die Glas-Case in der Karte? Kannst du sehen, wie ein Ball in es? Ja. Was ist da mit? Es ist etwas, das nicht da sein kann. Es ist etwas, das nicht da sein sollte. Wieso nicht? Ich habe hier den Wunderschönen-Job gekauft, um mehr darüber nachzudenken, Aber ich habe keine Ahnung, wo es ist. Ich habe gedacht, dass ich rauskriege, wenn der gleiche Reporter herkommt, um die Eröffnungszeremonie zu schützen. Ich habe gedacht, ich könnte sie fragen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Naomi. 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 I told you, not the rescue team. Alien. Say it again, who? The aliens. I wouldn't know anyone like that. The monsters. Helen Johnson, you mean? She's been killed already. The premier minister. Like asking you is gonna help? Tanaka. You're not serious. I can't ask manager Tanaka. Yourself? Dad? What are you talking about? Gustav? No, the guests won't know what I'm talking about. Jonathan? Say it again, who? Jonathan? Say it again, who? Joe Powers. I think he's too dangerous. Was mit Joe Mama? Mom? Are you serious? Naomi. Like asking you is gonna help? We have to ask someone else. God. Did you say my boss? No, I can't think of anyone. God. Alan Honda. I don't think we can trust him yet. The computer. I don't know anyone like that. The news. I don't know anyone like that. Reporter. Say it again, who? The reporter. Did you say my boss? The chef. Dad? What are you talking about? Consultation. No, the guests won't know what I'm talking about. Uh-uh. Professor. No, the guests won't know what I'm talking about. The professor. No, the guests won't know what I'm talking about. No, the guests won't know what I'm talking about. The first lady. There's no chance she'd know. The second lady. The secretary wouldn't have a clue. Sexy pose. Did you say my boss? Manabunishizawa. No, I can't say it again. Who? Manabushinizawa. Alan Honda, you mean? I told you, he's no good to us. Manabushinizawa. Alan Honda, you mean? I told you, he's no good to us. Ellen. Dad? Ellen. Helen's dead. She's no help now. Ellen. Alan. She's no dad. Alan. Say it again. Who? Alan. Alan. I can't say it again. Who? I can't say it again. Did you hear me? Alan Honda. Alan Honda. Alan Honda. Did you hear me? We can't ask Alan Honda. Alan Honda. Scientist. Helen's dead. Scientist. She's no help. I don't have any friends. Scientist. I don't have any friends. Me neither. Did you hear me? We can't ask Alan Honda. Uh. Main heart style. I told you. No way I'm asking manager Tanaka. Who do you want to ask? Mom? Are you serious? Your sister. Come on. Help me think. Your brother. Look. I'm not asking Joe Powers. Your family. I don't have any friends. Olaf Scholz. Say it again. Who? Arbeitslosen Christian Lindner. No. The guests won't know what I'm talking about. Jonathan Turner. Say it again. Who? Jonathan Turner. Look. I'm not asking Joe Powers. Look. I'm not asking Joe Powers. Look. I'm not asking Joe Powers. Carsten. Look. I'm not asking Joe Powers. Joe Powers. Look. I'm not asking Joe Powers. Chad. Was haben wir verpasst? Gino. Gino. Den hab ich ja ganz vergessen. Der kam für 30 Sekunden im Spiel vor. Der war 30 Sekunden da. Wie soll man sich den merken? Ich hab den komplett aus meinem Gehirn gelöscht, dass er lebt. Würdest du mehr wissen? Ihr könntest ein Viere zeitgeist? Nein. Wirklich? Du glaubst? Ja. Du verpasst? Ich beré, du hättest nicht glauben. Ich berättere mich nicht. Töme. Nach mir. Joe Powers. Vist du auch? unbekannt. Genau hinter dem Monitorraum, in dem du bist, ist ein kleiner Escapeshuttle. Ich finde die Stone, deine Freundin, und mache meinen Weg nach dem Shuttle. Es kann drei Menschen tragen. Bitte helft mir, bis dahin. So, okay, hau rein, ciao. Fertig. Und ich soll mir bis jetzt hierhin noch Gino gemerkt haben. Junge. Safe Point. My Dad? Aber ja, sie scheint eigentlich hier zu sein, weil sie in den Nachrichten gesehen hatte, dass hier diese blaue Kugel ist. Und deshalb hat sie den Job überhaupt hier angenommen, weil sie diese blaue Kugel haben will. Aber wieso ich diese blaue Kugel haben will, will sie nicht sagen. Aber irgendwie meint sie auch, die blaue Kugel kann gar nicht hier sein. Obwohl sie meinte, sie hat sie gesehen, dass sie hier ist. Keine Ahnung, irgendwie ist sie verwirrt. Business Center. The Business Center, okay. Turn on the Drucker. I'll walk. Nee. Business Center. Wending Machine. The Wending Machine. Okay. Look under the bench. Under the bench? It's a heal capsule. Wie heißt Drucker auf Englisch, chat? Painter? Go to the Business Center. Stopp. The Business Center. Stopp. Wending Machine. Wending Machine. Wending Machine. Okay. Printer, nicht Painter. Look at the Painter. Look at the Painter. Yep. It's just ordinary everyday copier paper. Copier paper. Ah. Turn on the copier paper. Yep. It's just ordinary everyday copier paper. Check the copier paper. Check the copier paper. turn on the copier paper turn on the copier paper okay okay i don't think a dvd player is necessary it doesn't appears if there's anything we need let's check somewhere else wending machine the vending machines okay was eigentlich für eine große kontrolle ps2 look at the camera this cameraman nee nicht cameraman camera check the camera do you mean this look under the camera there's nothing left now look under the camera this person's dead look under the camera this person's dead look at the camera this person's dead check the camera do you mean this ich hasse diese frau so sehr there is a chip under the camera camera do you mean this take camera what was that i don't know what you mean take the camera what was that i don't know what you mean take the video camera we don't really need this look under the video camera it's a tv camera tv like for live interviews huh what's this nee take chip kannst du nie sagen i found a chip go to the business center the business center okay okay check the printer yep it's just ordinary everyday copier paper turn on the printer yep it's just ordinary everyday copier paper turn on the printer yep it's just ordinary everyday copier paper turn on the scanner the business center is right here check the scanner yep it's just ordinary everyday copier paper check the copy machine do you mean this ah copier it says i have no copier turn on the copier which copier do you mean the one in front of you you motherfucking huh what a strange command i don't get it turn the copier in front of you what should i move turn on the copier in front of you this is impossible to move what else should i do start the copier in front of you make a copy okay i'll press the button okay something came out jump is written on it jump oh we can jump in chat is this for a fight or so in battle okay what's this device now let's go let's go check the input panel by the window okay 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 we're going to the window i've actually studied and never heard that someone fucking copier then earth is so far away phew i don't think we need to check this place shoot the window the window okay stop yes i don't think we need to check this place go to business center the business center okay i think we have to do this this device right there what's that what's that in the the check control panel die sehen es nicht so dass die kamera da es hängt halt in so ein gerät an der wand es sieht auch vielleicht so ein zeit uhr stempel stempel zeit uhr look at the box on the wand wend stop 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 business center the business center okay wend gesagt der telefon wall look at the box on the wall how am i supposed to understand that look at the safety panel the save point okay stop 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 yes go to business center the business center okay time lock what is it look at the time lock what should i check zoom in look at the card reader by the window okay stop stop okay wie heißt das ding kit was das für gerät key box stop the table business center go to the business center the business center okay ich gebe die instructions du bist einfach dumm check the key box the table okay it doesn't appears if there's anything we need let's check somewhere else go to business center i am walking go to business center i'm listening go to the business center the business center okay look at the key box the observatory restaurants key is in here but this is locked access authentication in progress please state your name rio honheim name not recognized access denied huh you have to say the control staff manager's name for this to open i have no idea who the control staff manager is i'll entrust you with that can you open it operator department control section jonathan oder gustav ich kann den ganzen namen nicht lesen einer von den beiden ergässt stand der name nicht weiter oben ich hab halt hier nur so abgekürzt ich hab halt hier nur so abgekürzt jonathan t und gustav m gustav m gustav m manager's name not recognized access denied da war's ey who could the person be in charge who could the person be in charge it contains footage of an answer helen jonathan turner maybe check the key box the key to the observatory restaurant is in it okay okay this time we'll get it right jonathan turner no match found on the list for this name access cannot be approved who's bad i have to be wrong anyway it appears to be wrong Jonathan Turner Even the fairy shadow I guess you're stumped too, Operator Hmm Ich versuch's nochmal Hallo Hallo Also kann ich mich nicht mehr anklicken Check the keybox The key to the observatory restaurant is in it Jonathan Turner Jonathan Turner Please state your name Jonathan Turner Jonathan Turner Please state your full name Jonathan Oh, of the control staff That must be it But where can we get his full name Ich sage ihn dir Access authentication in progress Please state your name Jonathan Jonathan Something Oh, come on Think Jonathan Turner Please state your full name Jonathan What is it now? Sprech' ich das aus wie der letzte Affe oder so? Jonathan Turner 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 Jonathan Jonathan Turner Access authentication in progress Please state your name Jonathan Something Oh, come on Think Jonathan Turner Please state your full name Please state your full name Jonathan What is it now? Access authentication in progress Ja, das sprieß es aus wie ein Affe Ja, weil wie ein normaler Mensch funktioniert ja nicht, wie du siehst Jonathan Oh, come on Think Jonathan Turner No match found on the list for this name Access cannot be approved Jonathan Jonathan What is it now? Access authentication in progress Please state your name Jonathan something Oh, come on Think Jonathan Jonathan Donner Please state your full name Jonathan What is it now? Access authentication in progress Please state your name Jonathan Something Oh, come on Think Jonathan 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 Turner Managers name confirmed Access approved You did it, Operator The keybox opened It would have been great if the observatory elevator's code key were also here Okay, we can get into the observatory restaurant now Let's go Go to the save point The save point Run Okay, yes Oh, Junge, ey Mir geht's gar nicht mehr gut Jedes Mal, wenn ich dieses Spiel spiele, hasse ich diese Frau, ne? Und ein paar Jahre später denke ich mir immer Eigentlich war's ja gar nicht so schlimm, ne? Und dann spiel ich's wieder Und dann stelle ich's wieder fest, wie schrecklich es eigentlich ist Go to hallway Leave the room? Okay Bitte macht das, äh, zu was jährliche Boah, ich weiß nicht Go to elevator Go to elevator hall The elevator hall, okay Aber zackig Run to the elevator hall The elevator hall, okay Am Ende vom Game werden alle denken, Englisch ist deine native language, wegen deiner exzellenten pronunciation Wo soll ich gehen? Ich denke, das wird niemals passieren So, ich erinnere mich, dieser Raum war schrecklich Go to observatory restaurant I am stopped Go to observatory restaurant Go to the observatory restaurant Okay, I got it already Run Yes Go to observatory Ich glaube, wenn man hier rauskommt Wieder zurück Dann kommt da, glaube ich, ein harter Kampf Irgendwann kann Aber ich erinnere mich an diesen kleinen, runden Raum Dass da irgendwas schreckliches war Was eine Disaster-Area Ja, hey, die Scheiben sind einfach offen, hä? Wir können atmen? Die Scheiben sind kaputt Hör, ich bitte Ach, hier ging Yes Das hier, das war das Intro Was soll dieser Raum schrecklich heißen? Die letzten drei Stunden waren gut, oder was? Almost everybody aboard the station was here Äh Ich denke, dass es niemand hier ist But we should check this area thoroughly Go to the safe point Go to the safe point I am stopped Go to the safe point The safe point, okay Run Yes An sich haben wir auch nicht mehr so viel Wenn alles gut klappt Sind wir eigentlich schon fast durch Vielleicht kommt noch ein krasser Plot-Twist Und dann wird es richtig wild Und dann ist schon Ende Unkel Rudi Dankeschön für sieben Monate Ne, nicht sieben Monate 24 Monate Zwei Jahre mittlerweile Vielen, vielen Dank, Mann Dankeschön Go to Section 1 Das ist ein großer Raum, Mann Section 1 Run Okay Yes Das ist eine Heilung, oder so Hey Hey Ein Hehlkapsiele Ein Hehlkapsiele Es scheint nicht mehr zu sein, dass es nichts mehr gibt Mal schauen, woanders Go to Section Go to Section 2 Section 2 Run Okay Yes Oh, schau an das Oh, schau an das Ah, ich erinnere mich Hinter dir sind so drei Wände Und für jede Wand brauchen wir eine Eine Launcher-Rakete Da war ein Anruf, dass der Korridor geöffnet wurde Wir gehen nicht mehr weiter Wir müssen einen anderen Weg finden Machen wir schon Hinter dir Da, diese drei Wände Ich glaube, wir müssen jede Einzelne davon sprengen Was war das? Siehst du, da ist es wieder Hallo? Ist jemand da? Wenn es für dieses Panel nicht gäbe, könnte ich das Chandelier Chandelier Es ist nicht unbremslos Ja, drauf da Ich habe eine dabei, mindestens Was soll ich tun? Use den Launcher Okay Lass es mir Yeah So, hol die Wumme raus Bam Das Panel ist noch da Ich kann noch nicht durch Wie viel habe ich noch? Ich habe noch einen Nein, stopp Go to Chandelier 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 Okay Ich kann mich noch näher kommen Was soll ich tun? Use den Launcher Okay, lass es mir Ist das scheiße Ist das scheiße Jetzt habe ich keinen mehr Jetzt müssen wir hier einen suchen Das war der letzte Schell Wir müssen noch ein bisschen mehr Geh zu Section 4 Geh zu Section 4 Okay, Section 4 The floor is lava It looks like a big cavern In the back There's something there Ach du Scheiße Ach du Scheiße Ach du Scheiße Mouth 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 Tail Hintlack Hintlack Tail Red Stomach Red Stomach Okay, ich check immer noch nicht, wie ich die auf den Rücken bekomme. Aber es klappt irgendwie. Es ist ein Launcher-Schein. Beine wegschießen, ja, aber gerade konnte ich zum Beispiel weder die hinteren noch die vorderen Legs mehr angreifen. Und er hatte halt noch den Red Stomach halt, ne? Chandelier Huh? Go to the Chandelier Go to the Chandelier Go to the Chandelier Use Seal Capsule Yes Und sit real. Dankeschön, Mann, für sie Monate. Liebe zurück. Go to the Chandelier Okay Go to the Chandelier The Chandelier Okay, I can't get any closer than this What should I do? Wieso fragt sie das jedes Mal? Use Launcher Okay Leave it up to me Leave it up to me Leave it up Leave it up to me So, kommen wir jetzt durch Thank goodness Looks like that was the last one Ach, den kennen wir doch Das ist hier Der von King dem Arz Oh, das ist ein Koch Are you with the rescue team? Are you alone? No, there were several dozen staff here, even a little while ago Ansem der Weiser But They were eaten Oh, nicht Ansem der Böse Anelton prayed to my family back on Earth Aber Fanny, wie direkt Ihr wisst, wie ich meine Sie braucht Anweisung zum Schießen und traut sich Leave it up to me zu sagen Go to the safe point Fast Will I see them again? Yes I'm sure you will Das ist der Elevator This is the operating code for the senior staff section Yet this will let us operate the observatory elevator Okay, let's return to the elevator hall Go to the safe point Run to the safe point Run to the safe point Was für exit one Das sind halt noch VIP-Sektionen Ich weiß nicht, ob ich die abchecken soll Aber ich glaube, dafür brauchen wir überall eine Launcher-Grenade Scheiß drauf, wir gehen weiter, ne? Und Wibber Dankeschön Für drei Monate Die abzusuchen ist Timeless Ja, ich weiß nicht, ob da irgendwas Wichtiges ist oder so Anwendige irgendwelche wichtigen Items, aber ja Exit one Exit one Run Okay Verlang nicht mehr da, wie ist die neue Wohnung Sehr nice Das ist hier gerade der zweite Stream aus der neuen Wohnung erst Also noch recht frisch Wo soll ich gehen? Geh zum Elevator Okay, ich habe es bereits Geh zum Elevator Ja Geh zum Elevator Wohin gehst du? Geh zum Elevator Ich weiß nicht, ob ich eine Rumtour mache Höchstens vor meinem Zimmer hier Der Rest weiß ich noch nicht Aber es ist noch nichts fertig Wo soll ich gehen? Geh zum Elevator Der Elevator, okay Run Ja Wer ist der denn? An den ich erinnere ich mich gar nicht Ach du Scheiße Shoot Dodge Ach du Scheiße Shoot eye Eye, mouth 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 Eye Eye Runaway Eye Mouth Run away Run away Yes Run away Eye 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 Runaway Reload. Eye. Mouth. Mouth. Reload. Was mache ich da? Run. Run. Turn around. Run. Eye. Mouth. Mouth. Run. 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 Black. Sie rät einfach nicht. Run. Run. Eye. Ist die Scheiße. Ist die Scheiße. Run. Run away. Mouth. Run away. Run away. Turn around. Ich hasse diese Frau über alles. Run away. Turn around. Turn around. Run away. Run away. Turn around. Mouth. Eye. Run away. Left claw. Right claw. Mouth. Run away. Left, right claw. Mouth. Mouth. Run away. Left claw. Right claw. Turn left. Left mouth. Behind you. Behind you. Dodge right. Run away. Yes. Left claw. Light claw. Head. Left. Right claw. Left claw. Turn left. Turn left. Run away. Yes. Turn around. Yes. Run away. Yes. Run away. Yes. Run away. Yes. Left claw. Right claw. Okay. Left. Right claw. Run away. Run away. Right claw. Left claw. Yes. Right claw. Left claw. Mouth. Isn't there a better target? Run away. Eye. Eye. Mouth. 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 Eye. Mouth. Ach! Das war ziemlich schwer. Lass uns gehen. War das fürchterlich. War das fürchterlich. Anvisieren wieder, oder? Ich kann nichts anvisieren. Sie visiert automatisch an das, was vor ihr steht. Das Ding ist, er spawnt ja über mir und macht so eine Explosion. Ich muss weglaufen. Aber ich kann ja nicht kontrolliert weglaufen, sondern ich kann ihr nur sagen, run away. Und sie rennt weg und guckt da eine Wand an und dreht sich halt nicht wieder zu ihm zurück. Drüberjumpen? Meinst du, man kann das drüberjumpen? Meinst du, das Game ist so crazy? Geh zum Observatory-Restaurant. Okay, ich habe es bereits. Weil jumpen ist ja nur optional. Also diesen Befehl für jumpen kriegst du ja nicht einfach so. Go to the safe point. Deshalb weiß ich nicht, wie, ne? Aber ja, beim nächsten Mal probiere ich mal aus. Aber was bringt denn Jump, wenn er über dem Kopf auftaucht? Ja, wenn du halt noch immer in seiner Nähe bist und diese Explosion dann kommt. Diese Druckwelle. Dass man diese Druckwelle... Ich kann mir auch vielleicht vorstellen, dass während er noch in der Luft sich spinnt, kann man ihn so anschießen. Kaddi, was geht ab? Vorher noch im Stream gewesen und jetzt einfach graded. Legende. Dankeschön, Mann. Willkommen im Stream. Exit 1. Exit 1. Run. Ja. Hallo, 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 hallo. Ich bin gerade dabei... ... jeglichen Verstand zu verlieren. Wo soll ich gehen? Sexy Pose. Was, so wie das? So wie das, Kaddi? Warg like a dog. Little dog? Arf, arf! Our big dog. Woof, woof! Use here, capsule. Yes. Wie viele habe ich noch? Drei Stück noch. Go to the elevator. The elevator, okay. Ist das so, Biaco? Listen, the elevator should work, if you enter the number code we got earlier. Chat, wir haben einen Code bekommen. Wir haben einen Code bekommen. Da habe ich nicht aufgepasst. Was für ein Code? Was für ein Code? Haben wir einen Code bekommen? Ich habe einen Code bekommen. Wir haben einen Code bekommen? Auf der Elevator-Card steht er vielleicht. Ah, da. Vielleicht hier. Elevator-Card. Ach, das war keine Karte, sondern ein Code. Ich dachte, um überhaupt in den Elevator reinzukommen, brauchen wir den Code. 0423. Ich habe nichts gesagt. 0. Ich habe es vergessen. 0 4 2 3. Use the panel. Was muss ich benutzen? 0 4 2 3 Ja, ich bin schon komplett tot im Kopf, Junge. Das Spiel macht mich einfach... Tötet mich einfach. Ich kann mir nicht mal vier Zahlen merken. Das ist ein Zerogravity Elevator. Bevor soll er sich erschützen? Ich denke mal Zero-Gravity. Dass du nicht durch den Aufzug hin und her fliegst. Weil sie wieder aufgelöser mich auf dem Kopf. Also aufgelöstet wurden sie sich schützt. Als sie wieder nachvollziehen. Dann zu erinnerst du sich zuerst. Das ist eine Witzelgeinheit. Äh, yes, I'm alive Are you alive? I'm lifeline Are you alive? Yes Okay What were the first words your mother taught you as a child? Hundesohn Your first word? I wonder what influenced that We seem to have reached the junction The first word I learned was wir It's German for we You and I We And then at me And taught me that word I love the word We It makes it seem as if I'm not all alone Just like now Hey, what's your favorite word or saying? We Yeah, I'll be waiting Was? Ähm Mitochondrien Hm Hm And that's meaningful to you Yeah You're probably thinking Why is she asking me this all of a sudden? Well, I just wanted to get to know you better After all, we don't know anything about each other But by the fact that we're partners, right? Would you like to know more about me? Would you like to know more about me? Yes, talk, talk You might not believe me, but I've never had a boyfriend before Oh Okay I'm a girl without a heart Interessantes Thema But I'm beginning to understand It's better for people to be with someone Rather than being alone I'm a girl with all the heart When we get back to Earth Maybe I'll get you to introduce me to someone Please remain seated until the safety bar has been lifted Well, then again, what about you? Hahaha I... I... But I suppose there's no chance of that, huh? Maybe I had seen a girlfriend No, the game is not Vogue This here is a good game A severe wobble was detected That's a weird wobble The station was placed on emergency status Although the wobble will not interfere in orbit Elevator use is prohibited I guess that means there's no turning back The hotel is starting to collapse We have to find Gino as soon as we can And ask him where the stone is Fucking Gino, alter Dass der auf einmal irgendwie wichtig ist Where should I go? Äh, wo sind wir denn? Ähm... Keine Ahnung Äh... 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 Exit 1 Exit 1, okay War ja noch nie, keine Ahnung Der wobble schon wieder Breakroom sieht gut aus Das klingt nach Speicher, Speicherpunkt Wir müssen diese intensive Cutscene speichern Go to Breakroom Run Gegner? Oh shit Uh... Left eye, middle eye, right eye Shoot Okay Left turn around Turn around Turn around Left eye, middle eye, right eye Shoot Left middle or right eye Left eye, middle eye, right eye Left middle eye Reload Reload Left Eye, Middle Eye, Right Eye Right Eye, Middle Eye Right, Red Eye Right, Red Eye Tail Tail Mouth Reload Mouth 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 Halt, Halt, Halt Tail Halt, Halt Halt, Halt, Halt Jetzt sterbe ich hier nicht, alles gut Diese Würmer kann ich, wenn sie alleine sind, sind sie super easy Generell jeder Kampf ist easy, wenn dann nur ein Gegner ist, ausser das ist dieser komische, die bei mir spinnt Geht zur Begrünung Die Begrünung, ok Was war das für eine Drehung? Frau, geh doch einfach in diesen scheiß Raum rein. Ah ja, wo wir schon von ihm sprechen. Right claw, left claw. Turn left, turn left. Run away. Jump. Right claw, left claw. Right claw, left claw. Mouth, turn around. Mouth. Turn around. Mouth, turn around. Turn around. Turn around. Ich hasse diese Frau so sehr. Ich habe noch nie einen Menschen so sehr gehasst. Jump. Turn around. Turn around. Run away. Run away. Jump. Shoot. Mouth. Dumme scheiß Fickfette. Run. Run away. I. 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 Right claw. Yes. Jump. Jump. Right. Turn around. Left claw, right claw. Left. Yes. Reload. Reload. I. 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 Jump. Jump. Run away. Yes. Run away. Run away. Yes. Turn around. Yes. Turn around. Yes. Turn around. Turn around. Yes. 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 Jump. Run away. Yes. Yes. Run around. Yes. Turn right. Jump. Jump. I. 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 Mouth. Heal capsule. Yes. Use heal capsule. Heal. I. Run away. Mouth. Mouth. I. I. Run away. Yes. Turn around. Turn around. Yes. Jump. 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 Mouth. I. Mouth. I. 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 Reload. Reload. I. 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 Turn around, eye, mouth Jump, run away Turn around, turn right Jump, mouth Jump Jump, mouth, eye Okay, gehen wir Ist er tatsächlich mich aufhört? Für vier Monate Go to the galley Run Okay Ich hätte es speichern sollen Lauf, right eye Middle eye Middle eye Red eye Red eye Tail Red eye Red eye Red eye Red eye Reload 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 Ah, kommt der rüber oder wie sieht's aus? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Turn right Turn right Go right Go Run 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 Go right Left Go left Go left Go left Mouth Mouth Shoot, shoot, shoot Go red Mouth Shoot, shoot, shoot Buddy Shoot, shoot, shoot Red eye Reload Was soll ich tun? Reload. Turn right. Red Eye. Red Eye. Red Eye. Was soll ich tun? Red Eye. Ja? Renn doch nicht. Go right. Go right. Go right. Red Eye. Middle Eye, Red Eye, Left Eye. Middle Eye, Right Eye. Right Eye. Right Eye. Run away. Reload. Reload. Turn around. Turn around. Stop right. Down. Bleib ruhig. Bleib ruhig. Nicht ausrasten. Bleib ruhig. Turn left. Turn left. Turn left. Turn right. Turn left. Go right. Go right. Go right. 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 Right Eye. Right. Red Eye. Red Eye. Ich will nicht schreien. Ich will nicht schreien. Go right. Right. Go right. Right. Red Eye. Shoot, shoot, shoot. Mouth. Tail. 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 Reload. Reload. Eak. Shoot, shoot. Shoot, shoot, shoot. Yes. Shoot. Haloread. Do dumme verfickte families. Shoot. Shoot, 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 shoot. Shoot, shoot, shoot. ורה. Tail. 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 Where is their... Tail. 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 Tile 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 Ich kann nicht mehr machen. Ich kann nicht mehr machen. Lass Right eye, middle eye, left eye. Right eye, middle eye, left eye. Right eye, middle eye, left eye. Reload. Reload. Go left. Left. Go left. Left. Right eye, middle eye, left eye. Right, middle eye, left eye. Left eye. Left eye. Left eye. Red eye. Yes. Fuson, let's get back! Where's my aim? Go left. Left. Red eye. Red eye. Red eye. What should I do? Reload. What should reload? Red eye. Right. Target the red eye. Red eye. Flash. Red eye. Flash. Flash. Yes. What should I do? Red eye. Right. Red eye. Red eye. I can't do anymore. Red eye. Back. One. Red eye. Right. Red eye. Left eye. Left eye. Left eye. Red eye. Okay. Reload. 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 Go right. Right. Go left. Turn left. Go left. Run. Run. Yes. Sie hat das Ei nicht mehr im Auge. Where's my aim? Go right. Right. Go left. Go left. Left. Tail. Tail. Shoot. Body. Body. Red eye. Okay. Okay. Let's move on. Is he actually watching me? Das war so schrecklich. Das war so schrecklich. Ich entschuldige mich bei jedem Lebewesen das gerade dabei ist. Ich will, dass du mir Instruktionen geben kannst. Dir geht's nicht gut oder? Mir geht's gar nicht gut. Geh zum Schraubpunkt. Der Schraubpunkt. Okay. Run. Ja. Sie braucht einen Raketenwerfer. Ich bin so tot, ey. Ich bin so ausgelaunt. Das war so schrecklich. Das war so schrecklich. Geh zur TV. Okay. Ich habe es bereits bekommen. TV. Die TV. Okay. Das sind Firmen. Ach du Scheiße. Run away. Nummer 2. Nummer 2. Nummer 2. Nummer 2. Nummer 2. Right eye. St severely. Win. Ou. Ent Toni. Ent 130of. Du. Des 100of. ész SDG dieいる. Kommunikation. Sterms außer Elighter. Rats Mouth Mouth Run Run Run-Left 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 Mouth Mouth Stomach 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 That's it, now we can move on Go to TV The TV, okay It's a launcher shell I'll take that, thanks I can't Let's see There's nothing special left Let's search elsewhere Go to the safe point Go to the safe point Go to the safe point I am listening Go to the safe point Go to the safe point Go to the safe point Stop! Chat Spreche ich für euch gerade undeutlich Go to the safe point Hello Go to the safe point The safe point, okay Go to the safe point Okay Wie kommst du denn raus Mikrofon check Yep Your voice that's coming over the microphone It's pretty clear I can make out almost everything Aber wieso verstehst du mich dann nicht? Your voice is easy to follow Go to the galley Go to the galley I am standing Go to the galley I am standing Go to the galley The galley, okay Stopp Yes Go to the galley Zoom in Zoom in Was ist das? Da oben Look at the shelf Let's see It doesn't look as if there's anything we need on the shelf Kill yourself Haha Don't worry There are plenty of ways for me to die in here Check the yellow cans Huh? Do what with what? Look at the yellow packages Are you talking about this? Teabag Look at the black bags Huh? What's this? Hey A heel capsule Check the teabag Check the teabag Something stuck between here Hallo Jump back is written here Hallo Hallo Thanks for the red Go back Okay I understand Here for euch Sexy pose What like this? Sexy pose What like this? Sexy pose Huh? Willkommen im raid Ich bin gerade ein bisschen am verzweifeln Ich bin gerade kurz vorm kompletten Bruch Ich spiele ein fürchterliches Spiel Hm Und diese Frau ist fürchterlich Diese Frau ist fürchterlich Ich hasse diese Frau Ihr werdet schnell merken wieso ich sie hasse Go to the vending machine Go to the vending machine The vending machine Okay Check on top of the vending machine Oh There's a heel capsule Heel Heel Wow sie macht ja das mal direkt Dass ich das nochmal erleben darf Look at the trashcan It's just a trashcan Look inside the trashcan Um It's closed I can't see inside it Open the trashcan Inside the trashcan It's a launcher shell I'll take that Thank you very much Holy shit Check the trashcan Check the trashcan It's a trashcan Look inside the trashcan The trashcan is closed Open the trashcan Junge ich muss ihr drei Befehle geben Damit sie checkt dass sie da reingucken soll Go to the save point The save point okay Ich glaube wir haben den Raum gecleared Für mich ist schon check the trashcan eigentlich genug Ich sag ihr sie soll ja das abchecken Oh ist ne trashcan cool Oh mein Gott Ich hab das Wort bekommen ja Jump back Äh ich hab das Wort bekommen ja Das ist wahrscheinlich dann auch eher für einen Kampf Okay Go to the hallway Leave the room? Okay 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 What the hell are you doing here? Oh Wait What's going on? Why are you dressed like that? Gino There's something I want you to see You're babbling Give me that weapon You should wait at the receiving court with the others Please listen I need you to watch the stick Listen to me Ryo You know I care about you Das waren nur Japan und America only Leave the dangerous stuff to me Take an escape shuttle out of here Hey What should I do? Why are you still here? Ryo go Hey Hey If I run off I won't be able to ask him about the stone What should I do? Ask him about the stone Hey What should I do? Kick him I can't I'm a match for him unarmed Punch him I can't I'm a match for him unarmed Suplex Hurry I need you to tell me what I should do Low kick I'm not gonna shoot him, come on Uh Ah This is senseless I'm gonna lock you in the cell again Das war ein game over Hätte ich wirklich shoot him sagen sollen? Wir brauchen ihn ja, ich kann ihn doch nicht einfach erschießen Wie weit sind wir in dem Game? Schon recht weit Der ist nicht mehr viel Ich bin schon recht nah am Finale Leave the room Leave the room? Okay Ja ich hab ganz gut überlegt, wie ich das sagen soll, dass sie in die Eier treten soll Ich muss halt ihn irgendwie entwaffen oder so Ryo! Gino! Was zur Hölle machst du hier? Warte Ryo, was ist passiert? Warum bist du so geklappt? Gino, es ist etwas, das ich will, dass du sehen Du musst es ja mit Voice Command spielen, das geht ja nicht anders Das ist ja das Spiel Anders geht es ja nicht Hey, listen! I need you to watch this dick Listen to me, Ryo You know I care about you Leave the dangerous stuff to me Take an escape shuttle out of here Hey, what should I do? Why are you still here, Ryo? Hey, what should I do? Ähm Hey, what should I do? Ähm Ryo, who the hell are you talking to? Body check Hey, what should I do? Run Hurry, I need you to tell me what I should do Kick him in the nuts What are you doing? Hurry, I need you to tell me what I should do Help me Threat This is senseless I'm gonna lock you in the cell again Ja, ich tell ihm gleich einen Joke Ich habe 2538 Commands schon gegeben Ich würde wissen, wie viele von diesen Commands wurden nicht angenommen Leave the room Leave the room I am stopped Leave the room Leave the fucking room Leave the room? Okay Wie heißt es sich, wie heißt es jemand zu entwaffnen auf englisch chat? Oh Ryo Gino Äh What the hell are you doing here? And weapon him Ryo, what's going on? An arm, this arm Genau, sorry Gino, there is something I want you to see You're babbling Give me that weapon You should wait at the receiving court with the others Please listen I need you to watch this dick Listen to me Ryo You know I care about you Leave the dangerous stuff to me Take an escape shuttle out of here Hey, what should I do? Why are you still near re- Why are you still near re- Hurry, I need you to tell me what I should do Disarm Hey, what should I do? Threaten him What should I do? Okay I'll try that Ryo Drop your weapon Halt die klappe hier also Why? Put that in the drive and play it Get ready to stop There I need to know where this room is Here? That's the, uh... Somewhere in the testing ward? No, it's the, uh... Exhibit room Ryo, you're not a... The exhibit room is closed There are gems and precious metals stored there So you're a thief? This is some scam by you and that operator? I suppose you're right In some ways, I guess I am a thief Please, Gino Turn around Sooo Ryo, give up this crazy idea You can't do it anyway Only the manager carries a key to the exhibit room Knock him out Mr. Tanaka is under guard by the rescue team in the receiving port Oh! Your information is old Okay, let's go Operator Sie ist der Baddie Okay, seine Klamotten jetzt klauen Ich hab den Tisch gar nicht gecheckt Da liegt vielleicht ne Chipcard Wo soll ich gehen? Go to the back room Wo soll ich checken? Entstanden, ich geh zurück Mir speichern diese Cutscene auf jeden Fall Aber warum muss ich ihn K.O. schlagen? Jetzt stirbt er ja Nein, er ist ja doch da eingesperrt Alles gut Check the table Go to the table Go to the table Go to the table Go to the table, please The table, okay Das ist wirklich was Ist das Kaffee? Ne, ist das Tee, ne? Check the tea pulver The TV, okay Go to the back room We need to get to the exhibit room Before Gina wakes up Go to the table Go to the table The table, okay Das sind so offene Teebeutel Da ist diese Teeverpackung Vielleicht ist es auch Kaffee Aber ich glaube es ist Tee Check the coffee They're all blue cups You'll need to be more specific for me to tell Wie sagt man denn Tee, 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 Teeleaves? Check the tea leaves Are you talking about this? Ne Check the left cup You say blue cup But there are three of them Be more specific Check the big blue cup You say blue cup But there are three of them Be more specific Check the blue big cup You say blue cup, but there are three of them. Be more specific. Check all of them. Are you talking about this? Powder. Check the powder. Are you talking about this? Check the left teacup. It's an ordinary teacup. Check the coffee mug. I told you, it's an ordinary teacup. Check the verdammte Becher, du dumme Sau. Look at the tea. What should I check? Check the tea bag. What should I check? Check the tea bags. What should I check? Look at the bags. What should I check? Check the tea. Huh? Do what with what? Look at the stain. What should I check? Wish away the stain. Check the stain. Huh? Do what with what? Read the report. Okay. Let's see. In addition to the incident reported several days ago, researcher Alan Honda's recent actions have been highly inappropriate and insubordinate. He has usurped authority on numerous occasions, removed test subjects without permission, and accessed government computers outside of regular hours. It's apparently about Alan. I'll read some more. This is not the first time that we have had to make this request. Research supervisor powers. We ask that you demand Alan Honda to fully comply with all regulations forthwith. We ask that you demand Alan Honda to fully comply with all regulations forthwith. Und das Tee-Pulver vorne. Ideen. Check the brown stuff. I told you it's an ordinary tea cup. Look at the brown stuff. Leave the room? Okay. Stop. Yes. Go to the table. The table. Okay. Check the mug next to the report. Check the mug next to the report. I read it already. It's a report to powers about Alan's bad behavior. Blue mug next to the report. I read it already. It's a report to powers about Alan's bad behavior. Blue cup next to the report. I read it already. It's a report to Powers about Alan's bad behavior Muck on your left I'll walk Go to the table Go to the table Go to the table The TV, okay Go to the table Go to the table Go to the table We've got to get to the exhibit room before Gino wakes up Go to the table The table, okay Clean up coffee I told you, it's an ordinary tea cup Clean up tea The TV, okay Stop, stop We've got to get to the exhibit room before Gino wakes up Go to the table The table, okay What is on the table? Check the table It's pretty messy in here Clean up the table Clean up the coffee granules Is that what you're saying? Coffee granules Coffee granules The manager's office key What's it doing here? Now we can get into the manager's office Coffee granules Digger Was redet die da? Okay Wir brauchen nur noch den Becher links Look under the cup You say blue cup But there are three of them Nee, ich hab blue nicht gesagt Be more specific Sie hat das weggepustet, ja Mac left from the report The report I read it already Mac left from the report I read it already It's a report to powers About Alan's bad behavior Big blue Mac Check the big blue Mac Are you talking about this? Mac on the left What should I check? Check the Mac You say blue cup But there are three of them Be more specific Check the big blue cup You say blue cup But there are three of them Be more specific Check the left cup You say blue cup But there are three of them Be more specific Check the teacup You say blue cup But there are three of them Be more specific Check the tall blue Mac Are you talking about this? I can't tell you what you're talking about 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 Ich kann nicht sagen, welcher, wenn du mir das sagst. Check the metal cup. Es ist ein kleiner Chip. Glücklich, ich. Wo ist das Metall? Wo zum Fick ist das Metall? Wo zum verdammten Fick ist das Metall? Es heißt Mack, 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 Mack. Ich hab 50.000 Mal Mack, 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 Mack gesagt. Und sie sagt, go to the save point. The save point, okay. Welcher do you mean? Ich sag einfach nur Mack. Sie sagt, which of the blue cups? Aber bei metal cup. Da geht's dann ab. Leave the room. Yep. Porcelain, Mack. So you wanna play tongue twister with me? Was, you tongue twister? No. Okay. Okay, dann vielleicht eine andere Zeit. Go to the hallway. Leave the room? Okay. Okay. Where should I go? Go to the manager's office. The manager's office. Okay. Run. Ja. Chub, 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 chub. Jetzt kann ich mich nicht merken. How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck couldn't chuck wood? Aye. Chub, chub. Chub. We have good finals. Chub. Chub. What should I do? Chub. Chub. What should I do? Chub. 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 NUMBER 2 NUMBER 2 TUNK WHERE SHOULD I AIM? WHERE SHOULD I AIM? MOUTH 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 That was pretty tough, let's go The manager's office Okay Das ist jetzt keine extra challenge oder so Ich hab jetzt keine mod oder so Das ist das game Run Ja 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 Run Right hand Body Right stomach Run away Ich bin tot Front leg Front leg, hind leg Hind leg Front leg Run away Front leg Front leg Front leg Run away Number 2 Front leg Hind leg Right stomach, left stomach Red stomach Run away Check it off Run away Hind leg, front leg Behind leg Behind leg Take it off Run away Run away Use you capsule Run away Yes Number 2 Where's number 2 Tail body Red stomach 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 Number 3 Shake it off No way Number 3 Number 3 Yes Front leg, hind leg Yeah Run away Yes Number 3 Number 3 Front leg, hind leg Th Side leg Great leg Mind leg Yeah Body Body tail, run away, reload, run away, hind leg, hind leg, take it off, hind leg, tail, body, body, right stomach, left stomach, red stomach, run away, body, tail, left stomach, red stomach, run away, reload, right stomach, hind leg, front leg, front leg, front leg, front leg, front dodge, run, body, tail, mouth, red stomach, red stomach, boah, der braucht zweimal, mouth, body, tail, red stomach, holy shit sind die anstrengend, holy shit sind die anstrengend, ich habe keine Kraft mehr für dieses Spiel, go to manager's office, okay, I got it already, ich weiß nicht, wo die immer Granaten, die fressen die immer auf, go to manager's office, go to manager's office, okay, die fressen die immer auf, ich hätte es speichern sollen, ich weiß was jetzt kommt, ich hätte es speichern sollen, ich hätte es speichern sollen, ich hätte es speichern sollen, Ryo, leave the room, Ryo, leave the room, please, ich habe drei Säuregranaten, ich brauche die alle, oder vielleicht sogar vier, scheiße, ich bin tot, ich habe nur zwei Heilungen, верER Tanaka? ach, du scheiße. Fuck! f**k! An Alien! Ich bin... Ich hab ihn... Ich hab ihn, dass das passieren würde! Bleib weg! Keine Ahnung! Ich kann... Ich kann nicht schreien! Scheiße! Shoot! Use the launcher! Unarm him! Disarm! Scheiße! Disarm him! Shoot right leg... Shoot right arm! Oh mein Gott, ich muss gegen die drei Huren-Szene noch mal kämpfen! Kann mich jemand bitte einfach... Kann mich jemand einfach bitte umbringen? Hehehehe! Leave the room! Leave the room? Okay! Where should I go? Go to manager's office! The manager's office! Okay! Okay! Boah, ich hab keinen Bock wieder auf die drei Huren! Ich hätte speichern sollen, Mann! Ich hab noch gefragt, soll ich wieder zurückgehen? Ach komm, da drin ist bestimmt Speicherpunkt! Ich hab ein paar alcance! Ich hab bei diesen Punkt! Ich hab bei diesen Punkt! Tongue 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 Turn around Tongue 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 Run away Turn around Mouth 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 Stomach Stomach We can finally move on Go to manager's office The manager's office, okay Run Yes Front leg, hind leg Front leg, hind leg Turn right Run away Yes Number two Front leg, hind leg Hind leg Run away Yes Front leg Front leg Front leg Body Stomach Tail Run away Yes Run away Yes Run away Yes Body 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 Number three Front leg, hind leg Front leg, hind leg Right stomach, left stomach Red stomach Stomach Yes Number two Mouth Left stomach, right stomach I have not Mouth Right stomach, left stomach Red stomach Yes Number three Run away Yes Yes Mouth Mouth Tail Tail Red stomach Red stomach Run away Yes Number three Yes Number three Red Mouth Yes Mouth Yes Mouth 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 Red stomach, right stomach Right stomach Red stomach Red stomach Tail Red stomach Red stomach Reload Mouth 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 Leg Watch closely and guide me Hind leg Front leg Yes Front leg Hind leg Hind leg Hind leg Hind leg Right Body Body Mouth Mouth Right stomach, left stomach Red stomach Red stomach Red stomach Mouth 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 Reload Reload Mouth 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 Red stomach Shoot, shoot, shoot Phew, that was pretty tough Let's go Es klappt irgendwie Mouth 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 dat Mouth 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 Wo soll ich gehen? Geh zum Manager's Office. Das Manager's Office, okay? Ja. Ja, was mache ich jetzt? Oh, was mache ich jetzt? Oh, was mache ich jetzt? Kid, was sagst du? Was soll ich machen? Spit in his mouth. Kinky? Diese Klappen, sie waren Tanakas. Wird shooten. Das sagt die schlaue Seite, auf der du gerade bist. Mr. Tanaka? An alien! An alien! I can't be. I warned him. I warned him that this would happen. Stay away. Don't come any closer. I can't... I can't shoot. Oh! Shoot it! Shoot, shoot, shoot! Shoot it in his mouth! Shoot in his face! Shoot his right arm! Shoot it Shoot its arm Shoot his left arm Shoot his leg Take the launcher behind you Shoot yourself Deine Seite ist scheiße, Kid Die ist gar nicht die schlaue Seite But how? Was für how? Du drückst auf den But how, Alter? Oh, was? No Tja, sie versucht es nicht mal Sie ist einfach dumm Ich muss jetzt sagen, sie soll atmen oder so Keine Ahnung Ich werde doch jetzt nicht sagen Pull the trigger Ich werde doch nicht sagen Aim at his head And pull the trigger Go to the hallway Leave the room Okay Jetzt müssen wir uns das jedes Mal anschauen Run to manager's office The manager's office, okay It's close They were Tanaka's They were in the bubble They were in the bubble They're all torn and shredded They're all torn and shredded Okay Ja, das habe ich auch gerade gelesen Mr. Tanaka? Ein Alien Man muss einfach zusammen hintereinander sagen Shoot I can't be I warned him I warned him that this would happen Don't come any closer Shoot it Shoot 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 him Do it Fight back Okay, es ist Fight Pack. Head! Head! Run away! Head! Shoot! Right arm arm. Right arm. Right arm, left arm. Right arm, left arm. Right arm, left arm. Body. Left arm. Run away. Reload. Wow, Song ist geil! Left leg, right leg. Left leg, right leg. Right leg. Left leg. Run away. Run away. Tail. Tail! Run away. Yes! Yes! What should I do? Doge. Dodge. Heel Capsule. No way! Use Heel Capsule. Run away. Die blummer verfickte Fickfresse. Sorry. Go to the hallway. Ja, an den Schwanz ranzukommen ist schwer, ne? Ich muss halt irgendwie hinter ihm. No way! Ja, sie will einfach sterben. Sie will einfach nicht sich heilen. Sie will einfach leiden. Go to the hallway. Leave the room? Okay. Where should I go? Run to manager's office. The manager's office. Ich glaube, gegen den muss man sogar zweimal im Spiel kämpfen. Wir werden nochmal Spaß gegen den haben. Und Kui, danke schön für den Prime Sub. Jetzt wieder die Katze. Und jetzt, ich habe dir gesagt, Tanaka, ich habe dich nicht gerettet. Wie lange ist das noch? Da ist nicht mehr so viel. Diese Klappen, das waren Tanakas. Die sind fast durch. Danach kommt nicht mehr so viel. Ansonsten alles gut, alles perfekt. Wieso spiele ich dieses Spiel zum dritten Mal? Wieso tue ich mir das an? Ein drittes Mal. Herr Tanaka? An alien! I can't be. I warned him. I warned him that this would happen. Fight back! Fight! You have to fight! I can't... I can't shoot! Fight back! Shoot it! Shoot! Ich check's nicht. Jetzt hat fight back nicht geklappt. Jetzt muss ich shoot it mehrmals sagen. Left arm, right arm. Left arm, right arm. Head. Body. Right leg, left leg. Run away. Run away. Reload. Run away. Dodge. Head. Run away. Head. Left leg. Jump back. Jump left. Go left. Go right. Right. Use heel capsule. Heel. Run away. Run away. Run away. Run away. Run right. Turn right. Run away. Run away. Run away. Left leg. Run away. Run away. Run away. Left leg. Left leg. Left leg. Strafe. Run away. Run away. Reload. Run away. Heel capsule. Use heel capsule. Heel. Heel. vai. Strait. Run away. Run away. Run away. Strait. Use launcher. Run away. Use heel capsule. Keep him. Use heel capsule. Use heel capsule. Run away. Run away. Run away. Fick deine scheiß Fickfresse! Kill yourself! Die scheiß Fickfresse! Kill yourself! Die scheiß Fickfresse! Go to the hallway. Leave the room? Okay. Where should I go? Run to the manager's office. Can't that wait a little? Let's check here first. The manager's office, okay? Okay? Okay. 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 Es ist close. Das waren Tanakas. Sie sind alle schrauben und schrauben. Herr Tanaka? Hör. Echt? Er ist ein Erleuchter! Das ist ein Erleuchter! Ich bin... Ich habe ihn geheimd! Ich habe ihn geheimd! Ich habe ihn geheimd! Ich habe ihn geheimd! Gehen! Ich komme nicht näher! Shoot! Shoot! Fight back! Shoot it! Shoot! Shoot! Straight! Straight! Run away! Run away! Run away! Reload! Strafed! Run away! Strafed! Reload! Reload! Run away! Strafed! Dodge Strafe Dodge Reload Dodge Hue Capsule Hue Capsule Hue Capsule Dodge Strafe Run away Dodge Strafe Run away Run away Strafe Run away Dodge Buddy Buddy Dodge Hue Capsule Use your Capsule Dodge Dodge Buddy Dodge 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 Run away Buddy Dodge Dodge Run away Buddy Run away Dodge 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 Run away Run away Run away honey Dodge Chase Roger сти S Крюль People Untertitelung des ZDF für funk, 2017 dodge 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 Go to hallway Leave the room? Okay Nee, bei Jump Back Springt sie nur zurück Aber die Kugeln fliegen ja auf sie zu Go to manager's office The manager's office Okay Run Yes Also ganz am Anfang im Tutorial musstest du nicht sagen Dodge Left oder Dodge Right Ganz am Anfang im Tutorial wurde dir beigebracht Nur Dodge zu sagen Deshalb habe ich jetzt die ganze nur Dodge gerufen Die Kugeln Die Kugeln Gute Ja Was ist das? Straße Es ist knapp. Es waren Tanakas. Sie sind alle schraubt und schraubt. Herr Tanaka? Ein Alien! Ich kann nicht sein. Ich habe ihn warnen. Ich habe ihn warnen, dass das passieren würde. Bleib weg! Ich kann nicht mehr raus. Dodge! Dodge! Shoot! 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 Shoot it! Shoot it! Schuhe! Krieg zurück! Schuhe! 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 Dieses dumme Drecksgame. Dieses dumme Scheiß-Huren-Game. Ich zerbreche gleich dieses Mikro von den zwei Teilen. Bist du dumme Scheiß-Huren-Game. Left arm, right arm. Left arm, right arm. Run away. Du dumme fick-fresser. Run away. Okay, use Heal Capsule. Use Heal Capsule. Run away. Okay, sie ist dumm. Okay, sie ist dumm. Ich war schon lange nicht mehr so tilted, ne? Ich war lange schon nicht mehr so tilted, ne? Biako, verpiss dich. Verpiss dich! Geh in die Halle. Geh in die Halle. Geh in die Halle. Geh in die Halle? Okay. Der Kampf fängt an, ich sag, left arm, right arm. Sie, right leg! Where should I go? Run to manager's office. The manager's office, okay. Geh in die Halle. Guck, der Felser. Kriegst kein Essen, ne? Hierzu ist kein Essen, nosslens. Ichradas und steh ein, als sie für etwas zu tun haben. aldennatرا fall to the ground and die ja das mache ich ja schon die ganze zeit dafür brauche ich ja kein command ist ein deckel hier von der mikrofon abziehen und dann direkt in das mikrofon reinschreien vielleicht sollte ich das mikrofon immer ein rafan reinstecken vielleicht bleibt es dann besser kann ich aus erfahrung das funktioniert okay shoot it shoot fight back shoot es schaut ein bisschen süß aus oder strafe run away shake it off strafe reload dodge left shake it off strafe strafe run away shake it off use you capsule body body shake it off reload 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 body right arm right arm left arm run away dodge dodge left dodge left black dodge left dodge left dodge right left leg dodge right run away right use seal capsule run away yes run away dodge left, head, dodge left, right arm, dodge left, tail, dodge right, head, dodge right okay also rechts dodgen geht nicht also ich kann nur links dodgen sobald ich versuche rechts zu dodgen versteht sie dodge right als turn right keine ahnung wieso aber irgendwann bin ich halt an der wand angekommen und dann kann ich nicht mehr left dodgen i guess wenn ich an der wand angekommen bin dann mache ich run away und hoffe dass sie sich nicht an der linke wand stellt sondern an der rechten wand stellt damit ich wieder left dodgen kann i guess das ist der plan go to hallway go to hallway so kompliziert war es nicht me the room okay where should i go run to manager's office the manager's office okay ja die seine seine körperteile leuchten auch noch so kurz ne du musst so schnell reagieren dann sagt turn right vielleicht dort steht er nach rechts ne ich glaube das dumme drecks spiel hat nur ein rechtsbefehl oder das ist nur ein rechtsbefehl aber irgendwie hat es für turn right irgendwie eine prio das ist mir auch schon öfters aufgefallen wenn ich irgendwie auch go right gesagt habe go left ging immer wenn ich gesagt habe go right dann hat sie immer gesagt turn right irgendwie ist da so eine komische prio für turn right der anfang triggert mich so hart ne dieses shoot it shoot fight it back shoot shoot it manchmal funktioniert nach dem zweiten mal dritten mal manchmal funktioniert nach dem zehnten mal ja red ist auch right mr tanaka mr tanaka an alien i warned him ich habe ich damals auch so lange bei dem kampf gebraucht ich glaube ich kann mich gar nicht erinnern auch Shoot it! Shoot! Shoot it! Shoot! Fight back! Shoot! Shoot it! Shoot! Shoot! Fight back! Es ist so... Unglaublich! Scheiße! Ich brauch jetzt doch schon nicht mehr zu kämpfen! Ich bin 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 nicht mehr zu kämpfen! Run away Use Heal Capsule Strafe Run away Shoot Reload Strafe Run away Reload Dodge left Take it off Run away Where should I aim? Dodge left Tail Run away Left leg, right leg Tail Reload Dodge left Dodge left Left leg Dodge left Run away Dodge left Tail Dodge left Dodge Right arm Run away Yes Dodge left What should I do? Dodge left Left arm Dodge left Run away Yes Dodge left Right arm Right arm Right arm Reload 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 Dodge Ey, das ist ja so schrecklich. Das ist ja so schrecklich. Ich krieg den nicht hin. Ich krieg den nicht besiegt. Der kriegt aber auch so wenig Damage, ne? Ich checke ihn nicht. Geh zum Hallway. Geh die Runde? Okay. Wo soll ich gehen? Die Manager's Office. Okay. Okay. Eigentlich ist, ist, dass dieses Game einfach ein dreckiger Haufen Scheiße ist. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Echt, Tanakas? Nein. Oh nein, Scheiße, armer Tanaka. Aber wieso ist sie so... Wieso weiß sie sofort, dass das eigentlich Tanaka ist? Wieso ist es doch einmal Thema, dass sie sich verwandeln können? Griffith, Dankeschön für 35 Monate. Ich habe ihn gesagt, dass das passieren würde. Geh weg! Keine Ahnung! Keine Ahnung! Ich kann nicht schießen! Schöne Ahnung! Schünen, Schünen! 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 Fight back! Shoot! Launcher Nichts gebracht Strafe Left leg Reload Dodge left Tail Jump back Jump back Jump back Dodge left Use launcher Dodge Launcher Strafe Launcher Strafe Reload Reload Dodge left What should I do? Dodge left Right arm Dodge left Check it off Use you Use you capsule Dodge left Tail Run away Get Dodge left What should I do? Dodge left Run away Get Dodge left No 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 Dodge Left What should I do? What should I do? Dodge left Right leg Dodge left Dodge left Dodge left Man fängt zu leuchten Komplett rot It's the manager's handwriting The rescue team arrived at the receiving port Just eight of the fifty guests are under guard Ich hasse dieses Spiel so sehr The hotel's damage is worrying But the loss of VIPs will be critical Chairman Descartes Missing President Suzuki Missing Spann dich gleich for sure Reporter Helen Johnson Missing Senator Burton Missing Ja die werden alle vermisst Juckt Research supervisor Joe Powers Missing In other words They're dead Missing The exhibit room key should be in here somewhere Where should I start looking? Go to hotel registry Hotel registry The hotel registry Okay Da liegt ne Granate Die brauchen wir This is The hotel registry It's totally destroyed It looks beyond repair The hotel The hotel was booked for years to come Halt die Fresse Hör auf irgendeinem Müll zu labern Heb die Granate auf Und geh weiter It's a launcher shelf So juckt was du da laberst So juckt was du da laberst Du hast jegliches Recht verloren überhaupt Den Maul aufzumachen Go to desk The desk Okay Check the note on the table Check the note on the table Do you mean this? Yes I mean this Check it out Read the document Which document do you mean? Read the document on the table Which document do you mean? Read the document on the table Which document do you mean? Okay ich kann es selber lesen 4 4 6 6 2 0 Check the monitor It's showing the station's exterior diagram Promising your spectacular views Blalala juckt Okay Ich denke mal das wird wichtig sein Weil das war markiert 4 4 6 6 2 0 Okay Ähm Go to bed The desks are right here Nee nee du sollst zum Bett gehen du dumme Sau Go to bed Do you mean this? By the bed Go to the bed I'll walk Go Go to the bed The bed okay Frau wir sind schon so lange hier im stream Kannst du bitte jetzt anfangen Langsam aber sicher zu kooperieren Ich will die scheiße beenden Ähm Check the bed Was should I check? Check the pillow The pillow? Huh All places to find a check Blablabla 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 Look at the Bookshelf Encyclopedias And accounting documents There is nothing that we need Look above the bookshelf There were only Encyclopedias and documents Look on top of the Bookshelf There were only Encyclopedias and documents Schau auf dem Buchschiff Es ist ein sehr älteres Schiff Das ist ein älteres Schiff Ich glaube, es kann nicht öffnen, indem ich es analysieren kann Um es öffnen würde, muss ich die Kombination durch die Dile Was machen wir? Was machen wir? Was war es nochmal, Chad? Achso Geht in den Schiff Das ist das Foto der Manager Hä? Das? Es sagt, Kategorien-Geme Äh... Kategorien-Geme Es ist nichts besonders öffnen Kategorien-Geme 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 Okay, dann machen wir das nicht Okay, dann machen wir das nicht Ähm... Check the safe Open the safe Open the safe To open it, I would have to manually enter the combination using the dial Of course I don't have a clue how to open it, so you'll have to guide me How many notches should I turn? Four Okay, I'll rotate it to four Hey A lamp just went on Six Okay Okay, I'll rotate it to six Was? Two? How many notches should I turn? Eight 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 How many notches should I turn? Two Okay, I'll rotate it to two Six Okay, I'll rotate it to six Huh? What? Eight How many notches should I turn it? Four What? Okay, I'll rotate it to four Okay, I'll rotate it to four Okay, I'll rotate it to four Can I turn it to four Okay, how many notches should I turn it to three 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 Wie krieg ich das jetzt hin, dass auf beiden Seiten eine Sechs steht? Sechs. Okay, ich roteere es bis sechs. Hey, wie viel muss ich das jetzt aufhören? So, wir werden auf die Sechs aufhören? Okay. Vor. Kannst du einen Moment warten? Vor. Ich will nicht aufgehen. Öffne die Sechs. Wir müssen das irgendwie öffnen. Was machen wir? Check die Sechs. Die Desk, okay? Der dumme Fickfresse. Stopp. Ja. Go to bed. Go to the bed. Yes. Go to the bed. I am walking. Go to the bed. I am walking. Go to the bed. The bed, okay? Check the book. Do you mean that? Okay, I want to check the monitor. This? It used to show video feed from the monitor room. It's broken. Check the safe. We've got to get this open somehow. What do we do? Go to safe. This is the manager's photo. Go to the safe. The safe. Okay. Yo, Charmikubes. How many notches should I turn? Four. Four. Okay, I'll rotate it to four. Three. Okay. I'll rotate it to three. Four. Okay, I'll rotate it to four. Ich buffoße die Scheiße jetzt einfach. Four. Okay, I'll rotate it to four. Four. Okay, I'll rotate it to two. Six. Okay, I'll rotate it to six. Seven. Seven. Okay, I'll rotate it to seven. Seven again. I'll rotate it to seven. Ich glaube, ich weine gleich. We blew it again. We'll have to start over. Four. Okay. I'll rotate it to four. Six. Okay. I'll rotate it to six. Two. Okay. I'll rotate it to two. We blew it again. Right four. We'll have to start over. Reset. Okay. Right four. To the right. Okay. How far should I turn it? Four. Okay. I'll rotate it four to the right. Left. The desk. Okay. Go to the safe. The desk. Okay. Go to the safe. The desk. Okay. Go to the safe. In welcher scheißverdammten Dreckshurenwelt klingt safe wie desk. Go to the desk. The desks are right here. Yeah. Jetzt sag ich selber schon desk. Go to the safe. Go to the safe. I'll walk. Go to the safe. Go to the safe. Go to the safe. The desk. Okay. Go to the safe. Go to the bed. Go to the... Go to the bed. By the bed. Okay. Run. Yes. Chat, ich brech ab. Ich will das nicht mehr weiterspielen. Wir werden es nicht am Stück durchspielen. Ich hab kein Bock mehr. Go to safe. The safe. Okay. How many notches should I turn? Left. The desk. Okay. Ich kann das alles nicht mehr. Go to the bed. What is it? Go to the bed. Go to the bed. Go to the bed. Go to the bed. Do you mean this? Nein, ich meine nicht das! Go to the bed. By the bed. Okay. Run. Yes. Go to the safe. The safe. Okay. How many notches should I turn? Left. To the left. Okay. Four. How far should I turn it? Okay. I'll rotate it four to the left. Right. To the right. Okay. How far should I turn it? Six. Okay. I'll rotate it six to the right. Okay. Der Guide. There you go. How far should I turn it? Two. How many notches should I turn? Two. Okay. I'll rotate it to two. Um. Ah. We blew it again. Okay. We'll have to start over. Hier habe ich es genau falsch gemacht. Ich glaube, das Safe-Knack im echten Leben ist viel, viel einfacher. Also auch ohne Code ist das einfacher als mit Code hier in diesem Spiel. Jetzt können wir endlich die Steine bekommen. Huh? Was ist dieses Disk? Es sagt, lost and found on it. Es gehört zu Alan Honda. Hör mal kurz. Oh, ich habe einen Spieler gefunden. Das wird uns das Disk sehen, das wir gefunden haben. Ja, du musst verstehen, wie der Safe funktioniert, aber gleichzeitig versteht sie die Befehle falsch. Das ist so maximal triggernd. Das ist so. 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 Oh, halbe Bibel. Das ist so. Hey relax. So joggt einrinaизm. Einführung. Das brästenssteine$. Das brästenssteine$. Es wird okay. Ist das brästensur. Gottisch durchbauen. Es muss der Engrausu sein. Ansonnal ist. Das ist sie sicher sein. Mom. Dann geht's schon um den Drie. Dann weiß ich щaut йken. Was ich st buen? .? In Γιαmann. Joseph, mein Arsch, Alter. Was? Nein. Das war kein E-S. Der Stein ist in der Exhibitruppe. Wir müssen hurry. Halt doch einfach dein Maul. Gibt es den Safe Point? Ja, ja. Geht zum Safe Point. Der Safe Point, okay. Und dann gehen wir zu Exhibit. Ja, irgendwie der Stein, sie haben den Stein nachgebaut, den Philosopher-Stone, aber der Stein heilt nicht irgendwie Dinge, sondern er verändert Dinge oder so und er verändert die irgendwie zu krassemerem. Weil der Philosopher-Stone ist ja irgendwie nur ein Stein, der heilt oder so und deren Steine heilt nicht nur, sondern macht irgendwie krasse Sachen. Leave the room. Leave the room? Okay. Where should I go? Go to Exhibit Room. The Exhibit Room, okay? Run. Yes. Ich hoffe, ich habe das falsch in Erinnerung und ich muss nicht zweimal gegen so einen Tanaka-Typen kämpfen. The Exhibit Room is ahead. We're finally close. Ja, ich glaube, Bjarco hört mehr als sie. Huh? Auf jeden Fall, wenn ich ihm sage, es gibt Essen, dann versteht er das. Sonst geht nicht zum... Geht nicht bei the bed. Oder leave the room. No go. Maybe it's the other panel. It won't work. Bitte bring mich um. Oh, ich verstehe. The Exhibit Room door. It looks like you have to undo two locks at the same time. I'll undo one lock with this card key. I want you to undo the other lock using the panel on the right. Okay. You give the cue when you're ready. When you're ready, say, get ready, set. Get ready, set. Get ready, set. Get ready, set. Now. Was that my cue? I couldn't tell. Was that my cue? I couldn't tell. Get ready, set. Now. Oh, geklappt. Ich glaube, Chad, ich weiß, wieso diese Art von Spiel, es nicht viel auf dieser Welt gibt. Ich glaube, ich weiß es. The stone should be in this Exhibit Room. Help me look. Go to the safe point. The safe point, okay. Run. Yes. Kann die Frau überhaupt was? Nein. Sie kann absolut nichts. Das wundert mich, dass ich hier überhaupt nicht noch alle paar Sekunden sagen soll, dass sie einatmen oder ausatmen soll, dass sie nicht einfach tot umfällt. So, was sieht denn hier aus nach dem Philosopher's Stone? Das war ja ziemlich grün auf den Bildern, ne? Der fake stone. Go to case four. Case four. Run. Yes. Oh, she's got a good now. Beep, 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 beep. Mouth. 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 Stomach Runaway Mouth Stomach Reload Runaway Stomach Runaway Weiß nicht wo ich bin Stomach 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 Ruhig Stomach Ruhig Ja Number 1 Stomach 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 Number 2 Number 2 Runaway Ja Irgendwo bin ich. Number 2? Number 2? Number 1? Number 3? Mouse! Mouse? Run away? Mouse? 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 Stomach? Reload? Reload! Stomach? 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 Where should I aim? Jaku, du hilfst mir überhaupt nicht! Turn around? Number 3? Where? Number 3? Where? Number 1? Where? Run away? Yes! Where are you? Let's go! I don't see you! Reload! Run away? I can't do anymore! Hello? Reload? Reload? Reload! Go left? Go left? Go left? I can't do anymore! I can't do anymore! Go right? Right! Go right? Right! Go right! Go right! Oh, da bin ich! Run! Go to the enemy! What should I do? Left! Number 2! Please! Do irgendwas! Root! I'll attack! Oh! 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 Um! Where should I do? Gott, was denn? Phew, we can finally move on. Go. Go to the safe room. Aren't there any instructions? Go to the safe room. Exit 1, okay. Nein, to the safe room. Eh, to the safe point. Jetzt kommen Gegner. Left eye, middle eye, right eye. Left eye, middle eye, right eye. Left eye, middle eye, right eye. Middle eye, left eye. Middle eye. Reload. Middle eye. Red eye. Mouth. 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 Kale Shoot, shoot, shoot Left eye, middle eye, right eye Reload Left eye, middle eye, right eye Turn around Turn around Turn around Run away Dodge left Turn around Left eye, middle eye, right eye Left eye, middle eye, right eye Middle eye, left eye Red eye Mouth 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 Tail Reload Reload What should I do? What should I do? What should I do? Left Go left Left Go left Go left Left Go left Left Right eye, middle eye, left eye Right eye Right eye Right eye, middle eye, left eye Right eye, middle eye, left eye Right. Left eye Love command Where should I do? Left eye Left eye Left eye Left eye Hale. Shoot, shoot, shoot. Run to the save point. Run to the save point. A little bit. Left eye, middle eye, right eye. Left eye, middle eye, right eye. Left eye, middle eye, right eye. Right eye. Red eye. Reload. Mouth. Shoot, shoot, shoot. Shoot, shoot, shoot. Kale. Reload. Kale. Run away. Kale. What should I do? Shoot, shoot, shoot. Reload. Reload. Turn around. Middle eye, left eye, right eye. Right eye, left eye. Red eye. Mouth. Shoot, shoot, shoot. Reload. Reload. Kale. Left eye, middle eye, right eye. Left eye, middle eye, right eye. Left eye, middle eye, right eye. Left eye, middle eye. Middle eye, left eye. Left eye. Left eye. Left eye. Reload. Red eye. Mouth. Shoot, shoot, shoot. Shoot, 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 jump, reload, mouth, shoot, shoot, tail, shoot, shoot, Where shot aim? 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 Reload. Okay, let's go. Das ist so ein fürchterliches Spiel. 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 Das ist es auch nicht. Lass uns weitergehen. Gehen Sie zum Case 3. Case 3. Okay. Okay. Ich glaube nicht, ne? Ne. Geil. Ah, nein! Das sind alles Bomben. Das ist eine Nuke. Hör, kannst du dieses Gerät analysieren? Wieso soll ich es machen? Sws. Ss. Ss. Dess? Heute ist Dezember 24, 2029, also der letzte Digit von jedem ist 249. Das ist einfach. Add them up and enter it. Äh, ja, vier, zwei, neun. Ähm, the last Digit. Da war ja Day, Month und Year. Also vom Tag ist die vier, weil wegen 24, dann die zwei wegen der zwölf. Ach, die Summe wollten die haben. Äh, also vier plus zwei plus neun. Also 15. Go to case three. Case three. Run. Okay, ja. Ja, Bjarke, ich hab auch Hunger. Leben ist schwer. Ja. Es ist nicht hier. Jemand hat es bereits genommen. Wir müssen zurückkommen. Wir müssen Alan Honda finden. Okay, mal kurz bevor ein Nuke losgeht, gibst du mal einen Rave. Operator, warte mal kurz. Dieser Chord, was ist das? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Listen, kannst du das analyse dieser Devise? The Timefuse can Enter the sum of the last digits of today's date Enter the sum of the last digits Enter the sum of the digits of today's date Today is December 24, 2029 So the last digit of each one would be 249 That's easy Add them up and enter it Yes That seems to have worked How about you read the instructions for the next step? Noch mehr? Enter the number of guests checked into the hotel This is easy too The answer is in Tanaka's note It's 13 Okay, enter it Okay Wenn du das sagst Please be careful with this Oh, wait a second Oh, it's wrong, it's not 13 It's not the number of survivors It's the number of checked-in guests Ja Check manager Tanaka's note carefully And enter that number Wollte schon sagen 13 für ein ganzes Hotel wäre echt wenig 50 We're wasting time Hurry, enter the coast Hallo 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 What do you say? Look, concentrate on defusing this bomb Ich kann nichts anklicken If we ran out now, it would be a disaster Chance, ich kann nichts anklicken We have to defuse the bomb somehow We're wasting time That was too close Okay, what's the next step for defusing this? Enter the sum of the last digits of PM Takayama's birthday What's that? How are we supposed to know the Prime Minister's birthday? Oh, what do we do? What do we do? What do we do? What do we do? We came so close Think I don't know You... You're right You're right You're right You're right You're right Didn't he say something about that at some point? Think No I can't It's all up to you Go ahead Enter the final number Please be extra careful Sicherheitskamera für die Obserbatorie ist in der Öffnungsparty. Wahrscheinlich gesagt, es ist auch mein 60er Geburtstag heute, so diese occasion ist extra sinnvoller für mich. 60er, hat er 60er gesagt, Chad? Wahrscheinlich gesagt, es ist auch mein 60er Geburtstag heute, so diese occasion ist extra sinnvoller für mich. Ende der Summe auf der letzten Digit auf Prime Minister Takayamas Birthdate Also vor 60 Jahren war Die Neuen bleibt ja, es ist ja wieder Hä? Wieso Neuen plus Zwei plus Neuen? Hä? Aber das Video ist doch von Wahrscheinlich gesagt, es ist auch mein 60er Geburtstag heute, so diese occasion ist extra sinnvoller für mich. Wie kommt ihr auf den 29.12? Ich dachte, das ist hier der 24.12. Und die Aufnahme ist vom 24.12. Und vor 60 Jahren hat er Geburtstag. Wieso denn am 29.12? Ja, ich kann nicht mehr denken. Ihr habt bestimmt recht. Shit verlesen? Was? 24 kann sein. Weil heute ist der 24.12. 2029. Und heute hat er diese Rede gehalten. Und vor 60 Jahren wäre es ja wieder eigentlich 4 plus 2 plus 9, ja. Es bleibt ja das Gleiche. Ja. 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 Ihr habt mich verwirrt mit eurer 29. Jetzt stolpern fallen lassen. Würdest du einen Freude nehmen? Wir haben keine Zeit für einen Freude. Steig auf. Kill die Aliens. Wir müssen den Kampf gewinnen. Ich bin Hunger. Pyakko ist Hunger. Jeder ist Hunger. Phew. Das ganze Zeit, ich habe versucht, deine Gesichter zu erinnern. Aber ich kann nicht. Nicht mehr. Ich möchte, dass du wissen, ich bin wirklich glücklich. Wenn es nicht für dich ist, ich wäre tot. Ich wäre tot. Ich wünschte, ich würde deinen Namen nicht kennen. Ich wünschte, wir hätten uns nie getroffen. Ich wünschte, irgendeines dieser scheiß Aliens hat er mich einfach umgebracht. Bitte nicht. Nein, nein, auf keinen Fall, bitte. Oh, ja. Genau, da ist Naomi. Ich bin jetzt irgendwie in der Welt. Ich bin sicher, Naomi ist irgendwo safe. Wenn die Scheiße hier durch ist, würde ich diese Frau nie wieder sehen. Die soll ich Gino snacken. Was machst du? Was machst du? Warum verletzt du die Station? Das ist nichts von deinem Interesse. Ich wusste, dass es etwas wunderschön ist. Sie sind nicht eine Rescute Team. Fife down und hand that over. Holy Mother of... Holy Mother of... Lying people. Dicey. Sie ist einfach Mob-Psycho. Das ist Eve! Die Leute, ich wusste es. Sie waren eine Team de救werte. Sie sind auch nach den Steinen. Oh Gott, die PM zurückgekehrt. Sie sind in gefährlich. Sie sind bereit. Sie werden nicht gewinnen. Sommer! Ich werde weitergehen. Schieß doch! Schieß doch! Tötet sie endlich, dann bin ich frei! Schieß doch! Ach, jetzt kommt die auf die Idee. Die Scheiße! Oh mein Gott! Sie sind um einen Roket zu nutzen! Die wollen sie wegbomben? Ich kaufe sie ein bisschen Zeit. Hurry! Was ist passiert? Wieso ist es nicht zugegangen? Der Schotter wird nicht geschlossen. Der Arm ist in der Schotter. Der Arm ist in der Schotter. Der Arm función geht. Wie? Nichts! geek Schraatlich SchiESS Schaaaatlich 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 Schss Schüsse Schaatlich Schaaatlich Schraatlich Schaatlich Schuss Schuss Sch specially Shoot the yellow Shoot the red Shoot the red Shoot the red The left solider The right soldier Shoot the red Shoot the right soldier Shoot the yellow Shoot the left soldier Right soldier Right soldier Yellow Red Yellow Right soldier Left soldier Left, right Shoot the right Shoot the red lever Shoot the yellow lever Ich hab's nicht gerallt Ich hab's nicht gerallt, Chat Ich hab's nicht gerallt Ich hab's absolut nicht gerallt Ja, ich hab die Farben abwechselnd gemacht Ich mach yellow Das Ding fährt zurück Dann mach ich red Sie trifft das red nicht Go to case 3 Case 3, okay Run Yes It's not here Someone's taken it already We'll have to return to the receiver We need to find Alan Honda Operator Hold on This cord, what is this? This can't be Ich will mit dem Mikrofon in mein Auge bohren Bis zu meinem Gehirn There's no mistake It's a bomb Can you check how to defuse it? Enter the sum of the last digits of today's date Okay, you found the right instructions to defuse it Can you read them to me? We'll think it through together What's the first one? Enter the sum of the last digits of today's date Kann ich die bitte einfach reintippen? Wieso muss ich der dummen Alten das erklären? Die checkt doch eh nix So the last digit of each one would be 2, 4, 9 That's easy Add them up and enter it Yes That seems to have worked How about you read the instructions for the next step? Enter the number of guests checked into the hotel Enter the number of guests checked into the hotel This is easy too Ja, 13, 13 ist falsch, weil du dumm bist It's 13, okay, enter it Nein, kann ich bitte direkt die 50 eintippen? Please be careful with this Oh, wait a second Oh, it's wrong, it's not 13 It's not the number of survivors It's the number of checked into guests Check manager Tanaka is now personally That is alles so eine riesige Shitshow, ne? Das ist alles so eine riesige Shitshow Enter the same last digit for Takayama's birthday What's that? How are we supposed to know the Prime Minister's birthday? Oh, what do we do? What do we do? What do we do? Uh, uh What do I do? Think You, you're right Did he, didn't he say something about that at some point? ich möchte mein gesichtshaut abreißen was sagst du? schau, du hast besser geklappt denk ansonsten gilt der Code nicht ich möchte nicht mehr leben ich kann das nicht mehr Chat ich halte das nicht mehr aus es ist so fürchterlich ach so ich habe 50 eingetippt ok das war mein Fehler ich habe 50 eingetippt go to case 3 run case 3 stopp go to case 4 case 4 ok stopp go to case 5 case 5 ok stopp huh what is this? what could this be? is this on exhibit 2? that's just a mineral this display isn't it? go to case 3 case 3 ok ok yes it's not here it's not here someone's taken it already we have to we have to return to the receiver we need to find alan honda huh operator hold on a sec this cord what is this? this can't be this can't be this can't be can you analyze this device? there's no mistake it's a bomb can you check how to defuse it? enter the sum of the enter the sum enter the sum of the last digits today's date so the last digit of each one would be 249 that's easy add them up and enter it 15 15 15 15 15 yes that seems to have worked that seems to have worked chat in the walkthrough we are almost done enter the number of guests enter the number of guests and then the person checked into the hotel enter the number of guests checked into the hotel enter the number of guests checked into the hotel this is easy too the answer is in Tanaka's note it's 13 ok enter it please be careful with this Oh, warte einen Moment. Oh, es ist falsch, es ist nicht 13. Es ist nicht das Nummer von Survivoren. Es ist das Nummer von Check-Score. Check-Manager Tanaka ist nicht aufmerksam. Ich habe den Spaß meines Lebens. Ich werde heute von dieser Frau träumen. Und es wird kein schöner Traum. Das war zu nah. Okay, was ist der nächste Schritt für die Füße? Ja, auf der rave Musik. Und das ist die letzte Degendung von P.M. Takayama. Das ist die Degendung von P.M. Takayama. Was ist das? Wie soll man wissen, dass der Herrscher der Herrscher der Herrscher der Herrscher? Oh. Oh. Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Birthday. Ich bin so nah. Think. What do I- What do we do? Think. What do we do? What do we do? Think. What do we- You- You're right. Didn't he- Didn't he say something about that at some point? No. I can't. It's all up to you. Go ahead. Enter the final number. Please be extra careful. So nochmal 15. Das wäre so funny, wenn er jedes Mal ein anderes Alter wäre. Nein, ich gebe jetzt nicht 50 ein. Ich habe unserem Hund ins Stream laufen lassen. Der sieht ähnlich aus wie du gerade. Was? Würdest du einen Moment nehmen? Oh, jetzt labert die Scheiße. Boah, jetzt so ein paar Würmer töten. Left eye, right eye, middle eye. Boah, das wäre richtig geil. So 20 Stück hintereinander. Das wäre richtig nice. Das ganze Zeit habe ich versucht, deine Gesichter zu erinnern. Aber ich kann es nicht mehr. Frau, bitte lass mich in Ruhe. Nein, ich möchte nichts von dir wissen. Nein, hör auf. Können wir einfach weitermachen. Kannst du bitte einfach gehen. Geh. Ja, und ich würde auch weiterhin Fremde bleiben. Es wäre echt cool, wenn wir beide Fremd bleiben. Und du weißt, was ist lustig? Ich weiß nicht, dass ich dein Name auch gar nicht weiß. Wenn wir sicherlich zurückkommen, würdest du denken, dass wir tatsächlich woanders treffen können? Nein. Auf gar keinen Fall. Abstand, ganz viel Abstand. Nein. Ich bin kein Jerk. Ich rede die Wahrheit. Ich bin so happy für den Stream. Das war meine Frage. Ohhhh. Ich weiß, es wäre etwas смысcht. Du seid一个 Team nicht für diejenige. Fertigen Sie? Jesus Christus, du bist. Heilig. 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 Oh, der Rave geht weiter, chat. Oh Gott, die PMs kommen zurück, sie sind in Gefahr! Sie ist bereit, mach sie weg! Ich werde weiter gehen. Chaser! Ne, fast nicht, wir sind im Finale. Was ist das? Oh mein Gott, sie sind bereit, eine Röcke zu nutzen! Operator, der Schotter! Ich werde uns Zeit kaufen, schnell! Ne, im Finale dauert keine vier Stunden. Der Schotter wird nicht geschlossen! Der Arm ist in Ordnung! Quick! Was soll ich tun? Schotter! Schotter! Schotter Lever! Ja! Der Röde Lever! Er schlug! Es gerTeam! Ich kann den Arm um den Lever zu absolvieren. Schotter Errömer! Der Röde Lever! Heid! Ja! Schotter Errömer! Sie schießen... Ach, die schießen zurück! left soldier yellow lever right soldier left soldier yellow lever yellow lever yellow lever left soldier okay the p.m. is in danger let's hurry to the receiving port spy shot spy shot spy shot if the shutter is closed that creature can't get to me where do you think you're going thief come on no rio i'm disappointed with you look rio i will shoot you if i have to that's not possible the shutter is closed what the hell is that damn it what is this thing don't shoot come on mamito run what's okay go just let him run just how are you what's okay with the skin I don't have to get healed I don't have to get healed I don't have to get rid of some stupid camps Ich muss die anderen wissen lassen. Hier, hier! Was zur Hölle? Wer sind diese Leute? Was ist passiert? Was ist das denn? Geh auf! Wenn alle Stricke reißen, muss ich mich mit Zungenbrechern heilen. Was soll ich tun? Was ist passiert? Es war ein schreckliches Inzidenz. Wir haben eine Explosive gelegt, aber es scheint, dass eine von deinen Leuten ihn verliebt hat. Was soll das sein? Ich gebe dir keine Anrufe, um die Station zu verbrechen. Ich gebe dir keine Anrufe. Was? Sie sind hier, um uns zu retten? Sie zu retten? Wie schrecklich! Wer auf der Erde sagt das? Wir sind Soldaten für eine neue Anrufe. Unsere Heilung ist ein Relikt mit unglaublichen Macht. Wir haben uns zu erreichen, wir sind jetzt weg. Allen? Du bist mit diesen Terroristen? Ich... Aber... Ich... Ich... Das sei Weihnachten, mein Gift für dich war ein schnelles, schweißes Tod durch eine sehr beeindruckende Explosion. Ich habe jetzt keine Wahl. Ich habe nur zwei von euch mit mehr... Elegantisch? Du hast nie gesagt, dass jemand jemanden zu töten. Geh mich als dein Arzt! Die Junge, die riechen die einfach alle hin. Oder... Oder... Jaaaa! Dem Premiernehmen ist er umgebracht. Ihr habt sie hier verhörten, um sie zu töten, nicht um Hilfe zu töten. Hey! Exakt. Und du hast auch möglicherweise zurückgebracht, um zu töten zu töten. Was? Ich bin nicht schön. All of you... Ah! Ich... 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 Ich bin nicht knapp, wer gibt es nochnessρο? Was ist das? Jungs, würdet ihr? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jungs, was Drecks fiel? Ach komm, Lama doch nicht! Ich... Sie hat's schon immer gewusst. Wer bin ich? Ähm, okay. Ich bin ein Descendant von Perichelsis, der Wissenschaftler aus Allen's Discs. Die Geschichte von Perichelsis und der Philosophers Stone ist mehr als nur eine Legend. Es ist echt. Es ist die Stein, die ich will finden. Plot ist. Es ist ein Heerloom, das meine Familie hat seit Perichelsis gelegt. Ihre Familie hat den Stein beschützt. Es begann meine Leben, als ich nur ein Kind war. Der Vater begann den Philosophers Stone mit einem Geologer, den er hired hat. Der Geologer namens war Joseph Kraft. Die beiden Jahre langs auf den Stein beschäftigen. Und sie haben dann das Gerät geschehen. Und sie haben dann die secreten Natur der Erde. Ah. Der Nerd ist nicht tot, oder? Aber meine Mutter und Vater waren nicht so glücklich. Kraft versucht, die Philosophers Stone zu stören, aber der Vater hat sie beschädigt. Ich habe Angst, dass ich nach Japan fliege. Ich wollte nur alles vergessen. Der lebt noch. Er ist ein Profi da drin, sich tot zu stellen, habe ich schon mal gesehen. Aber dann habe ich es auf der News gesehen gesehen. Die Philosophers Stone. Die Schöne von negativen oder positiven Emotionen aus den Sprachen sprachen. Mit der Schöne, du kannst du schädig oder schädig. Ja. Ja. Ich denke, mit dem Chaos, der passiert ist, hat er planen, um die echte Stone zu schädigen und es auf die Aliens zu schädigen. Auch wenn das bedeutet, alle in dem Hotel zu töten, um ihre Sicherheit zu schädigen. Schlag doch nicht die Leiche. Aber warum will er die Stone so viel? Ich verstehe es nicht. Was wird er damit tun? Was wird er mit der Schöne zu schädig? Was wird er mit dem Schädigen? Er braucht den Schöne? Er braucht es für das? Er braucht es für das Schöne. Er braucht es für das Schöne. Du bist so gemein! Jürgen, du fack mich nur noch ab. Ja, natürlich, wir müssen Naomi bekommen, aber... Hör'n... In spite of all our searching, we haven't found your girlfriend. Bjarke ist gerade rüber gelaufen, Skieräuse. Das ist ein Aliemen. Oder ist es ein Kind der mutativen Person, der uns schießt? Könnte es sein? Entschuldigung. Entschuldigung. Was sage ich? Es ist noch der Testungsverte. Das ist es, sie muss in der Testungsverte. Der Monitorraum, in der du in, ist in der Testungsverte. Sie hätte das ganze Zeit hier neben dir gewesen sein. Naomi ist sicher. Ich bin sicher davon. Die drei von uns können wir dieses Platz zusammen verlassen. Ich werde sie jetzt holen. Ich kann den Testungsverte. Warte für mich. Nein, nein, es ist nicht der Twistersten. Das ist ja schon recht obvious irgendwie, dass es ja Naomi ist. Obwohl ich nicht weiß, ob das Naomi war. Aber ich vermute es die ganze Zeit, weil es recht obvious ist. Aber das ist nicht der Plotwist, den ich meinte. Es kommt ein recht wilder Plotwist. Ich habe immer noch keinen Speichelpunkt, ne? Immer noch keinen Speichelpunkt. Es ist nur der Testungsverte. Es ist keine Gravität. Aber ich kann einen Flugzeuger benutzen, um zu gehen. Kein Problem. Über hier. Der Spielercharakter ist gar nicht real, sondern Rio hat sich das nur eingebildet. Ja, irgendwie sowas. Bestimmt. Kannst du das Case öffnen? Den Kalt Oh du scheiße, rearr BEC- will ich nicht mehr so schlecht… Wir gehen aus PhD1. Plan Gerahami? Okay. Der Hatch ist geöffnet. Du musst es analysieren und öffnen. Da sind zwei Hatchen. Hatch 2 ist straight ahead. Hatch 5 leads below. Which way should I go? Go to Hatch 5. Sure thing. Hatch 5. Hatch 5, okay. Da ist unsere Heiler. Ich habe es schon mal durchgespielt. Aber nicht in einem Stream, sondern verteilt über mehrere. Which way should I go? Use the Heal Capsule. Use the Heal Capsule. Use Heal Capsule. Yep. Hatch 2. Stopp. Stopp. Kannst du bitte dich heilen? Nein? Stopp. Hatch 1. Walk? Hatch 1. Hatch 1, okay. Okay. Use the Heal Capsule. Okay, macht sie nicht. Run. Okay. The Hatch is already open. Let's go search somewhere else. Go Hatch 2. I'll go back. Go to Hatch 2. What is it? What is it? Go to Hatch 2. Hatch 3. Okay. Hatch 2. I can advance quickly. Run. Go to Hatch 2. I can advance quickly. Run. Go to Hatch 2. Hatch 2. I can advance. Okay. A consultation. What would you like to consult me about? Nothing. Nothing. Alright. Consultation is over. Go to Hatch 2. Hatch 4. Okay. Stop. Stop. The panel is not getting any power. I'll have to turn back. Go to Hatch 2. What is it? Go to Hatch 2. What is it? Go to Hatch 2. Quickly. Okay. Go to Hatch 2. Hatch 3. Okay. Stop. Yep. Go to Hatch 2. Go to Hatch 2. Hatch 2. Okay. Quick. Run. Quickly. Okay. �내- Hatch 2. Hatch 2. Mal. 2. Ich hätte einfach 2 sagen sollen. Alter. Das war wieder das letzte Gebiet, Chad. Die sind im Finale, ne? Das ist ein Laborator. Waren sie die Philosophers' Stone hier studieren, wie die Philosophers' Stone machen? Use die Heal-Capsule. Ja. Geh zum Schraubpunkt. Ein Schraubpunkt, okay? Chad, wir haben's. Alles gut. Endboss oder Heilung? Go to the sample case. The sample case. Okay. Check the sample case. If you don't say which case, I can't help you. Check the sample case in the second row. If you don't say which case, I can't help you. Check the sample case at the top. This, it's one of those monsters. I knew it. This is evidence of illegal experimentation. Check the bottom sample case. There's another one here. Check the middle sample case. Go to experiment rack one. Experiment rack one, okay? Ja, jetzt kann nix mehr schief gehen. Jetzt ist alles easy. It's free game. These look like test systems. Everything around this pillar seems to be. Check the robot arm. Were they using this for animal testing? Check the control panel. It's the panel for controlling the robotic arm. At least that's what I think. But I'm not really sure. Go to experiment rack two. Okay, I understand. Quick. Run. Quickly, okay? Wird die schneller, ich bin mir gar nicht sicher. Junge. Was macht die? Go to experiment rack two. Experiment rack two, okay? Look up. Up? Huh? What is that? Klassi. Ein Schuh. Naomi's Schuh. What is this shoe? Hey, can you analyze this for me? Ah, Naomi. What? Was Naomi here? Da ist sie raus. I can't get in there unless the gap is widened. Go to storage booths. Oh. This device. It's an auto emergency mode. It can't be directly operated. We need to find another way of lowering this device. Go to storage booths. Go to storage booths. The storage booths. Okay. Check the storage pack. Which storage rack? You'll have to be more specific. Check the left storage rack. Even heavy equipment has to be kept in something like this or it will float away. Check the second rack from the left. Inside? It's empty. Check the fourth rack. What should I check? Check the right rack. I didn't understand that. Check the right storage rack. Inside? Yeah, there's nothing. Check the second storage rack from the right. Inside? There are only machines stored in here. Check the control panel. Do what with what? Do what with what? Check the control panel. Do what with what? Check the control panel. It's a big lever. I don't have the faintest idea what it's used for though. Check the control panel. Check the control panel. Check the control panel. Check the control panel. Do what with what? Check the control panel. Are you talking about this? Nein, that's daneben. Check the control panel on the right. It's a big lever. I don't have the faintest idea what it's used for though. Control panel. What should I check? Check the control panel. Check the panel on the right. Are you talking about this? What is this? Control device. Use the control device. The control device? It doesn't look like anything I could operate. Use the lock lever? I think it would be better if we didn't move things indiscriminately. We don't have any idea what sort of equipment they have in a lab. It's too dangerous. Go to experiment rack... Go to rack 3. Experiment rack 2. Okay. 3. Go to experiment rack 3. Hatch 3. Go to experiment rack 3. Experiment rack 3. Okay. Da waren wir schon. Äh. Ich glaube, ich kann kein Guide lesen, Chad. Ich speichere mal lieber. Ich habe viel gecheckt und viel rumgeflogen. 3.147. 87 Commands. Stark. Do what with what? Go to hatch 3. Hatch 3. Okay. This is here in case of an emergency and it operates automatically. I can't open it. Let's check somewhere else. Aber sonst weicht doch schon überall. Go to storage booth. The storage booths. Okay. Oh. Hä? Ich bin so verwirrt. Go to experiment rack 3. Experiment rack 3. Okay. The panel is now set to see. Okay. Ich kann aber auch hier nichts anklicken. Go to experiment rack 2. Experiment rack 2. Okay. Zählen Sie sich, wie ich mich nicht verstanden habe. Hat drunter. Ich weiß nicht, was die genau zählen. Antonio. Dankeschön. Für 13 Monate. Ich kann hier nichts machen. Go to experiment rack 1. Experiment rack 1. Okay. Ich weiß nicht, was habe ich übersehen. Was habe ich denn übersehen? Go to sample cases. The sample cases. Okay. Go to storage booths. The storage booths. Okay. Use control device. The control device? It doesn't look like anything I could operate. Look at the control device. Experiment rack jettison. That's it. If we get rid of the experiment rack, I'll be able to enter that corridor. Yeah, it's okay. This system appears to operate even in an emergency. Okay. Let's give it a shot. Try operating the machine. Operate jettison experiment rack into space. Code number. Disengagement code number within a set of time frame. Low level emergency mode. The experiment rack cannot be moved, but may be ejected into space. Please speak to the operator to request input of the release code that appears on the screen. If the release code is not entered before it disappears from the screen, please repeat the process from the beginning. Oh, nice. Oh, I get it. I read some numbers, and you enter them. That's easy. We'll get it done in a jiffy. Now entering release code. Let's see. 9, 5, and 1. That's it. 5, 4, 3. Release code acknowledged. Please proceed. I haven't found the new one. Let's see. 3, 8, 7, and 5, and 1. 5, 4, 3. Release code acknowledged. Please proceed. Let's see. 2, 7, 8, start, and 9. Was start? Was start? 5, 4, 3. Was start? Incorrect release code. Please try again. Aber was start? Ich kenne keinen Star. Ich kenne keinen Star. Da war ein Sternchen auf dem Pad? Let's see. Ah. 66, and... Yep, 6, 6, 4. Release code. Die sagt 66, yep, 6, 6, 4. Let's see. 2, 7, 8, Star, and 9. Release code acknowledged. Please proceed. Let's see. 27, and 6, 5, pound, pound. Oh, no. Just one pound. 5, 4, 3. Was ist das ein Pound? Release code acknowledged. Please proceed. Let's see. 7, 5, 3, and Star, 8, pound, 4, 2. 5, 4, 2. Incorrect release code. Äh, 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 was ist mit dir los? Ah, you blew it. We have to start all over again. Get it together. Ich hasse sie. Junge, die kann ich mal lesen. Ich, äh, bei... Also, sie... Erst zählt sie die Zahlen normal vor. Sagt 5, 6, 7, 8. Auf einmal sagt sie 27, 31. Scheiß dich. Digga. Bleib doch bei einem System. Let's see. 2, 1. Oh, no. It's 3, 1, 4. 5, 4. It's going to reset it. Release code acknowledged. Please proceed. Ich hasse sie so sehr. 6, 4, and 7. 7, pound. Ich weiß, war das jetzt doppelt 7, oder... Hat sie sich wiederholt? Okay, sie hat sich nicht wiederholt. Please proceed. Let's see. Oh, my God. 3, 8, äh, 7, and 5, and 1. 5, release code acknowledged. Please proceed. Let's see. Star, star, pound, star, pound, 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 and star, star. Release code acknowledged. Please proceed. Let's see. 3, 4, 6, uh, 5, 8, star, 4, 2. 5, 4, release code acknowledged. Please proceed. Let's see. Oh, my God. 2, 5, star, uh, 4, 5, star, and 6, 1. Aber kann die bitte langsamer machen? 4, release codes acknowledged. It seems to have worked. Hang on for a second. Ich hasse diese Frau einfach mit jeder einzelnen Zelle in meinem Körper. Now ejecting Experiment Rack. All personnel must maintain a safe distance. We did it. Maybe Naomi will be in there. Don't you think the two of us are becoming a great team? Nein, wir sind absolut kein gutes Team. Motherbrain einfach. Ich sensere dich. Ich fühle dich. Who? Who's there? Alan? Could it be Joe? This thing's alive. Joe Mama. I think I can communicate with it using this keyboard. Please. Isn't this enough? Turn off the machine. Let me die. I beg you. You. You're not a researcher. Please. For years wicked scientists have experimented on me with that stone. Over and over. And now this is what I have become. Turn off the machine. I beg you. I beg you. That's your father. You. What do you want? Who are you? No. Don't worry. I'm just a waitress. That's your father. Someone from JSL. I sensed some sort of crisis in the hotel. Do you know the stone on this station? Yes. I see. I was a fool. I thought that the stone would bring happiness to the world. The way it had done for our family. Too much corruption in the world. TV-Politician. Yeah, er war vorher ein normaler Mensch. Aber sie denken, er wurde umgebracht. Sie ist ja nach Japan geflohen, als ihre Eltern umgebracht wurden. Aber sie wurden gar nicht umgebracht. So, dass sie mehr von den Steinen produzieren würden. Ich beglebe dir. Turn off this machine. Okay. Thank you. There is one last thing I wish you could do. Yes. In Japan there is a woman named Rio Honheim. I want you to find her and tell her, her mother still lives. Tell her to find her mother. There is an account in her name at the Swiss Union Bank. Enough money there so she can have a good life. Will you do this for me? What is wrong? Please. I beg you to do this. I won't fail. Thank you. You are very kind. Farewell. Please, God. Please. Please. Meet him from his pain. Ja, hau rein, Diggi. Be okay. Max is jetzt wieder, nö. Heu leise. Alter, geil, wir reisen auf die Erde wieder. Point of impact, 35 degrees, 40 minutes north latitude, 139 degrees, 45 minutes east longitude, Tokyo, Japan. Something's wrong. Someone's altered the station orbit. Not all the terrorists were killed. Collision with Earth service in 31 minutes, 55 seconds. Speichern? Bitte? The station is falling to Earth. What should we do? The hatch is open. Okay. I'll come get you right now. We'll have to split up and find Naomi somehow. Split up? Split, kann ich vom Split speichern? Ich will mir ihre rührende Geschichte nicht zweimal anhören. Sie ist gar nicht böse. Sie ist gar nicht böse. Sie ist gar nicht böse. Wake up. Hallo? Hallo? Hallo, ich bin hier. Naomi? Hörst du mich, Naomi? It was you. Your voice. I'm kind of, I'm kind of. You're safe. Naomi. Der Intro-Song, Chad. Titelmelodie. Gänsehoten. Gänsehoten. Bitte, Naomi. Geh. Warst du derjenige, der mit dem Mord angenommen hat? Ich habe es. Ich bin so schade. Danke, Gott. Naomi, hör. Ich bin so schade. Wenn Naomi stirbt, dann muss ich eine romantische Beziehung mit Rio anfangen. Ich will das nicht. Mein Freund. Ich will lieber geilen Alien-Sex. Meine Freundin ist tot. Scheiße. Oh, no. Ich bin zu spät. Ich bin zu spät. Ich bin zu spät. Aber in der Hand, I couldn't save anyone. Could everything... Could it all be because of me? No, you're not cursed. Tell me the truth. Everything. It's all my fault, isn't it? No, it's not your fault. Tell me the truth. Everything. It's all my fault, isn't it? No. Tell me the truth. Everything. It's all my fault, isn't it? No. I'm so sorry. I'm so sorry to have gotten you and everyone else involved in this horrible mess. There's no way for me to repair the damage I've caused. Ja, so sehr ich sie auch hasse. Ich brauche sie für das Finale. Ich kann sie jetzt nicht sterben. Aber Naomi asked me to save you. Danach gehen wir getrennte Wege. I will save you. Sie muss mich retten. Willst du mich warten? Okay. Willst du mich glauben? Okay. Und... Ich glaube, ich glaube. Dankeschön, Operator. Ich weiß nicht, ob ihr das realistet habt. Vielleicht wissen Sie es schon. Diese Monster... Ja, ich bin ziemlich ekelhaft zu ihr, aber sie will mich trotzdem retten. Vor allem, weil sie jetzt auch noch meine geliebte Freundin sterben gesehen. Aber innerlich hat sie sich schon ein bisschen gefreut. Sie dachte, boah, eigentlich ist die Alte tot. Jetzt gehört der Junge mir. Joe Powers. Joe Mamer, was macht der denn hier? Sie war sehr ekelhaft zu mir. Fucking anzünderweise. How ironic that you doomed the one person you were trying to save. You turned her into a monster. Didn't you? I've been in the lab watching everything you've been doing. Just as you guessed. The story about the UFO is a lie. The so-called aliens are nothing more than mutated animals created by the stone and accursed words. But why stop there? Testing on animals wasn't enough to satisfy a person such as myself. Always in search of knowledge. I had to know exactly what effect the stone would have on a human being. You used her for some twisted experiment? Absolutely. Monstrous as she appeared. She never meant to harm anyone yet. You killed her. All she was doing was asking for her boyfriend. You psycho. She didn't mean to kill anyone. That's outgenutzt. She was totally unaware of the threat she posed to those around her. Oh yes, her boyfriend. He's been your operator, correct? He's been poisoned by the toxin from a mutated caterpillar. He'll surely die. I'm the one who locked him in the monitor room. Hahaha. You're heartless faster. Scheiße, ich sterbe. Well, it's too late to save me. Hahaha. Hahaha. Of course, being on this station, it won't make a difference. Hahaha. 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 That's quite bad. So it was you who altered the station's orbit? That's correct, Rio Hohenheim. I still find it puzzling. I'm an accomplished marksman. And I was certain I'd shot you in the heart that time. But I won't fail twice. That's what I plot with, Chet. The daughter of such a brilliant man. I'm amazed at how stupid you are. Joseph Kraft, my German birth name, translates to Joe Powers in English. Well, I'd better be off with the Velocifer Stone. Hahaha. 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 Fuck. 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 You're lying. That's not the Philosopher's Stone. And, by the way, you didn't miss. Many years ago, you shot me through the heart. And I really did die. My father took the stone, pressed it into my wound, it revived me, and I escaped. It's been keeping me alive ever since. Boah, Gänsehund. What you have there is only good for creating monsters. It's a fake. Look, about Naomi. I'm so sorry. Sie hat kein Herz, und anstelle des Herzes hat ihr Vater ja den Stein reingesteckt. Also, sie ist quasi ein Zombie. I swear it. I will not let you die, I promise. Using the real stone, I can keep you alive. And get you to a hospital. Go, go to Hatch 3. Hatch 3, okay. Schnell zurückspeichern und dann Endpost-Chat. Aber theoretisch ist sie doch dann der Stein. Ja, sie ist einfach die Hülle von dem Stein. Go to the safe point. The safe point. In ihr steckt einfach nur der Stein drin. Sie ist ja nicht der Stein. Wenn ich einen Stein esse, dann bin ich ja nicht der Stein, sondern ich habe einen Stein in mir. Was war jetzt der Joe-Powers-Twist? Ich meinte, mit Twist meinte ich, dass sie halt, dass sie den Stein hat. Go to Hatch 3. Hatch 3, okay. Ich wusste, irgendwas war mit ihr. Ich wusste, dass irgendwie sie unsterblich war. Irgendwas war mit ihr. Das wusste ich. Das habe ich noch irgendwie im Kopf gehabt. Dass sie irgendwie... Ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, ist sie ein Mutant? Ist sie irgendwie auch so ein perfekter Mutant? Irgendwie dachte ich sowas, dass das in die Richtung geht. Aber ich wusste, dass sie irgendwie so super unsterblich ist oder so. Irgendwelche Superkräfte hat oder so. Und ich dachte irgendwie die ganze Zeit, sie ist schon ein Mutant. Und ihr Vater hat sie irgendwie zum Mutanten gemacht. Mit dem echten Stein. Und nicht mit dem Fake-Stein. Aber ja, sie hat einfach nur den Stein in sich. Go to Hatch 6. Hatch 6, okay. Ja, ich weiß auch nicht. Das ergibt gar keinen Sinn, ne? Dass man sich ständig heilen musste. Dass sie überhaupt sterben konnte. Ständig. So, endposte. Ihr Vater hat sie versteinert. In der gesamten Runde. Das kann nicht sein. Ich habe gesagt, das Spiel geht zu 6, 8 Stunden. Wir sind gerade bei 8 Stunden. Ja, ich bin zwar schon online, aber in-game-Timer haben wir bis 8 Stunden. Ja, ich bin zwar schon online. in einer populierten Erde. Aber was können wir tun? Aber wir müssen etwas über es tun. Ja, wie die Story erzählt wurde, ist halt komplett Bullshit. Das sie die ganze Zeit so getan hat, als hätte sie von gar nichts anhanden. Und dann auf einmal... Warte für mich. Ich bin gleich da. Ja, ich habe keine Heilung, Chat. Das ist es. Die Monitore room. Es ist kein Fehler. Ich habe es endlich geschafft. Du bist hier drin. Hi. Kannst du mich sehen? Ja, ich kann dich sehen. Leider. Wir können endlich treffen. Ist es okay, wenn ich in? In? Okay. Ich... Wow, mein Puls ist schmerz. Auch wenn ich nicht ein Herz habe. Hey! Hey! Where do you think you're going? Where do you think you're going? Why so surprised, Ryo? Was it not you who taught me that if we die near the stone... It'll bring us back to life? Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Halt dich nicht? Hast du noch nicht gedacht? Hast du noch nicht gehört? Du bist ein Monster lange schon. Du liere! Ich werde dich schützen! Du, du bist! Du bist hier! Du bist hier! Du bist hier? Du bist hier? Das ist nur Schmuck. Du bist hier! Du bist hier! Das ist das, was du? Wie schützt du dich? Wie schützt du dich? Bitch, du bist tot! Ich werde dir die Leidenschaft aus dir! Ich werde nicht weg! Ich werde nicht weg! Aus marchen! Was soll ich das? Dass du so schiefst! Das ist so schiefst! What the? Kill you! Rip your heart, Rippen! 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 KILL! Das Weapon wird nicht schluss. Ich werde ihn in der Shuttleport bringen. Ich habe eine Idee. Ich kann mich an den Kampf gar nicht erinnern, wie der aussah. Aber ich glaube, der ist scheiße. Oh, er hat gezwinkert. Das ist die Animations-Scheiße. Was macht der da? Ähm... Shoot? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Äh... Left? Left! Right? Right! Nicht gut, Operator! Scheiße, ich habe ein Problem, Chat. Ich habe ein Problem. Ähm... Die linke Kanone steuere ich mit dem Gamepad und die rechte Kanone mit der Stimme. Und ich kann nicht Mikrofon halten und gleichzeitig das Gamepad bedienen. Ich muss das Mikrofon irgendwo ablegen jetzt. So. So. Schau, Operator, es ist materialisiert. Da ist unsere Chance. Es ist nicht gut. Die Barriere ist locken unsere Schmerzen. Operator, die Barriere muss erst zu verletzt werden. Down. Right. Left. Up. Left. Right. Right. Down. Down. Left. Left Up 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 Right Right The barrier's down! Now operator! Left Down 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 Right Left 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 Up Right 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 Left Down Up Down 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 Mach ich überhaupt Damage? Right Right Genau Und In 1 2 2 2 3 2 3 2 3 4 5 5 Meine Anzeige ist oder seine? Right. Right. Down. Down. Left. Right. Up. Left. Down. 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 Ich hasse diese Frauen. Ja, ich glaube, das ist nur meine Anzeige. Und ich glaube, wenn man die Barriere down hat, dann muss man mit den Kanonen auf ihn zielen. Aber keine Ahnung, wie sie bei down immer abversteht. Also jetzt mehrmals hintereinander. Ich sag down, up. Ich sag down, up. Chat, wisst ihr was? Junge, wir haben fucking halb drei. Ich geh jetzt auf scheiß YouTube und guck mir den Scheiß dort an. Und guck mir den Scheiß dort an. Das ist nur der Boss. Ich bin schon vor drei Stunden mental gebrochen gewesen. Ja, ich würde ihn auch schaffen, wenn ich jetzt noch eine halbe Stunde hier sitze und probiere. Aber wir können das ein bisschen vorspulen. Guck mich nicht so an, ich habe ihn schon mal geschafft. Ich habe das Spiel schon mal durchgespielt, okay? Hey, sie macht wenigstens nicht bei down ab, ey. Er benutzt auch upper left, ja, try hard. Deshalb spiele ich das Spiel nicht mehr. Die Szene ist einfach viel zu schwitzig geworden. Okay, er hat dieselben Probleme wie ich. Up und sie down. Up, sie down. Up. Es ist das Spiel. Boah, guck mal, wie viel Damage das nimmt, wenn man mit beiden Kanonen draufhält. Ist das scheiße, Mann. Wenn die so von rechts kommen mit Schlangenlinie, das kannst du gar nicht besiegen. Da musst du Damage nehmen. Danke, ähm, wie heißt er? Danke, Lakri, dass du es für uns gemacht hast. Vielen Dank. Legende. Nein, wir werden hier nicht im Stream die Speedruns machen. Endlich treffen wir uns. Ich bin so glücklich. Operator. Geh weg! Geh! Fass mich nicht an! Ich will lieber an diesem Gift sterben. Als dass du mich rettest. Geh! Geh weg! Leider. Ich wünsche dich, wir auch tot. Kannst du mich einfach auf den Planeten krachen lassen? Er war hier die ganze Zeit. Du warst mich von mir. Hier saß er die ganze Zeit. Boah, eigentlich voll chillig. Hier ist es. Operator, sind Sie bereit, zu wegzulassen? Ich initiiere die Selbstdestruktion. Selbstdestruktion ist confirmiert. Bitte aus dieser Facilie her. Zeit, Operator. Bitte wegzulassen. Wie sie das alles weiß. Sie hat vorher auf der Erde gelebt. Dann ist sie als Waitress hier ins All gekommen. Warte! Und weiß, wie man so einen fucking Shuttle, äh, so einen fucking Space Station kontrolliert. Operator, kannst du das mal sehen? Der Erkaufsatz wird nicht öffnen. Hello, what's up? ministerium? Der Erkaufsatz wird nicht öffnen. Der Erkaufsatz wird nicht öffnen. Das war das Erkaufsatz wie mein Herz. Ich bin froh. Wer ist einfach ein Blut? Ich bin froh. Ich bin froh. Der Erkaufsatz wird nicht öffnen. Und wenn man so ein Blut ist, ist das Teuer. Bitte, Operator, ich brauche deine Hilfe nochmals. Bitte, sag mir das Passwort für den Escapes-Hatch. Kork! Lauf, hallo. Sag mal ein bisschen mehr romantischer. Hör auf, Operator. Lauf. Mein frischendes Herz. Das nur, was es meldet, ist nur deine Liebe. Okay, ich habe es. Was ein scheiß Passwort, oder? Du hast so eine riesige Space Station. So eine richtig teure, professionelle Love Station. Space Station. Und dein Passwort ist fucking Love. Vor allem nicht einfach nur Love, sondern direkt mit so einem Tipp. Hätte auch einfach direkt so ein Noted rechts an dem Bildschirm kleben können. So ein gelbes Noted. Posted. Wo drauf steht einfach nur 1, 2, 3, 4. Auf, was er? Die Schwerke. Die Schwerke. Das ist alles. Oh. Es ist aktiv. Das tut. 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 Ich hasse dieses Spiel. Was ein fürchterliches Spiel. Kann sie nicht einfach da drin sterben? Da ist er. Warum hat das Hotel eigentlich Self-Destruct-Button? Ja, weil es ja nicht einfach nur ein Hotel ist. Es ist ja eine versteckte, also es ist ein Hotel, aber hinter dem Hotel ist eigentlich, ähm... Ich bin glücklich, dass wir das sind. Naomi! Der Hotel ist ja nur der Deckmantel, aber ist ja eigentlich eine Forschungsstation. Genau, Doofenschmierz hat ja hier Experimente gemacht an Menschen und Tieren. Ich habe den Stein der Vaisinator gebaut. So eine dumme Scheiße, dass ich sie immer heilen musste. Dass sie überhaupt so easy sterben konnte. Obwohl sie den Philosophers Stauen in sich hatte. Wenn wir auf dem Planeten gelandet sind, gehen wir getrennte Wege. Ich werde meinen Namen ändern und das Land verlassen. Ich möchte, dass diese Frau mich nie wieder findet. Ich weiß nicht, wieso ich mir das angetan habe, Chat. Weil du uns magst, ach so. Ey, mich hat das Spiel schon lange nicht mehr so getiltet, ne? Ich war so oft kurz davor, irgendwas kaputt zu machen. Und ich dachte, ich habe mich gebessert. Ich mache keine Dinge mehr kaputt. Aber ich habe hier... Ich war hier fast rückfällig. Ne, es gibt keine mehrere Enden. Ich dachte nicht, dass das so schlimm wird. Ich wusste, es ist schlimm, ne? Aber ich dachte, das liegt hauptsächlich am Emulator. Also, Emulator ist noch schlimmer. Okay? Also, das war wirklich... Das war schon viel besser. Aber Emulator ist halt noch schlimmer. Das war noch gut. Du warst rückfällig so laut, wie du auf den Tisch gehauen hast. Ich habe nur auf den Tisch gehauen. Ich habe nichts geworfen. Ich habe nichts kaputt gemacht. Ich hatte heute echt viel Spaß. Danke dafür. I mean... Irgendwo... Irgendwie hatte ich auch Spaß gehabt. So ist es nicht. Egal, wie mental ich zu einem... Ab einem Punkt einfach nur noch gebrochen war. Es war trotzdem immer irgendwie so... Irgendwie noch irgendwie so... Trotzdem irgendwie schön... ...zu hören, wenn ich ihr sage... Check the suitcase. Und sie sagt... Leave the room? Okay. Aber trotzdem... Irgendwie auch bis zum Ende immer noch irgendwie schön. Und Eddie. Dankeschön für den Gift jetzt ab. Dankeschön. Das letzte Mal, als ich das Spiel gespielt habe... Da wollte ich das auch am Stück durchspielen. Da habe ich es in diesem... In diesem Warehouse abgebrochen. Wo ich heute nur einmal gestorben bin. Alter, everyone at EDK! Jason Enos! Junge, Junge, Junge. Was ein Drecksgame. Ich habe anfangs noch gesagt... Voll schade, dass es eigentlich nicht mehr solche Spiele gibt. Voll schade, dass kein Entwickler mehr solche Spiele macht. Ich bin dankbar, dass keiner mehr solche Spiele macht. Vielen, vielen Dank, dass diese Art von Spielen nie seinen Hoch hatte. Nie wirklich irgendwie groß wurde. Und sehr, sehr schnell gestorben ist. Zum Glück. War das schrecklich, Mann. Was ein Drecksgame, ey. Holy Shit. Aber es ist... So scheiße dieses Game ist, so gut ist es auch gleichzeitig. Das ist schon sehr iconic. Das ist schon sehr besonders. Also dieses Spiel findest du kein zweites Mal. Das gibt es nirgendwo zweites Mal. Das ist schon sehr einzigartig. Einzigartig scheiße.